Hallo, 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 hallo. Jetzt weiß ich nicht, ob ich zu früh losgesprochen habe für die Aufnahme, aber egal. Ja, Musik. Hi. Guten Tag. Ich hoffe, ihr habt eine etwas entspanntere letzte Viertelstunde als ich jetzt, weil ich war jetzt gerade echt im Stress. Ich habe jetzt gerade in den letzten zehn Minuten, bevor ich hier den Startknopf gedrückt habe, noch Kaffee gemacht, Hund versorgt. Ich habe mich für den Stream etwas frisch gemacht, weil ich wasche mir immer Gesicht und Hände davor. Man glaubt es kaum, aber doch tue ich. Das mache ich nicht mal für die Arbeit, wenn ich im Homeoffice bin. Also jetzt nicht so direkt. Und der Camp war noch nicht da und es war nichts vorbereitet. Das ist furchtbar. Oh mein Gott, hey. Stress. Und das auf einen Freitagabend. Naja, jetzt sind wir ja alle hier und jetzt können wir erstmal wieder runterkommen, hoffe ich. Und damit ein herzliches Willkommen. Hallöchen Stella, Hallöchen Clem, Hallöchen Baylor, Hallöchen Blue. Na, hattet ihr einen soweit angenehmen Freitag? Ich hoffe doch. Ich hoffe, ihr habt auch irgendwie eine Art von Warmgetränk da. Ich habe meinen klassischen Kaffee, nur eine kleinere Tasse, weil das ist jetzt irgendwie meine Kaffeetasse geworden. Weil das Tolle ist, die ist kleiner, da passt weniger Milch rein und dadurch bleibt der Kaffee länger warm. Ich habe den Vorteil von kleineren Tassen erkannt. Ist eigentlich logisch, wenn man sich mal so ein bisschen die Physik dahinter anschaut, aber ja, ne. Manchmal braucht man so einen Schubs in die richtige Richtung und dann muss man halt irgendwie mal eine Tasse bestellen und dann passieren Dinge und dann, ja. Ja, ja, so. Erstmal runterkommen, ne. Hallöchen Amy, hi. Ein Wunderschön. Und Blue hatte einen angenehmen Freitag, das ist doch schön. Das ist super, das ist sehr gut. Ja, Leute. Gestern ging etwas länger, als ich gedacht hatte, ne. Dafür war die Aufnahme von der Dateigröße her schön klein. Aber das, ja. Mich ärgert es ein bisschen. Mich ärgert es tatsächlich ein bisschen von gestern, dass wir... Ich vermute, das war tatsächlich das letzte Level, das wir hatten. Und dass ich beim letzten Move draufgegangen bin. Das ist echt schade. Das ist wirklich schade. Das war einfach nur dämlich. Aber hey, ähm, es ist jetzt auch nicht so wild. Ich muss aber auch ganz ehrlich und offen zugeben, ich hatte nicht damit gerechnet, dass mir Oak and Foul so viel Spaß macht. Weil eigentlich ist das so gar nicht mein Genre. So dieses Taktik-Strategie-Gedöns-Dingens, ne. Aber ich persönlich, ich mag es tatsächlich sehr. Ja, es klingt merkwürdig, aber ich mag es tatsächlich sehr. Bisschen war es nicht so gut verlaufen wie geplant. Versucht aber das noch wieder zu biegen und hast nur Kaltgetränke, weil heute hast du dein Körper gefühlt, als wenn du ein Vulkan bist. Ja gut. Okay, nein, das ist... Wenigstens ist dir da nicht kalt. Das ist ja, sag ich mal, zur aktuellen Temperatur und zur aktuellen Jahreszeit per se erstmal nicht schlecht. Ne, man muss immer so ein bisschen das, das, das... Wie nennt man das im Englischen? Das Silver Lining. Rauspicken. Aber hey, ja, beim Rest hoffe ich, dass sich das dann wieder gerade biegt. Das wäre doch schön. Heute Weihnachts war ich an der Schule gehabt, denn mit davon anderen Eltern ist für dieses Jahr gedeckt. Ja gut, dass du das am 9.12. sagst und nicht am 9.1. Würsten. Weil das könnte sich dann möglicherweise als ein bisschen schwieriger erweisen, dass sich das, sag ich mal, bewahrheitet. Oh Gott, aber ich krieg's ja möglicherweise ab und zu mal... Ab und zu wird mir auf Twitter so ein bisschen Eltern-Content, sag ich mal, in die Timeline gespült. Und es ist schon... Ich bin da tatsächlich echt froh, dass ich kein Elternteil bin und, äh, ne? Also, dass ich halt nur nen Hund hab. Und selbst ein Hund sorgt schon für genug doofe Kommentare und was weiß ich, komische Menschen in der Umgebung, etc. Ähm, ne? Aber als Eltern ist das, glaube ich, nochmal viel, viel schlimmer. Ich, 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 ich beneide euch da nicht. Kein bisschen. Oder auch andere Menschen, die mit Eltern zu tun haben. Sagen wir es mal so. Keine Ahnung, was sich da geritten hat. Klassenpflegschaft. Ist das sowas wie Klassensprecher für Erwachsene? So Eltern... Ne. Wie heißt denn das? Elternvorstand? Nein, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt, ne? Meine Mom hat sich da damals komplett rausgehalten, was sowas angeht. Wir hatten sowas nicht, glaube ich. Ich hab keine Ahnung, was, was Eltern da geritten, äh, gemacht haben. Du magst Menschen nicht so wirklich gut leiden. Ja. Sowas kommt dann halt noch dazu, ne? Wenn man sowieso schon, sag ich mal, äh, eher Typ schnauzevoll von Menschheit ist. Oder von Menschen. Vielleicht nicht unbedingt von der Menschheit, aber... Ja, ne? Schwierig, schwierig, schwierig. Ja, aber hey, dann hast du es jetzt wenigstens hinter dir und dann kannst du jetzt ganz entspannt in den Freitagabend, äh, schlittern ins Wochenende vor allem. Ich hoffe, du hast Wochenende und musst nicht morgen irgendwie nochmal raus oder so, ähm, weil das wäre jetzt natürlich etwas, nun ja, das wäre natürlich jetzt ein bisschen doof, sag ich jetzt mal. Du hast Wochenende, ja, siehst du, sehr gut, sehr gut. So, ich mach mal ganz kurz in der Zwischenzeit noch ein, zwei Tabs auf, ähm, die ich vielleicht aufmachen sollte. Hier, ja, 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 perfekt, perfekt. Ja, ne, das ist jetzt, ach so, da. Da. Ach, das ist ja doof. Ähm, gut. So, warte, und noch einen anderen Tab. Wo haben wir es denn? Hier. Ich hoffe, die Webseite ist inzwischen aktuell, das wäre schön. Da. Nein, natürlich nicht. Ach, Mann. Ach, Leute, da muss man hier gucken. Das ist auch in Ordnung. So. Sehr gut. Jetzt bin ich vorbereitet. Du hast eine Menge Warhammer 40k Darktide vor dir. Ja, Warhammer, ähm, war ja gestern auch schon ein Thema, oder? Ich weiß nicht, ob es wirklich ein Thema war. Hier haben ein paar Warhammer, ähm, Freunde, sag ich mal, irgendwelche Fraktionen genannt. Ich stand außen vor. Ich hab keine Ahnung. Ich hab nur drauf geguckt, dass das TOS-konform ist. Ich hab da ja nicht die leiseste Ahnung von. Ähm, aber ich hab zumindest in der Show von den Game Awards gestern irgendwas von Warhammer mitbekommen. Aber ich hab's halt nur so nebenher laufen lassen, weil in der Nacht konnte ich nicht gucken, weil das ging leider um halb zwei Uhr nachts los. Was für eine bescheuerte Uhrzeit für Europa. Ja, und ich bilde mir ein, das war die letzten Jahre auch nicht so. Ähm, das war irgendwie anders. Da war die Uhrzeit besser. Aber ich mag mich irren, was das angeht. Und da gab's auch irgendwelchen Warhammer-Content. Ich weiß nicht, ob's ein Trailer war. Nee, spieletechnisch, glaub ich, war da nix. Ähm, nee. Müsste ein Trailer gewesen sein. Aber ich bin nicht sicher. Ich bin ja überhaupt so, also so, so, so überhaupt gar nicht in diesem Thema drin. Ich bin da ja sowas von raus. Also wirklich sowas von. Ich weiß, dass die mit fetten Rüstungen und fetten Wummen durch die Gegend laufen. Das ist mein komplettes Warhammer-Wissen. Ähm, ne? Das, äh, muss erst mal reichen. Hi, Jessie. Hallöchen, Hallöchen. Ähm, es sind so ein paar Trailer zu Warhammer-Games rausgekommen. Ja, ja, es ist, äh... Ja, es ist schon krass. Also, fangen wir doch da einfach mal an. Weil ich hab total in meiner Planung übersehen, als ich die am Dienstag gemacht habe, dass halt die Game Awards sind. Und nicht nur das, auch der Deutsche Entwicklerpreis fand gestern statt. Ähm, den wahrscheinlich so gut wie niemand von euch auf dem Schirm hat. Ähm, aber auch der war gestern, während wir live waren. Und, äh, deswegen dachte ich mir, wir steigen mal da mit ein, bevor wir wirklich in die Talk-Runde reingehen. Wir haben ja heute ein bisschen Zeit. Ne? Es ist ja... Ne? Es ist... Wir haben ja Zeit. So, so ist es ja nicht. Hi, Joggle. Hallöchen. Hi, hi. Also, hat jemand von euch die Game Awards geguckt? Oder nachgeguckt? Oder Ausschnitte davon? Etc. Ausschnitte. Ja, okay. Schauen wir gewisse Trailer von den Game Awards? Nein, 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 nein. Trailer nicht. Was ich euch möglicherweise zeigen will, weil das ist einfach nur wholesome, ist die Dankesrede von Christopher Judge. Oh mein Gott, der Typ ist so Gold. Das ist so gut. Das ist einfach... Das war so genial. Aber Trailer-technisch, muss ich sagen, habe ich gar nicht mal so wahnsinnig. Ich dachte, ich habe mir irgendwas aufgeschrieben. Aber, ja, ich habe mir was aufgeschrieben. Dead Cells Return to Castlevania. Scheint ein DLC dafür zu geben. Es kommt ein Hades 2 raus. Was mich sehr verwirrt, weil man nicht mehr Hades spielt, offensichtlich. Vampire Survivors gibt es jetzt auf Android. Returnal kommt für den PC. Ich glaube, das habe ich schon gesagt. Nicht sicher. Es gab einen neuen Final Fantasy 16 Trailer. Ich habe mir für Montag um 18 Uhr einen Termin eingestellt, damit ich die Collector's Edition vorbestelle, bevor die ausverkauft ist. Was gab es denn noch? Es gab irgendeinen Warhammer Trailer. Es gab ganz viele andere kleine Trailer. Es gab auch größere Trailer. Oh, das neue FromSoft Projekt wird ein Armored Core 6. Also kein Souls-Game mehr. Da bin ich tatsächlich sehr gespannt drauf, weil Macs sind so neben Mittelalter-Thematik quasi das nächstbeste. Also von dem her, das ist, äh, ja. Die Show war echt nicht schlecht. Die Show war wirklich nicht schlecht. Wer ist das? Christopher Judge. Hast du Stargate geguckt? Oder alternativ auch einen der Black-Panther-Filme? Warte mal, es gibt bisher nur einen Black-Panther-Film. Der zweite ist, glaube ich, noch in der Mache. Weil angeblich war er da auch dabei. Vielleicht auch nicht in dem Film. I don't know. Hast du nicht? Boah. Hast du was verpasst? Da hast du was verpasst. Ähm, was das angeht. Ähm. Naja, auf jeden Fall, äh, Christopher Judge ist T-Alk. Oder Kratos in den neuen God of War teilen. Also der Boy. Äh, also nicht der Boy, sondern der Typ, der Boy von sich gibt. Ähm, und, äh, der hat eine Dankesrede gehalten. Und die ist so, die ist so gut. Die geht auch einfach mal sieben Minuten oder so. Hahaha. Vollkommen überzogen, was das angeht. Ist aber mega. Hahaha. Ähm. Das hat er früh vor dem Sport nur geschaut, welche Trailer da sind. Ja, da gab es schon einiges. So ist es nicht. Es war vor allem schwierig, sich irgendwie im, gerade auf Twitter, davon fernzuhalten, sich zu spoilern. Ähm. Ähm. Das war alles gar nicht so einfach. Und man hat im ersten Teil auch nicht Hades gespielt, sondern Zagreus. Zagreus. Zaggy. So. Hades Sohn. Oh. Ja, das kann sein. Ich hab's nicht gespielt. Hahaha. Ich weiß, dass das, äh, dass ich das wahrscheinlich tun sollte. Und dass es mir wahrscheinlich super viel Spaß machen würde. Aber ich hab's tatsächlich noch nicht gespielt. Stimmt das DLC für Horizon 2? Ja. Ja, korrekt. Burning Shores. Das macht mich persönlich tatsächlich sehr glücklich. Ähm. Das macht mich tatsächlich sehr glücklich. Weil ich bin ja durch, äh, Forbidden West ziemlich durchgerusht. Weil es kam Forbidden West. Und eine Woche später kam Elden Ring. Und ich hatte Bock auf Elden Ring. Ich hatte aber auch Bock auf das. Aber ich wollte das abgeschlossen haben, bevor das rauskommt. Und das hab ich geschafft. In der Woche. Trotz Arbeit. War das trotz Arbeit? I don't know. Ähm. Ich hab's auf jeden Fall durchgeschafft. Und, äh, ich freu mich tatsächlich sehr auf das DLC. Weil dann kann ich damit, äh, damit auch im Hauptspiel nochmal ein bisschen erkunden gehen. Das wird zwar wahrscheinlich wieder eine eigene Region. So wie im ersten Teil auch, etc. Aber ich komm zumindest wieder in die Welt rein. Und kann die nochmal ein bisschen mehr bewundern. Und vielleicht noch die eine oder andere Sidequest machen. Weil die hab ich am Ende dann echt liegen lassen. Ähm. Am Ende war es mir einfach egal. Hauptsache Story durch. Ähm. Und es ist auch echt ein bisschen schade, dass, äh, Forbidden West, sag ich mal, neben Elden Ring wirklich untergegangen ist. Medial. Weil es ist ein großartiges Spiel. Ähm. Es ist einfach ein großartiges Spiel. Ähm. Der zweite Black Panther läuft aktuell im Kino. Oh. Ja, gut. Dann warte ich auf die Benachrichtigung von Disney Plus, dass es da verfügbar ist. Ähm. Scheiße. Ähm. Ähm. Man will der PS4 Community wohl bewusst vor den Kopf stoßen. Ja, nein. Das, äh, würde ich jetzt so nicht behaupten. Ähm. Ich weiß, dass da sehr wahrscheinlich die Gemüter hochkochen und das, äh, verstehe ich auch durchaus. Aber wir müssen uns einfach mal bewusst machen. Die PS5 ist seit zwei Jahren auf dem Markt. Und irgendwann stirbt eine alte Generation einfach. Das war immer so. Zwei Jahre ist eh schon eine sehr, sehr lange Übergangszeit in meinen Augen. Also. Und die Verfügbarkeit von der PS5 ist auch tatsächlich etwas besser geworden. Immer noch nicht perfekt, aber besser. Also von dem her. Ähm. Ne. Ich. Ja. Das klingt jetzt vielleicht hochgestochen. Ich habe eine hier stehen seit Tag 1. Ähm. Ich nutze sie viel zu wenig. Das gebe ich offen und ehrlich zu. Aber. Wir können nicht auf Ewigkeiten das alte Zeug mitschleppen. Das willst du nicht. Das wird eine Wartungshölle für alles. Und von dem her. Ne. Irgendwann ist so eine, so eine Übergangszeit halt leider auch mal vorbei. Ist jetzt natürlich doof, weil es ein PS4 Spiel ist. Oder auch für die PS4 rausgekommen ist. Aber. Ich verstehe es durchaus. Weil dann können sie einfach alles reinbuttern, was sie reinbuttern wollen. Also von dem her. Ich habe da. Gut. Ich habe da natürlich nicht das Problem mit. Das ist jetzt. Nein. Das ist nicht das, was ich sagen will. Aber. Ja. Ich hoffe, man hat so halbwegs verstanden, was ich damit eigentlich jetzt ausdrücken wollte. Ne. Ich finde es auch ein bisschen schade für alle, die jetzt natürlich das Spiel auf der PS4 haben. Aber ich verstehe es halt auch, dass mal irgendwann Schluss ist mit PS4-Unterstützung. Ich habe jetzt leider keine historischen Daten, aber ich vermute mal, dass, sage ich mal, dass jetzt nur der Anfang ist. Und wir innerhalb des nächsten Jahres nicht mehr viel Content für die PS4 sehen werden. Oder es halt immer weniger werden wird. Ich vermute mal nächstes Jahr als Schluss. Was das angeht. Gucken wir mal, ne. So. Was hatte ich jetzt eigentlich? Ich weiß gar nicht mehr. Wie, wie, wie? Ach so. Ne. Wir waren bei den Trailern. Ich weiß gar nicht mehr, was alles getrailert wurde. Wie gesagt, das lief halt so nebenher. Lasst mich mal kurz überlegen, was war denn noch alles? Fromsoft habe ich schon gesagt mit Armored Core. Gut, dass Game of the Year Elden Ring wurde, das war, glaube ich, das ist relativ klar. Da, glaube ich, brauchen wir nicht drüber reden. Das war von vornherein ziemlich klar. Aber, ähm, was gab es denn noch? Ganz viel God of War natürlich, ganz viel Elden Ring, Art Direction, Score and Music war bei God of War. Das finde ich ein bisschen schade, dass das nicht Metal Hellsinger wurde. Das wäre richtig gut gewesen. Ich zeige euch einfach die Seite gerade, ne. Geh mal halt einfach mal so da durch. Ist doch viel einfacher als jetzt hier, ne. Ihr wollt ja auch was sehen, denke ich mal. So, hier. Da. Ich mag übrigens diesen doofen Effekt hier gerade sehr. Der ist doof, aber hey. Genau. Game of the Year, glaube ich, ist relativ klar. Also, ne, absolut. Was war das nächste? Best Game Direction. Da muss ich zugeben, hätte ich eher ein God of War gesehen. Oder auch ein Forbidden West. Das ist eher noch ein God of War. Ähm. Als ein Elden Ring. Da bin ich ganz ehrlich. Aber, freuen tut es mich trotzdem für FromSoft. Ne. Von dem her. Du kannst verstehen, dass man irgendwann die Alters von 2013 loswerden will. Aus Entwicklersicht bestimmt auch eine Erleichterung. Oh ja. Nur noch für die potentere Hardware zu entwickeln. Dennoch ärgerlich, dass der Split mit dem DLC kommt. Ja, das ist tatsächlich ärgerlich. Ja, da bin ich voll und ganz bei dir. Weil, nur weil du das Spiel auf der älteren Konsole gekauft hast, jetzt nicht in den Genuss davon zu kommen. Da werden sie auch noch jetzt nicht unbedingt einen riesen Shitstorm abbekommen. Aber, ne, das, äh, ja. Ja. Sie haben sich so viel Mühe gegeben, dass es auf der PS4 gut läuft. Das tut es auch. Und, äh, das verstehe ich schon. So. Im Lifecycle von einem Spiel zu sagen, ja, schade. Das, ja, das, da bin ich jetzt auch nicht der größte Fan davon. Meine Aussage war auch eher global quasi gerichtet, was das Ganze angeht. Also, dass, äh, die PS4 jetzt stückchenweise halt nicht sterben wird, aber immer weniger dafür rauskommen wird. Bis es halt irgendwann auch vorbei ist. Ich, ich, ne, es ist, ich glaube, bei der PS3 hat es auch noch, obwohl, bei der PS3 bin ich mir gar nicht sicher, wie lange hat es denn gedauert, bis da nichts mehr rauskam. Ich glaube, die Entwickler waren alle froh, dass sie den dämlichen Cellchip los wurden. Der zwar super cool war, aber den, wo es ja halt auch sieben Jahre gebraucht haben, um den zu verstehen. Ähm, ja. Blöd. Ja, gut. Ähm, genau. Best Game Direction, das war das. Dann Best Narrative, God of War. Da bin ich dabei, auch wenn ich es noch nicht durchgespielt habe. Ähm, die Story ist einfach insane gut. Von dem, was ich da bisher mitbekommen habe. Was haben wir noch? Die Best Art Direction. Da hätte ich Scorn gesehen, persönlich. Ich weiß leider nicht mehr, was ihr ausgewählt habt, als wir gevotet haben, ne. Ich weiß es leider nicht mehr. Deswegen, I don't know. Aber Scorn wäre halt was, irgendwas gewesen, was man so halt nicht so oft sieht. Elden Ring sieht. Brechen wir es mal runter. Es sieht aus wie DS3 in einer offenen Welt. Also, von dem her, ne. Das ist jetzt, Elden Ring ist hübsch, Elden Ring ist gut und Dings. Aber da hätte ich halt eher Scorn gesehen. Was ist Scorn? Oh. Lu, da hast du was verpasst. Hast du die Alien-Filme gesehen? Ähm. Dann kennst du nämlich die, ne, die Aliens, die Xenomorphs. Die wurden von HR Giga, äh, designt, entworfen, wie auch immer. Und das ganze Spiel geht so ein bisschen in diese mechanisch lebende, organische Dinge ins Reihen. Es ist einfach nur eklig. Es sind einfach lebende Maschinen, könnte man sie beschreiben. Es ist einfach nur, es sieht einfach nur super eklig aus. Ähm. Und, äh, ja, spielerisch, ich hab's abgebrochen tatsächlich. Spielerisch hat's mich überhaupt nicht gecatcht. Auch wenn ich die, die, äh, Grafik von dem Ganzen sehr mag und auch das Konzept an sich. Aber, ähm, von der Art Direction her, weil es halt einfach was ist, was man so noch nicht gesehen hat. Ich mein, Horizon Forbidden West geht auf Hyperrealismus. God of War geht auf Hyperrealismus. Stray ging auf Hyperrealismus. Elden Ring ist DS3 in größer. Ich mein, für mich persönlich stellt sich hier keine Frage, was die Art Direction angeht. Dass man dann den Titel nimmt, der nicht das bedient, was man eh schon kennt. Ähm. Ähm. Aber hey. Ne? Das hat eine Jury entschieden. Hahahaha. Also von dem her. Ich freu mich natürlich für alle Gewinner. Ganz klare Sache. Und allein hier nominiert zu sein, ist eine Riesensache für alle. Das, äh, ne? Ich glaube, hier braucht niemand traurig sein, dass er seinen Preis nicht bekommen hat. Weil allein, dass man hier auf dieser Webseite steht, ähm, in einer bestimmten Kategorie, ist einfach heftig. Aber ich persönlich, ich hätte da eher Scorn gesehen. Ne? Aber. Ich bin nicht da in der Jury. Ich konnte nichts dagegen tun. Hahahaha. Verstörender Horror Walking Simulator mit abstrusen Rätseln. Ja, ich weiß nicht mal, ob ich Scorn so wirklich beschreiben würde. Es ist, äh, Walking Simulator. Ja. Schon. Abstruse Rätsel. Sagen wir es mal so. In meinen Augen die Rätsel, die ich gemacht habe, bis ich dann gesagt habe, nö, habe ich keinen Bock mehr drauf. Die waren halt einfach nur teilweise so verwinkelt und so dermaßen komplex und über den eigentlichen Fokus vom Spieler hinaus in diesem Moment. Dass ich mir so dachte, so, what the fuck, warum muss ich in 50 Räumen da hinten einen Schalter umlegen, damit ich hier irgendwas tun kann? Ähm. Und, äh, ja, was, was die Gegner angeht in dem Spiel, das, die haben mir den Spaß komplett vermiest. Ähm. Die, da war ich, da war ich raus. Weil ich bin halt irgendwann nur noch gestorben. Weil, das Spiel erklärt ja nicht mal, wie man eine Waffe nutzt und offensichtlich bin ich nicht drauf gekommen. Aber das ist halt auch das Konzept vom Spiel. Es wirft dich rein und es erklärt dir nichts. Es sagt dir nicht mal, wie du den Charakter fortbewegst. Es sagt dir wirklich nichts. Du musst dir alles selbst errätseln. Es hat sogar noch weniger Tutorial, als es ein Dark Souls zum Beispiel jemals hatte. Und das hatte schon nichts. Das hat dir auch nur gesagt, ja, da greifst du an und da greifst du hart an quasi. Und das ist deine Blockentaste. Mehr hat dir das nicht verraten damals. Scornis, was das angeht, noch, noch viel, viel, viel. Ähm. Ich such gerade das richtige Wort dafür. Viel Obstruser. Ist das das richtige Wort? Viel Verschleiernder? Ähm. Weiß ich nicht. Aber hey. An sich ein cooles Spiel. Mich persönlich hat es dann irgendwann einfach aufgeregt. Ich habe mir ein Let's Play angeguckt. Ist auch in Ordnung. Das ist entdeutschlich, dass hier Xenoblade Chronicles 3 nicht gewonnen hat. Ich muss gestehen, ich habe hier relativ wenig Ahnung vom Soundtrack. Genauso wie bei Plague Tale. Muss ich tatsächlich zugeben. Elden Ring ist klassischer FromSoft Soundtrack. Klassischer FromSoft Bombast. Und in meinen Augen auch zwei der besten Tracks, die jemals in einem Soundtrack zu hören waren. Ähm. Dabei. God of War Ragnarok. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich war überrascht, dass das gewonnen hat. Bin ich komplett ehrlich. Ähm. Da habe ich heute echt ein bisschen doof geguckt. Weil der Soundtrack. Ja, der ist gut. Aber er geht total unter im Spiel. Er geht total unter. Ich kann mich nicht an eine Sache bei God of War erinnern, wie die klingt. Außer, wie wenn die Axt auf Holz fliegt und da stecken bleibt. An dieses Geräusch kann ich mich erinnern. Also der Score geht da schon irgendwie gefühlt unter. Und bei Metal Hellsinger, denen hätte ich es gewünscht. Weil, holy shit, was die für ein Ensemble an großartigen Musikern zusammengebracht haben. Ähm. Aus dem ganzen Genre. Das, äh. Das ist mega cool. Aber bei Xenoblade, was ich gehört habe, der Soundtrack ist auch nicht schlecht. Aber ich konnte jetzt auch nicht sagen, dass ich jetzt irgendwie den groß favorisieren würde oder so. Aber, ja. Natürlich, klar. Seine eigenen Favoriten und so sieht man natürlich auch gerne vorne, ne. Verstehe ich voll und ganz. Ähm. Die meisten Games sagen dir nix. Blue, du musst öfter hier reingucken. Dann lernst du ganz viele tolle Spiele kennen. Ähm. Schamlose Eigenwerbung. Lass jetzt ein Follow da. Oder ein Abo auf YouTube. Ähm. Ähm. Ja. Ähm. Gut. Wie gesagt. Hier war ich tatsächlich etwas, äh. Etwas überrascht. Sehr überrascht. Andererseits Bear McCreary ist jetzt auch kein unbekannter Name. Von den anderen habe ich jetzt so doch nicht wirklich was gehört. Wenn ich ehrlich bin. Jetzt mal rein von dem her. Aber ist halt auch immer die persönliche Bubble, die dann zählt. So, jetzt gucken wir mal. Das nächste war Best Audio Design. Äh. Äh. Ja. Was hat man denn da? Genau. Modern Warfare 2. Kann ich nicht beurteilen. Elden Ring ist gutes Audio Design. Aber. Fällt mir ein Aber ein. Nee, es ist. Aber es ist jetzt auch nichts, was man noch nicht gehört hat. Ich sage mal, es teilt sich schon relativ viel mit den vorherigen Titeln. God of War Ragnarok ist einfach nur bombastisch. Gran Turismo 7 hätte ich vermutet. Tatsächlich, dass das gewinnt, weil Rennspiele oder vor allem Gran Turismo sind, was Audio Design geht, immer topnotch. Also die sind wirklich, wirklich krass, weil gerade Gran Turismo Serie, ne, die legt so viel Wert auf Realismus. Ähm. Forbidden West war auch ziemlich geil vom Audio Design her. Daran kann ich mich erinnern. Da war ich mehrfach geflasht. Ähm. Aber ja. Aktuell fehlt hier God of War Ragnarok auch noch. Da wartest du lieber auf eine Selbe, als es im Angebot ist. Ich kann nur so viel sagen. Es ist ein wirklich geiles Spiel geworden. Ich habe es noch nicht durch. Ich muss das jetzt nochmal durchbringen. Nächste Woche kommt halt auch schon Crisis Core Reunion raus. Ich bin halt momentan nur im Zocken. Aber hey. Ich habe ab nächster Woche, nächsten Wochenende dann vier Wochen frei. Das heißt, ich werde Zeit haben zu zocken. Und dann kann ich ein bisschen Stapel abarbeiten. Mal gucken, ob ich das mache. Oder ob ich dann doch andere Dinge tue. Aber ja, mal gucken. Ähm. Genau. Was warten wir dann? Best Performance. So. Und da ist es. Ähm. Wir hatten hier Forbidden West. Äh. Ashley Birch müsste Aloy gewesen sein. Ähm. Ich finde es ein bisschen schade, dass hier nicht dasteht, wen sie charakterisieren. Äh. In dem Moment. Was ich auch interessant finde, ist tatsächlich, dass wir hier zweimal Ragnarök haben. Einmal Christopher Judge und einmal Sunny Sulcic. Sulcic. Ähm. Nö. Ich weiß nicht, wie man den genau ausspricht. Äh. Das ist Boy. Und äh. Jetzt muss ich mal. Jetzt muss ich mal. Ähm. Wollt ihr sieben Minuten Dankesrede hören? Hahaha. Hahaha. Es war halt großartig. Das war so der erste große Award, der verliehen wurde, wo jemand auf die Bühne kam. Ähm. In der Show. Und dann Christopher Judge. Erstmal total sprachlos und was weiß ich. Erstmal nur tatsächlich rumgestammelt. Ich glaube, er hat null damit gerechnet und sich null darauf vorbereitet. Ähm. Und dann hat er angefangen. Erstmal, er hat seiner Mama gedankt. Dann seiner Frau. Seiner Tochter. Dann irgendwann den Spielern. Dann hat er noch so ein bisschen gesagt. Ja, als God of War Ragnarök nicht mehr von dem, äh, directed wurde, der den ersten Teil directed wurde. Er hat gesagt, er hat gekündigt. Hätte man ihm damals vor dem ersten Teil gesagt, dass es geht um ein Videospiel, hätte er wahrscheinlich nein gesagt. Ähm. Und so weiter und so fort. Und, oh Gott. Schaut euch das an. Auf YouTube. Das ist, das... Seine Dankesrede ist einfach nur wholesome. Das ist sieben Minuten lang wholesomeness. Hahaha. Voll gut. Und, äh, ich mochte ihn ja sowieso schon, auch als T-Alg damals, von dem her. Es ist, äh, er war halt einfach mein persönlicher Favorit. Das, äh, ja. Und sie hat Elo gesprochen. Ja, sehr gut. Momentan wartest du auf, was? AEW Fight Forever? Was ist das? Das klingt nach Wrestling, wenn ich ehrlich bin. Das klingt nach Wrestling. Sagt mir nischt. So, Games for Impact. Ja, hatte ich persönlich ein bisschen auf Endling gehofft. Es wurde dann As Dusk Falls. Das mir nur vom Namen her was sagt. Und das Cover habe ich schon öfter gesehen. Ich habe aber keine Ahnung, um was es im Spiel geht. Vielleicht sollte ich es mir mal angucken. Vielleicht sollte ich es mir mal angucken. Ach ja, noch eine Show, äh, noch eine Sache, die während der Show sehr, äh, sehr offensiv beworben wurde, war natürlich der Game Pass. Hahaha. Ähm, was jetzt aber auch nicht wundert, weil die bewerben alles und überall, ähm, sehr, ähm, sehr offensiv. Also von dem her. Wrestling Game. Ja, siehste. Wusste ich es doch. Wusste ich es doch. Ist tatsächlich bei Santa Monica so gewollt? Jeder God of War tile hat einen anderen Director bekommen? Echt? Das wusste ich gar nicht. Ah. Hm. Okay. Dann ist es ja noch krasser, dass sie so eine schöne, kohärente Geschichte erzählen, die einfach immer und immer weiter geht. Ist ja insane. Mega gut. Gut, wobei Storywriter nicht unbedingt Director. Aber trotz allem, ja, es ist, äh, man merkt schon, dass Ragnarök aus einer anderen, oder anders ist als der erste Teil irgendwie. Obwohl doch vieles gleich ist und gewohnt. Aber, ja, okay. So, jetzt gucken wir mal. Nein, nicht share. Nein. Wie, wie, wie bin ich jetzt? Ach, da oben ist die Navi. Gott, die Seite ist irgendwie total verwirrend. Best ongoing. Final Fantasy 14. War keine Frage, ne? Das war absolut keine Frage. Hahaha. Hahaha. Hätten sie auch nur eine Option reinmachen können, Final Fantasy 14, passt schon. Sind wir mal ganz ehrlich. Das Spiel geht so dermaßen ab, dass da einfach auch der, der Spieler-Support ist, der Community-Support, das, äh, ist halt voll und ganz verständlich, ne? Hm. Es gab ja der M-Games mal den umfassenden Artikel zum Franchise, wo unter anderem das erwähnt wurde. Okay, okay. Was haben wir da noch? Best Indie. Ja. Ich hätte es Tunic gewünscht. Sehr sogar. Es wurde Stray. Jetzt höre ich, das habe ich vorhin schon die ersten Stimmen gelesen. Oh, wenn Stray ein Indie-Game ist, blä, blä, blä. Ja, es ist ein Indie-Game. Deal with it. Hahaha. Wäre da ein Hollow Knight gestanden, dann hätte das gewonnen. Und da hätte sich niemand drüber beschwert. Ist aber die gleiche Situation wie bei Stray. Also von dem her, verdient. Ist ein cooles Game. Ist ein sehr, sehr cooles Spiel. Ähm. Cult of the Lamp natürlich auch. Neon White habe ich halt nie gespielt. Ähm. Sifu habe ich auch nie gespielt. Aber das sieht halt auch ziemlich cool aus. Ich hätte es allen gewünscht. Allen. Aber, ne, Stray auch verdient. Weil es auch nochmal sowas komplett anderes war. Cult of the Lamp mega geil. Ja, es hat schon so richtig viel Spaß gemacht. Das war richtig gut. So, was haben wir noch? Mobile Game. Da bin ich raus. Ich habe schon mal was von Genshin Impact gehört. Ich habe schon mal was von Diablo Immortal gehört. Ich habe schon mal was von Apex Legends gehört. Marvel Snap war mir komplett neu. Tower of Fantasy. I don't know. Hahaha. Aber Marvel Snap hat gewonnen. Ähm. Community Support. Ne, ich habe es gerade schon gesagt. Final Fantasy 14. Natürlich. Ich hätte es No Man's Sky gewünscht. Bin ich ganz ehrlich. Weil was die in ihr Spiel reinbuttern, ist der Hammer. Ähm. Was haben wir noch? Innovation in Accessibility. Äh. God of War. Offensichtlich. Wundert mich etwas. Weil tatsächlich finde ich die Optionen in... Ich habe mir die extra angeguckt. In Last of Us. Also zumindest in Part 2. Und Part 1 baut wahrscheinlich auch darauf auf. Ich glaube, das hatten wir ja schon mal. Ähm. Deutlich umfangreicher. Aber hey. Noch ein Award, ne? Ich weiß gar nicht, wie viele Awards sie am Ende hatten. Best VR und AR. Ähm. Ich bin ganz ehrlich. Da kenne ich immer noch nur Among Us. Hahaha. Äh. Moss Book 2 sagt mir nischt. Aber sie haben offensichtlich gewonnen. Was hat man noch? Action Game. Bayonetta 3. Das wundert mich persönlich relativ wenig. Wenn ich ehrlich bin. Auch wenn es technisch unter aller Sau ist. Es ist einfach... Oder was heißt unter aller Sau? Es ist halt... Ja, nein. Es ginge besser. Es ging auch. Es ginge auch auf das Twitch deutlich besser. Gleiches Problem wie bei Pokémon. Ähm. Aber... Ja. Es ist ein großartiges Spiel. Ich habe nur den ersten Teil davon gespielt. Und der war mega, mega cool. Also von dem her. Gucken wir mal. Äh. Was haben wir hier? Best Action and Adventure. God of War. Natürlich. Hahaha. Es ist jetzt... Es wird... Es wiederholt sich langsam, ne? Ähm. Ich glaube, wir sind auch bald mit den Spielkategorien durch. Es hat technisch seine Macken. Ja, aber spielerisch. Oh boy. Ja, genau. Das gleiche ist es mit Pokémon halt auch. Ne? Es hat technisch seine extreme... Also extreme Macken. Aber... Spielerisch ist es halt richtig gut. Es ist... Es ist nicht umsonst das erste Pokémon, das mich tatsächlich wirklich wieder gefesselt hat. Seit... 20 Jahren. Hahaha. So um den Dreh. Hahaha. Hahaha. Hallöchen Finor. Hi. Hallöchen. Hallöchen. Wir gucken gerade die Game Awards durch. Wer, wie, was, wann, warum gewonnen hat. Und ich gebe da meine Meinung zu. Ich reakte quasi auf eine Website. Kann auch nicht jeder. Hahaha. Ähm. Dann. Best Roleplaying. So. Und Elden Ring hat das in meinen Augen natürlich perfekt... Ähm. Oder perfekt verdient gewonnen. Weil... Wenn du ein Spiel hast, in dem du Roleplayen kannst... Kannst. Und alles tun kannst. Weil du einfach die Freiheiten hast von dem, was du machen kannst. Wie du dich ausrüsten kannst. Wie du vorgehen kannst. Dann ist es Elden Ring. Es ist einfach... Es ist der Hammer. Also von dem her... Das hier... Verstehe ich zu 100%. Und ihr seht nicht mal, wo ich mit der Maus wirklich kreise. Weil da dieses komische Geglitzer gedünst ist. Aber ich fahre über Elden Ring. Hahaha. God of War ist aber auch sowas von gut. Ja. Ja. Ich bin noch nicht durch. Ich schätze mal, dass ich so ungefähr bei der Hälfte vom Spiel bin. Ähm. Aber es ist... Es macht unglaublich viel Spaß. Es ist richtig, richtig gut. Ah. Dein letzter gespielter Teil war Silber. Ja, bei mir war es Kristall. Ich mochte nie die Originale Edition. Ich wollte immer die nachgelagerte Mitteledition haben. Ich hatte auch Gelb statt Blau oder Rot. Hat dir auch sehr gut gefallen bis jetzt. Bis schon im Postgame-Content. Ja, mir fehlen nur noch die exklusiven Pokémon von der anderen Seite. Und ein... Ein Item fehlt mir noch. Und dafür müsste ich Raids machen wahrscheinlich. Ja, dafür müsste ich Raids machen. Und da habe ich irgendwie keinen Bock drauf. Aber dann habe ich 100% in dem Spiel. Und das hatte ich noch keinem Pokémon seit Gelb. Also. Ja, ne? Ja, das... Also wenn sie jetzt noch die Technik für den nächsten Teil hin bügeln könnten. Und nochmal so ein spielerisches Erlebnis rausbringen könnten. Wäre ich sofort wieder dabei. Mega gut. Mega gut. Pokémon war nie interessant. Blu, du gehörst damit zu einer sehr interessanten Minderheit. Tatsächlich. Spannend. Das hört man relativ selten von Leuten. Dass sie an Pokémon so gar kein Interesse haben. Das hört man wirklich nicht so oft. Okay. Best Fighting. Multi versus. I don't know. Kenne ich nüsch? Also. Von dem her. Ich hätte jetzt hier Sifu gesehen. Weil das ist einfach 1 zu 1 ein Fighting Game. Und was für eins. Allein vom Konzept her. Aber. Okay. Ne? Nie gespielt. Kann ich nicht beurteilen. Aber. Herzlichen Glückwunsch. Gingern die auch komplett vorbei. Oh mein Gott. Wir haben hier schon zwei Leute, die mit Pokémon nichts am Hut haben. Was? Was ist denn da los? Das ist ja wild. Ahem. Oha. Gut. Amy ist sofort triggert. Hallo. Best Family. Kirby. Wundert mich gar nicht. Ich bin tatsächlich auch immer noch versucht mir Kirby and the Forgotten Land zu kaufen. Weil es einfach mein erstes großes Videospiel war Kirby. Kirby. Was war denn das? Kirby. Kirby Streamland 2. Und. Irgendwie habe ich Bock jetzt nach knapp 30 Jahren nochmal einen Kirby zu spielen. Ich weiß auch nicht wo das herkommt. Aber es sieht halt super niedlich aus. Es ist halt ein schönes Casual Game. Poke was. Ist das was zum Essen? Hallöchen Eol. Und. Ja. 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 Ich muss diese Frage mit Ja beantworten. Ich habe mir diese Frage tatsächlich auch schon mal gestellt. Was essen die Leute eigentlich in Pokémon? Wenn da Fleischgerichte sind. Und es gibt Fleischgerichte. Und ja das Schinken Sandwich in Pokémon ist Original Aussage. Pokémon Company ist vegan. Dieser Schinken ist vegan. Aber trotzdem. Wenn man sich das Zeug so durchliest. Gerade jetzt in den letzten Teilen. In. Kamesin und Purpur. Genau. Dann steht da schon ab und zu mal. Irgendwas so von Essen. Und dass die das von Pokémon verwenden. Und jetzt mal ganz ehrlich. Wenn die schon Teile von Pokémon verwenden. Dann schmeißen die die auch in die Suppe. Weil was willst du sonst. Was willst du sonst machen. Mit 400. Weiß ich nicht. Ratfrats. Die du gefangen hast. Weil du einen Shiny haben wolltest. Was willst du mit denen machen. Du kannst die doch nicht auf die Welt loslassen. Das ganze Ökosystem ist einfach komplett am Arsch. Du musst sie ja verwerten. Pokémon fressen sich gegenseitig. Es gibt Fleischfresser. Hallo. Natürlich kann man die essen. Das geht. Ob sie schmecken weiß ich nicht. Kann ich nicht beurteilen. Aber Hauptsache der Schinken ist vegan. Aber naja. Man hätte da auch ein Fairkolli reinschmeißen können. Wer hätte sich angeboten. In meinen Augen. Aber naja. Hallo Sammy. Guten Tag. Nein dich essen wir nicht. Nee brauchst du keine Angst haben. Brauchst du nicht? Nee brauchst du keine Angst haben. Du wirst nicht gegessen. Nuh nuh. Keine Sorge. Pokémon war bei Diagen 1 und 2. Dann lang nix bis Sonne und Mond. Da ist wieder rein und so Semi dabei geblieben. Ja aber das hatte ich trotzdem irgendwann nochmal eingeholt. Ich war quasi. Ich habe festgestellt. Ich habe jedes Pokémon das auf der Switch released wurde. Außer das Snap gedöhnt. Oder wie das heißt. Ich habe auch bis auf dieses komische Remake von... Was war denn das? Ich habe Let's Go Pikachu durchgespielt. Ich habe Schwert durchgespielt. Arceus habe ich abgebrochen. Weil es mir nicht gefallen hat. Und dann war da noch eins. Das war irgend so ein Remake. War das schwarz? Weiß? Nee keine Ahnung. I don't know. Das habe ich tatsächlich nie beendet. Diamantperle? Ja! Genau. Genau das. Genau das. Das habe ich tatsächlich nie fertig gespielt. Ich weiß gar nicht warum. Ich habe es nicht bewusst abgebrochen. Wahrscheinlich kam irgendwas dazwischen in meinem Kopf. Und Hallöchen Anni vermute ich mal. Hallöchen, Hallöchen. Ich hoffe du hast Mario gestern geknüpft. So. Pokémon das Kind weitergeben. Die ist auch voll drin. Wenigstens da hoffst du es noch bei der Musik zu schaffen. Was? Nein Pokémon als Kind weitergegeben. Die ist auch voll drin. Ja nice. Wenigstens da hoffst du es noch bei der Musik zu schaffen. Welche Musik? Jetzt bin ich verwirrt Clem. Jetzt bin ich verwirrt. Ich mache da nichts verkehrt bei Kirby. Absolut wholesome das Spiel. Ja, ich glaube es halt auch. Ich habe schon mal einen Speedrun davon gesehen. Und es sieht halt schon witzig aus. Du nimmst dann ein Pikachu Steak und das Nachtisch. Ein Bisammus. Oh. Ein Bisammus. Nice. Anton süß-sauer. Ja. Ja. Genau. Richtig. Pikachu süß-sauer. Hm. Verstehe. Veganer Schinken. Die Pokémon Company will nur die vegane und vegetarische Community nicht verbrennen. Ja, ich vermute auch. Ja, aber das ist tatsächlich. Ich kann euch jetzt nicht die Quelle nennen, weil ich das aus dem Video habe. Aber da hat jemand bei der Pokémon Company nachgefragt, was denn dieser Schinken ist. Und die haben tatsächlich geantwortet. Ich habe den Screenshot dieser Mail gesehen. Da steht Vegan drin. I don't know. Kirby ist der einzige Charakter, der alles in den Mund nimmt. Und da wäre ich mir gar nicht so sicher. Es gibt gewisse Fetische. Nein, lassen wir das. Mario wurde geknüpft. Sehr gut. Du hast die Diamant-Perle-Remakes auch nicht gespielt, weil sie da deiner Ansicht nach einfach nur das Originalspiel genommen haben. Und mit einer dämlichen Chibi-Grafik, die du furchtbar findest. Ja, okay. Ja, verstehe. Ja, verstehe. Gut, es war halt auch nur ein Remaster. Es war jetzt kein Remake oder so. Nicht so wie die Let's-Go-Teile. Aber ja. Ich habe es halt angefangen. Nie beendet. Ich weiß, dass ich irgendwo auf einem Berg, glaube ich, stehen geblieben bin. Ich weiß es nicht mehr. Es ist halt Schinken. Es gibt so viele Sandwiches in allen Varianten. Sie hätten ruhig mal dazustehen können, dass sie für alle Ernährungsstile was beihaben. Ja. Ja. Schon. Also, ja. Natürlich. Chibi-Grafik. Chibi-Grafik erklärt ist, mehr oder weniger, alles was du in niedlichen Anime siehst. Ähm, genau. Große Köpfe, kleiner Körper. Eine verniedlichte Charakteransicht. Wenn man es eindeutschen will, ist es, äh, das, äh, jetzt habe ich es vergessen. Das Kindchen-Schema. Chibi ist, äh, nichts anderes als das Kindchen-Schema. Kleiner Körper, ne, wie so ein, wie so ein frisch geschlüpftes kleines Kind. Kleiner Körper, großer Kopf. Gleich niedlich. Funktioniert. Und, äh, das ist Chibi, wenn man es mal runter bricht. Kindchen-Schema. Chibis sind toll. Chibis sind, ja. Ich meine, ich finde Kinder jetzt nicht niedlich, wenn die frisch geschlüpft sind. Ich finde die auch nachher nicht niedlich. Ich finde die erst toll, wenn die mindestens 18 sind. Und vielleicht halbwegs normal geworden sind. Und vor allem nicht mehr Aromen heulen oder sonst was. Aber Chibi geht immer. Ja, also bei Chibi bin ich dabei. Ja. Wenn man das mal so betrachtet, ist Kirby eigentlich der, der, der Gewinner der Chibiness. Weil er hat halt nur noch einen Kopf und ist niedlich. Da fehlt halt einfach der Körper dazu, ne. Er ist eigentlich das Extrembeispiel eines Chibi. Wenn man mal so drüber nachdenkt. Kirby niedlich? Ja komm, das ist eine kleine, rosa Knutschkugel. Also ich bitte dich. Der ist voll niedlich. Bis er dir irgendwas um die Ohren haut, dann ist er nicht mehr niedlich, aber bis dahin halt. Du strahlst ihn halt so an. Du stehst so vor Kirby. Er saugt dich ein, spuckt dich aus, kackt dich weg. Was auch immer. Dann ist er nicht mehr niedlich, aber... Das ist ein bisschen persönlichen Groll, aber... Ja, bis dahin. Bis er dich einsaugt, ist er niedlich. Das ist ein Fußball. Naja, ohne die Rillen, ne. Von den einzelnen Patches, die da drauf sind. Ja, egal. Weiter. Best Sim und Strategy. Da war ich überrascht. Warum dieses Spiel auch immer einen Award gewonnen hat, ich verstehe nämlich einfach diese Kombination nicht. Mario und Rabbids. Was zum Hanker sind Rabbids? Ich habe das bis heute nicht verstanden. Und ja, ich weiß, wie die aussehen, aber die sind doch weder niedlich, noch cool, noch sonst irgendwas. Die sind einfach nur dämlich. Also Entschuldigung, wenn ich mich damit jetzt irgendwie auf Glatteis begebe, aber... Rabbids sind doch einfach nur dämlich. Mario verstehe ich noch, aber... Ich weiß nicht, warum das Erfolg hat. Das ist mir ein Rätsel. Ich kann das nicht nachvollziehen. Two Point Campus hätte ich hier gesehen. Aber das ist auch das einzige Spiel, das ich jetzt hier auch wirklich noch kenne, ne. Also von dem her. Raving Rabbids sind halt ein Ding für sich sehr speziell, waren auch nie deins. Ja, weiß ich nicht. Die sind halt... Ja, die sind halt schon wieder so speziell, ne, dass sie schon wieder ihre eigene große Zielgruppe haben. Also, warum auch immer. Es gibt so Sachen. Die sind einfach so dumm, dass es schon wieder cool ist. Aber hey. Offensichtlich. Haben die eine Nord-Up geräumt. Dann Best Sports und Racing. Da haben wir endlich Gran Turismo 7. Wundert mich relativ wenig. Ich finde es auch sehr gut, dass FIFA nicht gewonnen hat. Weil das wäre ja gerade nach dem Eklat neuerdings vor gar nicht allzu langer Zeit. Ist glaube ich gerade mal ein Monat her mit FIFA und so weiter und so fort und allem, was da dazugehört. Wäre das kein gutes Zeichen gewesen, wenn das gewonnen hätte. Was haben wir dann noch? Was haben wir dann noch? Best Multiplayer! Splatoon 3! Kann ich nicht beurteilen. Joggoble! Ich reiche dir jetzt quasi das Mikro. Ich habe nichts, was wie ein Mikro aussieht gerade. Aber ich reiche dir quasi jetzt das imaginäre Mikro. Bitte erzähl uns doch mal, was Splatoon 3 im Multiplayer so besonders macht. Ich habe ja auch keine Ahnung. Total War Warhammer 3 fandest du nicht so toll. Dune ist auch leider nicht dein Fall geworden. Und Victoria 3 ist typisch ein Paradox Sandbox, das erst mit DLCs gefüllt werden muss. Okay, ja. Ja, das ist so ein bisschen die Masche von Paradox, ne? Die stellen dir ein Spiel bereit, das gut funktioniert, aber zu wenig Möglichkeiten hat. Ist ja mit City Skylines genau das gleiche. Ich meine, schau dir City Skylines ohne DLCs an. Wow! Du kannst Straßen bauen. So in der Richtung. Das coole Zeug kommt halt erst noch. Aber ähnlich ist es ja mit Sims zum Beispiel auch, ne? Es ist ja auch am Anfang erstmal nur so ein bisschen Sandboxy und dann kommt der ganze Content halt nachgelagert. Aber ja. Hast du die Splatoon gespielt? Lohnt sich das? Was macht man da eigentlich? Das weiß ich. Man schießt mit Farbkanonen durch die Gegend. Und einen Multiplayer-Modus kenne ich sogar. Ich weiß nicht, wie viele Leute das jeweils gegeneinander sind. Aber du läufst halt mit deiner Pistole da durch die Gegend oder mit deiner Wumme und versuchst so viel wie möglich von dieser Arena in deiner eigenen Farbe zu färben. Ja, doch, zu färben. Und wer am Ende dann den größten Prozentsatz hat, dieses Team gewinnt. Das ist ein Multiplayer-Modus, den ich kenne. Aber das ist auch mein komplettes Splatoon-Wissen. Also wirklich mein komplettes Wissen. Das ging mit Stellaris los. Davor hatten wir von Paradox-Spiele gehabt, die komplett waren. Und die DLCs haben sie sinnvoll erweitert. Ja, ja. Es macht halt schon auch... Also, finanziell macht das natürlich eine Menge Sinn. Und ich sag mal, auch ein City Skylines wäre spätestens durch den Mod-Support halt super, super gut gewesen. Also ohne DLCs, weil man einfach so viel machen kann. Und das Basisspiel funktioniert ja auch hervorragend. Aber die DLCs machen es halt nochmal richtig, richtig gut dann. Also die haben das schon sinnvoll erweitert. Das war jetzt sehr, sehr, sehr übertrieben, was ich da gerade meinte mit Wow, du kannst Straßen bauen. Aber... Ja, es ist eine feine Balance zwischen zu sehr Sandbox und es ist ein komplettes Spiel, das man an bestimmten Stellen noch erweitern kann, ja. Ist ein bisschen schwierig, da die Leute, sag ich mal, auch an der richtigen Stelle abzuholen. Splatoon 3 ist einsteigerfreundlich und hat im Vergleich zu anderen Multiplayer-Titeln beziehungsweise Shootern eine interessante Komponente. Hier steht nicht der Abschluss der Gegner im Fokus, sondern das Einfärben der Arena. Ja, drei Minuten Zeit. Wer am meisten eingefärbt hat, hat gewonnen. Gespielt wird vier gegen vier. Gibt abseits davon noch andere Modi, wo das Einfärben nicht im Fokus steht. Hm. Okay. Hast du das gerade tatsächlich selbst geschrieben? Das liest sich so ein bisschen wie so ein Fazit aus einer Zeitung. Finde ich gut. Passt hervorragend zu meiner Interviewfrage. Bis auf zwei bis drei DLCs haben sie einfach nur Sachen gemacht, für die es längst Mods gab. Ja, ich habe schon lange keinen City Skylines mehr gespielt. Aber die Mods haben schon... Ja, die Mods machen natürlich Sinn. Und City Skylines ohne Traffic Plus oder wie der Mod heißt, ist immer noch unspielbar ab einer gewissen Größe. Aber da gibt es schon cooles Zeug, was sie reingebaut haben. Definitiv. Doch, doch. Doch, 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 doch. Ich habe alle DLCs. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich bin Experte. Ich habe sogar das DLC, das ich nie haben wollte. Wahrscheinlich war es mal im Angebot und ging halt mit. Hast du tatsächlich selbst geschrieben, da du früher aber Redakteurin für ein Online-Magazin warst? Liegt es dir im Blut? Ah. Ja, okay. Das erklärt einiges. Das. Ja. Ja, das erklärt. Gut. Next. Content Creator of the Year. Ich sage es mal so. Wundert mich nicht, dass Ladwig gewonnen hat. Seien wir mal ganz ehrlich. Der macht eine ganze Menge. Der ist... Wir werden von dem in Zukunft noch mehr sehen. Viel mehr. Also, wer so ein bisschen in dieser Content Creator Szene drin ist und das ein bisschen verfolgt, wird Ladwig kennen. Wenn ihr nur hier zuguckt, ist das natürlich auch sehr gut, weil dann habe ich weniger Konkurrenz. Gut. Ähm, dann. Best Debut Indie. Natürlich Stray. Aber trotzdem, ist ein cooles Spiel. Ist ein cooles Spiel. Ähm, ich hätte es trotzdem Tunic gewünscht. Naja, muss ich ganz ehrlich zugeben, aber das ist... Tunic ist großartig. Äh, ich meine, ihr habt das Ende nie gesehen. Das echte Ende, weil das habe ich euch vorenthalten. Das liegt immer noch nur auf meiner Festpl... Nur auf meiner Festplatte. Aber holy shit, man. Das... Das echte Ende von Tunic ist so gut. Es ist so gut. Ähm... Du schreibst mit Blut? Ja, natürlich mit was sonst. Was, hätte man Tinte? Du kennst keinen von denen. Wer? Ja. Ich merke schon, ihr verfolgt das Content Creator Game nicht. Ist aber auch nicht wild. Ihr müsst die Branche nicht im Blick behalten. Ha, 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 ha. Stray nice. Obwohl Tunic auch sehr geil ist. Ja, richtig. Richtig, richtig. Absolut. Ja. Hier, äh, bei der besten Adaption wundert es mich tatsächlich auch relativ wenig, dass Arcane gewonnen hat. Wenn ich ehrlich bin. Ich hab's nicht geguckt. Äh, steht genauso wie Cyberpunk-Edge Runners eigentlich noch aus bei mir. Den Uncharted-Film, ja gut, dass der nicht gut abgeschnitten hat, das war jetzt, glaube ich, kein großes Wunder, weil der war nicht sonderlich gut, ähm, aber Sonic the Hedgehog 2 weiß ich auch nicht, ob der so gut war und Cup Hedgehog steht, da hab ich auch keine Ahnung von, ne. Aber ja. Hättest du dir Cyberpunk gewünscht, Arcane fandest du nicht so toll? Ja, ich kann's nicht beurteilen. Ich hab beides nicht gesehen, wenn ich ehrlich bin. Ich hab beides nicht gesehen. Hättest du nicht gedacht, dass Arcane so gut ist? Kannst du es nur empfehlen. Ja, das hört man halt relativ häufig. Auch für Leute, die mit LOL ansonsten nichts zu tun haben. Ich mach das für euch, dass ich die Branche im Blick habe. Ja, es ist so. Es ist so. Irgendwie keine Zeit, das kenn ich halt auch. Das, äh, ja. Serien kosten einfach Zeit. Das, ja. Kenn ich gut. Sehr gut sogar. Und Uncharted war nicht so gut. Ja, das, äh, hat man leider alles schon gehört. So, und ich glaube, jetzt sind wir auch bei den Kategorien, die wir relativ schnell überspringen können. Obwohl, nein. Most Anticipated Game. Das war ja jahrelang Elden Ring. Dann kam Elden Ring raus. Und zack, ist es... Wer hätte es gedacht? Zelda. Natürlich ist es jetzt Zelda. Ich mein, hallo. Ne? Ne? Also, ist jetzt... Keine Überraschung. Ähm. Ja. Ja. Es, äh... Ich freu mich da auch tatsächlich drauf. Ich freu mich sehr auf das neue Zelda. Ähm. Ich bin da sehr gespannt drauf. Ich, äh, hoffe nur, dass ich daran nicht wieder 400 Stunden verbringe oder so. Genau. Ansonsten Best E-Sports Game haben wir Valorant. Ähm. Okay. Kann ich selber nicht beurteilen. Aber jetzt sind wir in dem ganzen E-Sports-Gedöns. Jetzt kommen noch die E-Sports-Athlets. Jacob, Yay, Whittaker. I don't know. Kenn ich nicht. Dann haben wir E-Sports-Team laut. I don't know. Kenn ich nicht. FaZe Clan hab ich schon mal gehört. Der beste E-Sports-Coach. Okay. Wieder Valorant. Äh. Oder wieder in Valorant. Und dann haben wir noch das beste E-Sport-Event. Und gut, das hab ich sogar schon mal gesehen. Den, äh, League of Legends World Championship. Die League of Legends World Championship. Die hab ich schon mal gesehen. Aber, ja. Ne? Das war's. Das war's. Das ist, äh. Das war die Game Awards. Eols Weisheit des Tages. Wenn man keine Zeit hat, muss man sie sich nehmen. Mmh. Mmh. Darauf Cheers. Hm. So. Für dich ist es tatsächlich Hogwarts Legacy. Du hoffst so sehr, dass es gut wird. Von dem, was ich bisher gesehen habe, wird das, glaube ich, ein echt gutes Spiel. Ne? Man kann jetzt von, äh, von, von J.K. Rowling halten, was man will, et cetera. Ähm. Ähm, ich, ich, ich sehe das tatsächlich auch zweigespalten. Ich sehe auch die Probleme mit der Zweigespalten, äh, mit, mit der Zweispaltigkeit, was das angeht. Weil am Ende unterstützt man sie immer in irgendeiner Art und Weise. Aber, ich finde nicht, dass man jetzt das Spiel dafür abstrafen sollte, dass dahinter eine Person steht, die jetzt, sag ich mal, eine sehr, sehr, sehr extreme Meinung hat, die man so nicht unbedingt unterstützen sollte. Aber, ja, ich weiß nicht, ob ich es spielen will, wenn ich ehrlich bin. Ähm, bin ich ganz ehrlich, weil, ich, ne, ich weiß es einfach nicht. Es gibt so viele andere Spiele. Und ich glaube, bei mir fällt am ehesten Hogwarts, äh, Hogwarts Legacy runter. Von den, von den großen Titeln, die ich zocken will. Also, ja. Du futterst Baumkuchen. Oh, Baumkuchen ist nice. Hm, Baumkuchen ist nice. Guck mal, Eol, du nutzt ja sogar den, dein, dein, dein Fußball. Als, äh, als Emote. Also, bitte. Jetzt geht's aber los. So. Jetzt kommen wir zu einer Preisverleihung, die auch gestern stattgefunden hat, die aber tatsächlich etwas weniger, ähm, ja, etwas weniger prestigeträchtig war, sage ich jetzt mal. Äh, oder etwas weniger, äh, etwas weniger groß, ähm, aufgezogen wurde. Nämlich zu, so, ich hab jetzt das massiv vergrößert für euch. Dem deutschen Entwicklerpreis 2022. Das ist kein Fußball, das ist gut, das ist Kirby in dem Emote. Also, bitte. Ja, Hallöchen Andi, hi. Ja, der fand nämlich gestern auch noch statt. Also, tatsächlich gestern und nicht so wie die Game Awards eigentlich gestern, aber halt nicht unser gestern, sondern amerikanisches gestern. Alles sehr verwirrend. Zeitzonen, man sollte Zeitzonen abschaffen. Ähm, dann könnte ich auch tagsüber schlafen, weil es dann einfach dunkel wäre am anderen Ende der Welt. Geil. Hahaha. So. Gut. Ähm, wer hat hier so gewonnen? Äh, ich muss zugeben, ein paar Sachen hier sagen mir nicht mal was. Äh, aber bestes deutsches Spiel und ich muss ganz ehrlich zugeben, es wundert mich relativ wenig, The Wandering Village. Es ist ein sehr, sehr cooles Spiel. Ähm, ich hab's selbst nicht gespielt, ich hab's nur ein paar Mal gesehen und es ist vom Konzept her allein halt schon mega, ne? Es ist ein City Builder. Gleichzeitig hast du so einen Riesenvieh, auf dem du rumreitest, um dessen Gesundheit du dich kümmern musst und so weiter und so fort. Ähm, also, mega gut. Äh, ich, ich weiß noch nicht, ob ich's irgendwann spielen werde, aber ich, ich kann's von dem, was ich gesehen habe, nur empfehlen. Dann bestes Indie Game, Revita, Revita, Revita wahrscheinlich. Bin ich ganz ehrlich, es sagt mir nichts. Ich, ich bin, ich bin 100% ehrlich, es sagt mir nichts. Was ist das? Warum ist ein Game aus der Schweiz ein deutsches Game? Äh, weil deutschsprachig, das ist, äh, für den kompletten Dachbereich. Also Deutschland, Österreich, Schweiz. Das stimmt schon, das passt schon. Weil sonst wäre Lego Brick Tales auch nicht hier drin. So. Du verkrümmelst dich jetzt wieder in den Pokémon Lurk. Lauschst aber, äh, lauschst aber aufmerksam. Ja, nice. Sehr gut. Sehr gut. Nicht vergessen, wir kommen noch zur eigentlichen Talkrunde. Das ist ja nicht das Thema. Das ist ja jetzt nur das Vorgeplänkelt. Die eigentliche Talkrunde geht ja über Körperschmuck. Kommt noch. Dann könnte ich tagsüber schlafen. Live-Facts von Benni. Nur hier auf Twitch. Ja, wenn es halt dunkel ist. Ne, das wäre ja großartig. Dann könnte ich die Nacht quasi durcharbeiten und tagsüber schlafen, weil es tagsüber dunkel ist. Geil. Äh, ja. Eol, warum hast du gerade genau dieses Quote ausgesucht? Feuer, 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 Feuerpfeile, RTSR tot. Ich kann mich an diesen Fight erinnern bei Aldrich. Ich kann mich tatsächlich dran erinnern. Du rätst bloß, ja, okay. Dann, bestes Casual Game, Lego Bricktails. Das will ich mir tatsächlich auch nochmal irgendwann anschauen, weil das super cool ausschaut. Bestes Game, Beyond Entertainment, Beholder 3. Sagt mir tatsächlich auch nicht wirklich was. Ich sollte mich nochmal informieren, was das ist, wenn ich ehrlich bin. Dann, Game Design, Lego Bricktails. Das ist halt wirklich cool, weil du kannst da drin deine eigenen Lego Sets bauen, mehr oder weniger. Dann, bestes Audio Design. Guckt mal, das kennen wir. Itora. Das haben wir gespielt. Das ist cool. Das ist sehr cool. Mega gut. Ähm, Beste Grafik, Lego Bricktails. Beste Story, nochmal Behold, nee, doch, nochmal Beholder 3. Beste technische Leistung, Wandering Village. Ähm, Innovationspreis, auch nochmal Wandering Village. Dann Sonderpreis für soziales Engagement. Entura and the Letters. Sagt mir tatsächlich nicht wirklich was, wenn ich ehrlich bin. Paws and Leaves im Newcomer Award sagt mir tatsächlich auch nichts. Ich bin schlecht informiert. Ich nenne mich Indie Content Creator und ich habe keine Ahnung. Und dann haben wir noch hier einen Förderpreis für junge EntwicklerInnen. Cassilda, der, nein, tatsächlich EntwicklerInnen. Keine Sprechpause. Cassilda de Solueta. Das klingt spanisch. Das war italienisch. Komm du in meine Alter. Ayruki, Hallöchen. Ja, das ist der deutsche Entwicklerpreis. Ich würde gerne eine andere Quelle als Gameswirtschaft einblenden, aber es gibt noch keine andere Quelle, weil die Seite der, äh, vom deutschen Entwicklerpreis ist noch nicht mit diesen Ergebnissen aktualisiert. Aber hey, schadet auch nicht. Ja. Ne? Soviel dazu. Und dann ist heute noch Chuchu Charles rausgekommen. Was dann auch großartig ist. Also heute ist ein guter Tag. Es ist Freitag, es sind coole Spiele rausgekommen, es wurden eine Menge Awards verteilt und das auch durchaus gerechtfertigt. Und, äh, ja, ne? Das ist alles, alles schön. Alles schön. Gibt's eigentlich eine Übersicht für die Quotes? Ja, in meinem Bot. Aber nicht so direkt für euch. Leider nein. Leider nein. Muss ich mal irgendwann bauen, glaube ich. Ruki, alles in Ordnung bei dir. Alles schön, alles schick. Gilt übrigens auch für dich, Andi. Habe ich noch gar nicht gefragt, ne? Ich hoffe, er kommt jetzt so langsam schön im Wochenende an. Interessant, dass es einen eigenen Award von Ubisoft gibt. Ähm, ja, das, äh, ist, äh, der, 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 der ist immer dabei. Also schon seit vielen Jahren. Ähm, der, der Ubisoft Teil ist, jetzt pass mal auf, was war denn das? Ich versuche das gerade noch mal. So rekapitulieren. Also erstens mal sind die großer Sponsor von dem Ganzen. Ähm, und das war dann, was war denn das? Genau, das ist der Ubisoft Newcomer Award. Das ist mehr oder weniger auch noch ein, ähm, ich sag mal so, es ist auch noch eine riesige Chance, weil du kriegst nicht nur den Preis verliehen und ein bisschen Preisgeld, sondern Ubisoft unterstützt dich dann in deinem Vorhaben. Also unterstützt dich dann wirklich als Studio mit Wissen. Finanziell weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall durch, durch, äh, Coaching, etc. Blablubb. Und deswegen ist das eine sehr, sehr coole Sache. Ne, wenn man jetzt Ubisoft hört, denkt man gar nicht da dran, ähm, dass die hier tatsächlich kleineren Studios, aufsteigenden Studios, frischen, neuen Studios, äh, unter die Arme greifen. Und das ist eine sehr, sehr coole Sache. Sehr, sehr coole Sache. Und, äh, deswegen haben die, sag ich mal, die jetzt hier gewinnen, äh, bekommen die halt wirklich was dafür. Also das ist, äh, mega gut. Das ist mega gut. Blumento-Pferde. Ja, Blumento-Pferde sind großartig. Ich hab früher immer Rododendron gesagt. Ja. Das war auch schön. Alles gut bei dir? Sehr schön, sehr schön. Ja, bei mir auch, bei mir auch. Ich weiß zwar nicht, ob ich vorhin bei meinem Nickerchen gepennt habe oder nicht, weil ich vor meinem Wecker wieder wach wurde, aber, ich hab keine Ahnung, ob ich wirklich geschlafen hab, aber es ist, äh, ja, es ist auf jeden Fall Freitag. Und Freitag ist per se toll. Und es ist nur noch eine Woche bis Urlaub. Oh. Oh, yeah. Geh weg, Freund von Danke. Ich weiß nicht mal mehr, wann ich das gesagt hab, Blu. Aber ja, das ist auch ein schönes Quote. Geh weg, Freund von Danke. Oh mein Gott. Ubisoft unterstützt dich, da müssen mehr Questmarker in die Übersichtung. Quests sind so abwechslungsreich. Wo sind die XP-Booster? Wo kann man die Ingame-Währung kaufen? Nein. Nein, 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 nein. Das, äh... Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Wenn das die Unterstützung ist, ja, nee, dann, glaube ich, könnte ich jetzt auch auf so einen Preis verzichten. Aber nein, das ist, äh... Ich glaube, da geht es eh eher um andere Dinge. Gut. Ja. Damit wäre der Award-Teil, denke ich mal, durch. Das, äh... War jetzt etwas ungeplant, aber ich hab am Dienstag, als ich den Plan gemacht hab, echt komplett übersehen, dass halt, ne, diese ganzen Verleihungen stattfinden, jetzt in den letzten zwölf Stunden, nee, Wir hatten für die Game Awards ja zusammen gevotet, also ihr hattet gevotet, ich hatte geklickt. Und dann dachte ich mir, wir brauchen da jetzt schon noch ein Follow-up dafür. Weil... Ja, ne? Ist halt dann schon auch irgendwie... Gehört halt dazu. Ja gut. Habt ihr zu dem Thema noch irgendwie was in der Richtung? Weil ansonsten würde ich nämlich vorschlagen, dass wir so langsam zum eigentlichen angekündigten Talk-Thema kommen. Bester EOL 2022. EOL 84. Ja, stimmt. Deine 83 Klone sind ja... Was ist mit denen eigentlich passiert? Du hast die Story, glaube ich, nie erzählt. Ich glaube, ein paar sind irgendwo runtergefallen oder so, aber man weiß es nicht, ne? Ah. Besser, man weiß es nicht. Ja, das dachte ich mir. Das... Sowas in der Richtung dachte ich mir schon. Okay. Ja gut, dann wechseln wir mal ganz kurz den Titel. so... da, da... da... hier... Fertisch. Schön. Okay. Dann kann ich das jetzt so machen. So, hatte ich nämlich vorhin alles schon vorbereitet, ne? Ich habe alles schon vorbereitet. EOL hat einen auf Dipper gemacht und den Kopierer falsch benutzt. Gravity Falls Anspielung. Gut, dass du das dazu schreibst, weil... Ich habe Gravity Falls nie... Nein? Ich sage jetzt mal konsumiert, weil ich weiß nicht überhaupt, ob es ein Spiel ist. Es ist eine Serie und ein Spiel. Gut. Manchmal muss man nur wissen, wie man ausweicht. Dann sagt man halt, man hat es nicht konsumiert, weil, ne? Es ist... Manchmal verschwimmen Grenzen. Ach, schön. Ja gut. Okay. Leute. So. Jetzt sollte eigentlich so langsam der korrekte Titel bei euch stehen. Nicht wundern über den Drachen. Ne? Ich habe meinen wunderschönen Titel mit einem Drachensymbol verschönert mit einem Drachen-Emoji, weil viele Leute Drachen als Tattoos haben. So. Das war mein Grundgedanke dahinter und es gibt weder eine Tätowiermaschine, noch gibt es ein Tattoo-Emoji, noch gibt es ein Piercing-Emoji, noch gibt es sonst irgendwie, sonst wie was in der Richtung an Emoji. Deswegen dachte ich mir, okay, nimmst den Drachen. Tribal gab es auch nicht, was ich jetzt gesehen oder eben nicht gesehen habe. Deswegen, ähm, ja, das Thema dieser Talkrunde ist eben, wie gesagt, Körperschmuck. Tattoos, Piercings, spontan fallen mir noch Brandings, andere Arten von Body-Modification ein, äh, etc. Ähm, was haltet ihr da davon? Wie steht ihr da dazu? Ich bin, äh, ich bin, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. also, es gibt ja ganz, ganz viele Sachen, also, ne, Körperschmuck ist ja irgendwie alles, was man mit seinem Körper anstellt. Ich weiß gar nicht, wie man Körperschmuck genau definiert. Persönlich würde ich es als nicht so einfach reversible Änderung an seinem eigenen Körper betrachten. Ja, genau das. Deswegen würde ich jetzt beispielsweise lange Fingernägel, ähm, nicht als Körperschmuck betrachten, weil auch wenn der Körper damit dann geschmückt ist, das ist ja relativ einfach. Packst du eine Schere, schneidest ab, fertig, ist weg. Ein Tattoo wieder aus der Haut rauszukriegen, ist schwierig. Ein Loch von dem Piercing wieder zu entfernen, ist, äh, soweit ich weiß, nicht möglich. Ne, da wachsen dann vielleicht die zwei Hautdinger wieder zu, aber der Kanal bleibt trotzdem bestehen. Ähm, und, äh, ja, ne? Schön, dass ich Tattoos als Körperschmuck betrachte für das Gesprächsthema. Ach so, ja, ja, natürlich, weil, ja, habe ich ja gerade definiert, ne? Klar sind Tattoos Körperschmuck. Absolut. Du hast vier Tattoos, zwei links und zwei rechts am Arm. Damit hast du vier Tattoos mehr. Wow, äh, mehr, mehr als ich, äh, dass ich, ich glaube, dass ich, habe ich vergessen bin dem Satz. Oha. Das muss jeder für sich selbst entscheiden, hast selber nichts davon, wobei dich ein 3D-Steampunk-Tattoo schon interessieren würde. Ja, okay, Eol ist, äh, ist quasi in der, in der Interessiertecke. I see. Du hast soweit kein Problem damit, solange es noch gut aussieht und die Person nicht zum Beispiel mit Piercing so übersät ist, dass man sich beim Tod einschmelzen müsste. Das ist, okay, das ist, ich mag deine, ich mag deine Umschreibung. Und gegen Tattoo Schleifpapier und gegen Löcher Bauschaum. Ja, ich bin da nicht so sicher, ob das so funktioniert, Eol. ich, 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 weiß ich nicht, ne? Baylor hat auch ein Tattoo, sollen aber noch mehr werden und elf Piercings, die meisten im Ohr. Ah, okay, also quasi einmal so, ja, ja, hier, hier oben wahrscheinlich ein paar und hier unten, ne, so die drei, vier, vielleicht da vorne an diesem Knubbel noch, der da drin ist, ne, sowas, so wahrscheinlich, oder? Könnte ich mir jetzt vorstellen, genau, ja, ja, okay, okay. Du findest Tattoos cool, um es mal ganz einfach auszudrücken, hast selber aber nur zwei, rechter Oberarm und linke Schulterblatt, beide Stribles, die hast du dir auch schon recht früh stechen lassen. Eins kurz vor deinem 16. Geburtstag und eins noch mit 16,5. Ah, deine Marke kam mit, weil du noch so jung warst, bereust es bis heute nicht. Das ist gut, das ist nämlich, glaube ich, so eine, so eine Gefahr, dass man es möglicherweise irgendwann bereut, ne? Das ist aber sehr, sehr gut. Ich hoffe, das bleibt auch so. Du bist an beiden Armen tätowiert, nur Teile des Arms, Ziel ist es aber irgendwann den ganzen Körper voller Tattoos zu haben. Bei Tattoos muss man echt aufpassen, findest du, dass du an den guten Tätowierer rankommst, der dich nicht verstümmelt, in Anführungszeichen, in Armen und so, wie es dir zweimal passiert ist. Oh, das ist mies, ja. Ja, Tätowierer, ja, wer das macht, ist schon wichtig, ja. Das ist schon sehr, sehr wichtig. Ich glaube, da läuft auch sehr, sehr viel über, ähm, Mundpropaganda, ne? So, hey, kennst du einen guten Tätowierer oder so? Und dann, ja, ja, und Dings, und weniger über Internetrecherche. jetzt, also, ne, als Dings, oder du läufst einfach mal so in den Laden rein und fragst mal an, weil der halt gerade da ist. Ich glaube, dass da viel über bekannte, verwandte Freunde, ähm, läuft, was, was die Empfehlungen angeht, ne? Käse Reibe geht auch. Ja, gut. Aber dann ist auch mehr weg, als nur das Tattoo. Ah, oi. Du bist selbst großer Fan davon? Hast selbst zwei Tattoos, ein Septum und gedehnte Ohrlöcher. Dementsprechend magst du sowas, hättest du gerne mehr Tattoos. Äh, Jogobill, klär mich auf. Septum war das Ding hier unten, ne? So quasi dieser, ich nenn's immer etwas lapidar, den Stierring. Das war Septum, oder? Ich bin da echt unwissend, was das angeht. Und ich habe ein Piercing. Man, man glaubt es nicht. Also es ist ein, es ist ein, man sieht ihn kaum, aber es ist ein Ohrring. Den habe ich seit ich sechs war. Oder so. Ähm, und ich kann mich da noch genau dran erinnern, dass ich da so warst, von lauter Aufregung, bis der Typ dann irgendwann mal gesagt hat, so, jetzt kannst du mal aufhören, äh, dein, dein Kaugummi zu kauen. Das hat mir dann gesagt so, oh shit, okay, Füße auf dem Boden, stillhalten. Daran kann ich mich erinnern. Septum ist der Bullen. Ja, okay, ja, sehr gut, sehr gut. Okay, schön, 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 hervorragend. Ähm, du hattest auch mal ein Augenbrauen-Piercing mit 16, das waren die hier oben, ne? Äh, das ist leider rausgewachsen, eins am Ohr, oben hattest du auch, das sich leider ewig entzündet. Oh, ja, okay, vielleicht lässt du das am Oberarm irgendwann mal erweitern, aber eigentlich magst du es auch so. Warte, Oberarm war, achso, Oberarm war Tattoo. Piercing am Oberarm hätte ich jetzt irgendwie merkwürdig gefunden. Ähm, hast du sonst oft mit dem Gedanken gespielt, den Tattoo stechen zu lassen, aber erst mal Geld haben und du hast große Probleme mit Nadeln. Mhm, ja, ja, die Angst vor Nadeln kommt natürlich dann auch noch möglicherweise dazu, verstehe ich, verstehe ich. Und zum ersten Tattoo, das war auf dem Oberarm, du hattest eine ganze Zeit lang vorher ein Bild auf deinem Rechner und hattest es somit jeden Tag vor dir. Okay, du hattest damals ein gemoddetes Case. Oh, oh, nice. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Haben sie mich gechippt? Nein. Tatsächlich nein. Ohrringe hast du ja auch sehr früh bekommen, du warst noch im Kindergarten, vier Jahre oder so. Damals war es noch üblich, dass Eltern ihren Kindern früh Ohrlöcher stechen, heute ist es auch wieder ein schwieriges Thema. Ja, tatsächlich ja. Und ich sag's mal so, ich hab diesen Ohrring, diesen Ring, der da drin steckt, hab ich seit 20 Jahren da drin. Und ich werde den nicht austauschen, ich will den nicht austauschen. Ich persönlich, ich lege auf diesen Ring hier keinen Wert. Ich krieg aber auch einfach das Ding nicht aus dem Ohr. Und ohne wäre jetzt auch komisch nach so langer Zeit. Aber ich hatte damals nicht so wahnsinnig viel Mitsprache recht. Meine Tante hat mich da hingeschleppt und hat gesagt, so, wir stechen dir jetzt das Ohrloch, weil das ist gerade irgendwie modern bei Jungs. Ähm, ja, dann hab ich halt so gesagt, ja, okay, cool, äh, ja, deswegen hab ich das. Es ist jetzt nicht so, als wäre ich damals da gestanden, so, Mama, Mama, ich hätte das gern. Aber da hab ich jetzt auch nicht das große Problem damit, aber es ist trotzdem so, hm, okay. Vielleicht hätte man, vielleicht hätte man doch noch damit warten sollen. Das ist so eine, so eine Sache, die existiert. Und Hallöchen, Olivia, Hallöchen, Hallöchen und Dankeschön für dein Resub im 13. Monat mit Prime. Danke, 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 Dankeschön. Hallo, hallo. Danke, danke, danke. Wie geht's dir? Ich hoffe, soweit alles, soweit alles in Ordnung. Ich, ich hoffe, findest du momentan überhaupt noch Ruhe? Ich sag's mal so. Du hattest nur einen Piercingversuch und das ging schief, hat er sich entzündet. Du findest aber Tattoos und Piercings sehr cool. Es gibt natürlich für alles Grenzen. Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Wenn du schon Bullenring für Septum liest, da kriegst du einen zu viel. Ja, es ist, mir fällt tatsächlich, ich hab's selbst Stierring genannt, weil mir kein anderes Ding dafür einfällt, weil ich sicher gehen wollte, dass das das Septum ist. Aber, natürlich, ja, es ist Septum, aber, wenn einem die Wörter fehlen, dann kommt man da schon mal auf ein, auf die Sache, die einem am ehesten einfällt, sag ich mal. Natürlich heißt es nicht so. Interessant ist das, bei dem zweiten Tattoo, Ellis Motiv aus, lässt du fast Part 2 stellenweise, während des Stechens eingenickt bist. also entweder warst du richtig müde oder du warst richtig müde. Nein, mir fallen keine anderen Alternativen ein. Warum schläft man da ein? Im Nachhinein betrachtet, ich störe es nicht, dass deine Eltern das gemacht haben. Mich störe es auch nicht. Mich störe es auch nicht. Aber heutzutage wäre das tatsächlich schwierig, ja. So, einfach so, ne, Kind mitschleifen, da, zack, bam, Stichmal, passt schon. Ähm, ja, kann man machen, aber hat, sag ich mal, inzwischen, ich sag mal, einen gewissen Beigeschmack, möglicherweise. Ähm, kommt wahrscheinlich auch immer drauf an, wo man sich gerade, oder in welchem Umfeld man sich befindet, aber so im Großen und Ganzen, ja, schwierig, schwierig. Du hast dir noch weitere Ohrlöcher stechen lassen, hast pro Seite insgesamt drei, nutzt aber nur noch eins pro Seite. Die wachsen irgendwann zu, ne, oder was heißt zu? Der Tunnel bleibt ja, soweit ich weiß. Ähm, aber die Haut außen findet sich, glaube ich, wieder. Ich meine, ich hatte nämlich mal eine Zeit lang einen anderen Ring drin und dann, äh, den rausgenommen und dann war es echt schwierig, da wieder einen neuen Ohrring durchzubringen. Ähm, äh, nicht so viel, der kleine schläft jetzt, aber du musst bald ins Bett, musst um vier wieder raus, hast doch wieder angefangen zu arbeiten. Oh ja, stimmt, ja, um vier, ja gut. Ich glaube, als Mutter ist um vier gar nicht mal so, so viel schlimmer als sonst, ne? Oh je, oh je, ja, aber dann, wenn du jetzt, dann, es sind noch acht Stunden, circa. Oh, ja, um vier ist halt auch heftig. Das ist heftig. Man muss es nicht als, also ja, ja. Es war tatsächlich nur wegen, wegen Dingens. Joggle hat tatsächlich nur auf meine Frage geantwortet. Ähm, und das quasi für, für einen Laien ausgedeutscht. Also, alles, alles gut. Alles gut. Kollege wollte mal sein Ohrloch zu einem Tunnel erweitern, äh, hat dem einen Kegel und ein paar Ohrringer aus Edelstahl gedreht. Den letzten und größten Ringträger teilweise noch heute. Hat einen Durchmesser von 30 Millimetern. Das ist beachtlich. Das ist gar nicht mal so klein. Das ist ein ziemlich großes Loch. Holy shit. Nicht? Ja? Puh, das, das, das den stelle ich mir halt irgendwie total mehr, äh, so total, weiß ich nicht, umständlich? Nee, nicht umständlich, aber irgendwie komisch vor. Weiß ich nicht, warum? Ich persönlich, ich, ich, ich finde, da bin ich tatsächlich irgendwie, das ist so, das ist so ein bisschen eine Grenze von mir, so, die Tunnel finde ich irgendwie merkwürdig, wenn sie zu groß werden. Sag ich jetzt mal. Ähm, weil, weiß ich nicht, warum. Und die Sache ist, was machst du, wenn du dich irgendwann doch mal dagegen entscheiden solltest? Dann hast du da irgendwie so, so, so ein Haut, so ein Hautseil irgendwie hängen. Ich weiß nicht, ob sich das wieder zurückbildet, in irgendeiner Art und Weise. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber bei Tunneln muss ich tatsächlich sagen, da ist für mich irgendwann eine Grenze erreicht. Ähm, wo ich sage so, ne, das, das muss, ne, das, da, da, da stehe ich jetzt nicht unbedingt drauf. Ohrring hast du vergessen, den hattest du ein paar Jahre lang bis zum Bund. Äh, guck mal, guck mal. Es ist so gesehen Piercing, auch wenn viele das, glaube ich, gar nicht unbedingt als Piercing, oder zumindest wenn es im Ohrläppchen ist, nicht unbedingt als Piercing auf dem, auf dem Schirm haben. Aber es ist streng genommen, es ist streng genommen eins. Es war gemütlich auf der Liege, es hat sich in deinem Arm ausgetobt und dein Nervenplattern hat es sich bis dahin gelegt. War es bis zu kurz vor dem Termin sehr aufgeregt, sogar so sehr, dass sie dich in die Arme nehmen musste, um dich zu beruhigen. Oh, das ist ja holsam. Schön. Wird schwieriger, es wieder durchzustechen, es geht schon. Du kommst auch noch bei der Augenbraue durch, aber lohnt sich nicht, weil die Haut einfach so dünn ist, dass es reißen könnte, wenn du nicht aufpasst. Ja, okay. Ja. Ja, das ist dann schwierig, ja. Das ist schwierig. Ist zwei Stunden eher als sonst, das Gnome ist halt auch um vier mit raus, der fertig auf Arbeit. Oh, die Arme, Sau. Ja, gut, aber mit gehangen, mit gefangen. Ja, das, oh, ja, gut. Ja, so ist das als Eltern. Tunnel sind für dich persönlich nichts. Du freust dich, wenn die Haut auch wieder so aussehen kann, wie vorher im Ohr. Ist halt auch Geschmackssache. Ja, genau, es ist halt alles auch durchaus Geschmackssache. Er hat nach und nach vergrößert mit dem Kegel. Ach so, ja, okay, das ist dann halt immer ein Stückchen weiter. Ja, okay, ja, dann kann ich es mir so ungefähr vorstellen, ja. Nur bis zu einem gewissen Umfang bildet sich das zurück. Ja, das dachte ich mir. Das dachte ich mir. Du hattest acht Piercings, aktuell nur noch fünf. Die anderen drei kommen aber bald wieder. Ah, okay. Ohrringe trägst du nie, hast zwei Löcher, aber die sind schief geschossen. Es gibt, ja doch, stimmt. Ich weiß noch, dass ich die Leute damals, als ich meinen O-Ring gestochen bekommen habe, dass sich die super drüber gefreut haben, dass das gerade geschossen ist. Ja, stimmt. Das kann man auch verhunzen, ne. Stimmt. Das geht auch kacke. Du hast seit Jahren zehn Millimeter, hättest gerne größer, aber aus damaliger beruflicher Sicht ging nicht mehr. Steuerbüro und strenger Chef. Uh, ja, okay. Ja, da ist nochmal, da ist nochmal so eine gewisse, ich sag mal, Kleiderordnung angesagt, ne. Zehn Millimeter ist übrigens eine Sache, die finde ich total in Ordnung. Bei drei Millimeter, bei 30 Millimetern oder drei Zentimetern, das wäre mir persönlich jetzt als so diese, diese Teller im Ohr, äh, das, das gefällt mir persönlich dann nicht mehr so wirklich. Also, wenn du aufstehst, steht der Kleine auch auf. Also muss Gno auch aufstehen. Da kann er dich auch auf Arbeit fahren. Ja, gut, stimmt auch wieder. Übchen V für den Arsch, du würdest nicht pünktlich da sein. Ja, das ist halt, das, ja, das ist ein Thema, das leider existiert an so vielen Stellen. Symmetrisch sind deine Ohrlöcher auch nicht. Okay. Oh. Ja, verstehe. Ja. Ich hab's eh schon gesagt, ne. Ich hab'n O-Ring, jetzt wo ihr alle brav, äh, schon erzählt habt, äh, was ihr habt, was ihr gerne hättet. Obwohl, was ihr gerne hättet steht, naja, so teilweise steht's da. Ähm, ich hab'n O-Ring, ich hätte furchtbar gerne ein Tattoo, äh, das scheitert aber weder am Geld noch daran, dass ich irgendwie einen Tätowierer finden würde, das scheitert tatsächlich einfach daran, dass ich keine Idee für ein Motiv habe. Ne, es ist, ich bin einer von diesen Menschen, ich hätte gerne ein Tattoo, aber ich weiß nicht, was ich mir stechen lassen wollen würde. Und, äh, tatsächlich hat mich vor gar nicht allzu langer Zeit auch mal jemand auf dieses ganze Thema angesprochen. Deswegen bin ich auch auf das Thema heute gekommen. Ähm, ich glaube, und ich vermute, darauf wird's hinauslaufen, dass mein erstes Tattoo irgendwann, wenn's leider unvermeidlich geworden ist, äh, die Pfoten von Sammy werden. Als, äh, Erinnerung, was das angeht. Weil, wir haben dann einfach verdammt viel Zeit miteinander verbracht und ich glaube, das wird vermutlich mein erstes Tattoo. Und da kann ich dann auch guten Gewissens sagen, weil für mich persönlich müssen Tattoos immer irgendwie eine Meinung haben. Ich stech mir jetzt nichts, äh, wo ich sage so, hey, das find ich grade irgendwie cool, weil, ne, das ist eine Sache, die ich revidieren kann. Was ich nicht revidieren kann, ist einfach so eine ewig lange Zeit mit diesem kleinen Stinker, der da hinten auf der Couch liegt. und, äh, äh, jetzt hab ich das Thema unglaublich ernst gemacht innerhalb von zwei Minuten, aber ich vermute ganz stark, dass da tatsächlich, äh, mein, mein erstes, äh, Tattoo fällig sein wird. Ähm, ich muss Sammy nur noch mal auf den Kopierer stellen, damit ich die Pfoten kopieren kann. Und du liebe euch das seit Jahren mit dem Tattoo-Gedanken an Triforce, welche Variante auch immer. Ja gut, du bist aber auch ein riesen Zelda-Fan, ne? Das muss man halt auch dazu sagen. Das ist eine schöne Idee. Ja, und es ist tatsächlich gar nicht so selten, wie ich inzwischen festgestellt habe. Also, Hundepfoten lassen sich relativ viele Leute dann tätowieren. Was ich auch bis dato nicht wusste, aber, ja, nee, das scheint relativ geläufig zu sein. Bei Pfoten musst du aufpassen. Deine Ex hat sich die Pfoten ihrer Katze tätowieren lassen. Die sahen aus wie Krähenfüße. Ja, da kommt dann halt wieder, äh, ne, die, die guten Tätowierer bei raus. Das ist tatsächlich so, so eine Sache, ja. Da muss man ein bisschen, ein bisschen gucken. Wahrscheinlich auch mal Schaufenster bummeln, was die bisher so umgesetzt haben und, äh, gucken, ne? Aber, ja, ich wollte mal tatsächlich, irgendwann hatte ich so eine coole Idee, so, ich glaube, das war so kurz nach der Matrix-Zeit, ja, nicht, nicht ganz nach, nicht direkt nach der Matrix-Zeit, aber, schon so in die Richtung, ich wollte mir mal einen Strichcode in den Nacken tätowieren lassen, ne? So, so wie, wie heißen der? Agent 47 aus Hitman? War das 47? nicht sicher? Der hat, glaube ich, auch so einen Strichcode im Nacken. Hab dann da zwei, drei Tätowierer angefragt. Das wäre tatsächlich ein, ähm, ne, das, das wäre tatsächlich, ne, kein Strichcode, ein QR-Code. Die waren damals noch ganz neu. Kannte niemand. Hätte demnach auch niemand scannen können. Damals brauchte man noch eine extra App für QR-Codes. Ähm, und da wäre halt so alles draufgestanden, so, Geburtsname, Geburtsort, ähm, Blutgruppe, sowas in der Richtung, so das Basisgedöns, aber dann haben die Tätowierer zu mir gesagt, ne, das ist leider zu fein, das kriegt man so nicht hin. Zumindest nicht in der Größe, in der es ich haben wollte. Klar, wenn ich das so groß haben will, kein Thema, aber ich wollte es halt eher in der Richtung und da haben sie dann so gesagt, hm, kann ein bisschen schwierig werden. Ähm, du wirst dir irgendwann Jack stechen lassen? Sobald du einen guten Tätowierer gefunden hast, welchen? Ach so, den, den, den Check, den, den Emo-Check. Ach, diesen Check. Ah, okay. Okay, das ist relativ simpel dann vom Motiv her, ne, das sind eigentlich nur Linien und Flächen. Da brauchst du relativ wenig Schattierung, etc., das, das macht extrem viel am Preis aus, ne, ob man eher, ja, ne, was, was Simples hat oder ob das wirklich sehr detailliert ist oder auch, äh, farbig oder so, ne, das macht unglaublich viel am Preis, glaube ich, aus. So eine ähnliche Idee hattest du auch schon, aber du machst die Pfoten deiner Vierbeiner um Wadeschienbein, so als wären sie da rumgelaufen. Oh, das ist, ja, ich überlege tatsächlich noch, wohin ich das möglicherweise haben wollen würde und, äh, da bin ich noch unschlüssig, aber so Wade hatte ich mir auch gedacht, auch wenn ich ziemlich sicher bin, dass Wade eine der schmerzhaften Stellen zum Stechen ist, ähm, oder, weiß ich nicht, irgendwo armtechnisch hier so vielleicht, I don't know, ich hab nicht die leiseste Ahnung. Kontonummer und PIN, ne, das sind ja Daten, die sich ändern können, EOL. Wären die Teile mehr Geld, aber Größe auch, ja, das macht, ja, ja, klar, richtig, richtig, richtig. Checks gelingt nicht dir aus deinem Emote, sondern originalem Vollbild. Du hast ja nur den Kopf als Emote. Ja, 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 aber ich musste gerade, ich wollte gerade fragen, wer ist Check und dann habe ich noch das Emote gesehen und dachte mir so, ah, okay, ja, den kenne ich ja doch. Ja, okay, das ist ein cooles Motiv. Das ist tatsächlich ein cooles Motiv. Das ist bei euch sehr gute Tätowierer, drei Stück und die arbeiten alle am selben Ort. Okay. Eigentlich ist es eher so, je mehr Speck da ist, desto weniger tut es weh, wo die Haut dünner ist, Hand, Rippen und so weiter tut tatsächlich mehr, wie findest du? Ich dachte immer, Wade ist so, so eine der schlimmsten Sachen, weil das so, weil die Wade einfach so, so ungewohnt ist irgendwie oder, ne, weil da die Nerven es nicht gewöhnt sind, so gereizt zu werden, weil wann hast du schon mal was auf der Wade oder so? Außer vielleicht ein Stück Stoff von der Hose, sag ich jetzt mal. Ne? Ich dachte, daran hängt es, aber Schienbein oder so muss ja richtig schmerzhaft sein, weil da ist ja gleich der Knochen und so drunter. Rippen sind mega heftig, ja, so der Nierenbereich, hier so ist wahrscheinlich auch mega unangenehm. Die Arminnenseiten sind wahrscheinlich auch nicht so geil, könnte ich mir jetzt vorstellen. Gibt es schon ein paar Stellen, die glaube ich echt fies sind. Also die richtig, ja doch, die richtig fies sind, ja. Ab einer gewissen Dauer ist der Ort scheißegal, dann tut es überall weh, weil die Haut maximal gestresst ist. Ja, das ist wahrscheinlich, ja, das kommt wahrscheinlich dann noch dazu, ja. Das, ja, kann ich mir vorstellen. So die erste Viertelstunde ist einfach nur schlimm und irgendwann ist es dann entweder egal oder es wird einfach nur schlimmer. Im Intimbereich würdest du es dir heftig vorstellen, egal ob Piercing oder Tattoo. Da muss ich tatsächlich sagen, da ist eine meiner Grenzen. Ich weiß nicht, warum man da unten irgendwas stechen wollen würde. Ich verstehe es nicht, aber gut. Da ist tatsächlich, nein, da bin ich raus. Aber ich, was ich zum Beispiel auch überhaupt nicht mag, sind Gesichtstattoos oder Tattoos, die irgendwie im Gesicht sind oder auch Tattoos, die hier am Hals hochgehen. Und das, das finde ich, weiß ich nicht, gefällt mir einfach nicht sonderlich. Oder auch tatsächlich Hände. Da bin ich irgendwie, weiß ich nicht warum, aber da bin ich Hände, Gesicht, Hals, das, das sind für mich Tabuzonen für Tattoos. Als Mann Torpedo-Tattoo. Oh Gott. Gott. Ja, okay. Schattieren am Schulterblatt ist auch übel. Ja, da ist halt auch direkt oder sehr, sehr schnell ein sehr großer Knochen da. In Team Piercings finde ich das nicht schön, weder bei Mann noch bei Frau. Alles schon gesehen, aber es ist halt ein persönliches Ding. Ja, ja, natürlich, klar. Ich nehme es niemandem weg, ich will es niemandem absprechen, auf gar keinen Fall. Es ist halt einfach nur nicht mein, 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 mein Dings. Es ist halt einfach nicht, nicht meins. Wenn ich jetzt jemanden kennenlernen würde und diese Person hätte das, okay, dann ist halt so. So what? Das ist, mir muss es ja nicht gefallen. Ich muss nicht damit leben. Deswegen, leben und leben lassen. Ganz klare Sache. Das wäre jetzt auch kein Grund für mich, irgendwie, wenn jetzt jemand irgendwie Tattoos an der Hand oder sonst was hat oder da, wo ich es halt persönlich nicht mag, wo es mir nicht gefällt, da irgendwie zu sagen so, ne, mit dir will ich nichts zu tun haben. Geh weg mit deinem komischen Gedönster. Ne, warum? Das hat ja nichts mit der Person zu tun. Wie gesagt, die Person muss damit leben, die hat sich dafür entschieden. Von dem her, da habe ich mich nicht einzumischen. Das ist ganz klare Sache. Du warst noch drei Stunden auch einfach fertig mit den Nerven. Das Schattieren war am Ende sehr anstrengend. Ja, glaube ich. Glaube ich, ja. Also die, die Tattoos haben, stelle ich mir das richtig vor, dass der Anfang wahrscheinlich sehr intensiv ist. Ähm. Sag schon, weil, ne, plötzlich die Nadel und Dings und man gewöhnt sich dann vielleicht irgendwann dran und je länger es dauert, desto schlimmer wird's, weil dann halt einfach der Körper doch so checkt so, oh, da passiert was mit mir, was komisch ist. Ja. Kennt ihr den Typen, der sich durch Tattoos und OPs zu einem Leopardenmenschen gemacht hat? Ja, ja. Ich finde das faszinierend, aber das ist tatsächlich, das ist einfach in meinen Augen so viel zu viel des Guten, dass es schon nicht mehr, ne, dass es nicht mehr gut ist. Ich finde das krass. Gibt ja auch andere Sachen, ne. Was ich zum Beispiel persönlich auch nicht wirklich nachvollziehen kann, sind Body Modifications, sprich, ne, weil Eol das jetzt gerade schon gesagt hat mit dem Leopardenmenschen, was ich nicht verstehen kann, sind gespaltene Zungen, wenn man sich irgendwelche Hörner oder so machen lässt, oder, ne, viele haben ja, oder relativ viele haben ja auch irgendwie hier was unter der Haut und keine Ahnung. das Einzige, was ich mir unter die Haut setzen lassen würde, wäre so ein Chip, mit dem ich meine Tür öffnen kann, sowas in der Richtung. Aber das ist ja dann keine wirkliche, das ist dann kein Schönheitsding. Also Body Modification, da bin ich sowas von raus, das verstehe ich nicht. Das, äh, da, da, ne. Das kann ich nicht nachvollziehen. Genauso wie Brandings zum Beispiel. Warum lässt man sich branden? Das ist am Ende nur eine riesige Narbe und in meinen Augen ein, 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 ein verdammtes Risiko für Infektionen, etc., blablub, auch wenn es dann halt irgendwann vernarbt und was weiß ich, weiß ich nicht. Das ist überhaupt nicht mein Metier. Und dann Löcheneko, ein Wunderschön. So, wo war ich jetzt? Wo war ich jetzt? Dann wäre es halt so, wenn man den Partner ohne haben kann, dann ohne. Ja, okay. Du findest am Anfang beim Tätowieren, das ist nicht mal schlimm. Da spürst du für deinen Teil nicht mal was. Das kommt dann aber, je länger du auf dem Stuhl sitzt. Ja, okay. Was du persönlich auch richtig hässlich findest, Zungen spalten an dem Unterkiefer, die Löcher. Ja, okay. Ja, das war genau das, worauf ich ja auch gerade gekommen bin, Baylor. Genau, genau, das ist, diese klassische Body Modification. Eine Sache findest du auch schwierig, Gesichtstätowierungen und auch Augapfeltätowierungen. Oh, stimmt, das habe ich auch schon mal gehört, dass es das gibt. Oh mein Gott, ja. Oh, am Auge. WTF? Wer macht sowas freiwillig? Oh, das stelle ich mir halt einfach nur fies vor. Oh, das schüttelt mich halt direkt. Wie länger das dauert, desto mehr Stresshormone schüttelte Körper irgendwann aus, was dann zur Belastungsprobe wird. ja, ja, okay. Den linken Arm ersetzen durch Hightech-Prothese mit Computer und so, hätte allerdings was. Ja, wobei, das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema, weil da gehen wir in die Richtung Transhumanismus. Das hat ja nichts mehr unbedingt mit Schönheit zu tun, sondern mit anderen Dingen. Transhumanismus ist nochmal eine ganz, ganz, ganz andere Geschichte. Aber so ein kleiner Chip hier so im Handrücken oder so, mit dem ich dann irgendwie Schlösser öffnen könnte oder so, sowas könnte ich mir tatsächlich vorstellen. Aber, ne, dann, da hast du halt auch nicht wirklich was, weil die sind relativ flache Dinger, da steht nichts raus. Da hast du eine Mini-Narbe, Narben habe ich eh ohne Ende an den Händen, also von dem her. Du würdest das nicht als Transhumanismus bezeichnen? Ja, doch, das ist tatsächlich ziemlich, ziemlich krass in der Definition von Transhumanismus drin. Also, ja, ja, doch, 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 ich habe mich da mal etwas näher miteinander auseinander, äh, mit auseinandergesetzt und das geht halt genau in die Richtung. Du hast schon Spritzen ins Auge bekommen? Reicht dir an Nadeln im Auge, Apfel? Oh, ich fände Spritzen ja so schon fies. Oh, und ich musste mir sogar schon mal selbst Sachen spritzen und das war halt auch kein Spaß mehr nach einer Woche. Da müssten Sportprothesen ja auch transhuman sein. Rein nach Definition, ja, rein nach Definition sind wir Menschen allerdings auch schon Cyborgs, wenn wir allein sowas besitzen. Weil das ist ein technisches Hilfsmittel, um unser Leben zu erleichtern. das ist, äh, ja, das ist quasi der erste Schritt zum Transhumanismus. Also es ist eine sehr, sehr fließende Sache, man kann da seine Grenze ziehen, wo man will, ähm, aber rein theoretisch, ja, jeder Mensch, der einen Herzschrittmacher hat oder sowas in der Richtung, wäre zum Beispiel demnach auch ein Cyborg. Ähm, man kann die Grenze setzen, echt, wo man will, das ist sehr beliebig, da hat jeder eine andere Meinung zu, aber wenn wir es jetzt mal rein auf die Grunddefinition einer Erweiterung des menschlichen Wesens um technische Mittel erweitert, äh, dann ist tatsächlich sowas wie eine Smartwatch, ein Handy, rein theoretisch schon das Licht im Raum, äh, macht dich schon transhuman. Also, wir sind schon lange über den Status hinaus. Aber ja, dann waren Steinzeitmenschen auch transhuman, die haben auch technische Hilfsmittel benutzt, um ihr Leben zu erleichtern. Wenn man es so runterbrechen will, theoretisch ja. Theoretisch ja, das ist richtig. Aber, ja, aber anderes Thema, komplett anderes Thema. Dort ist eine geplatzte Ader im Auge, die durch Spritzen repariert wurde. Oh, okay. WTF, dass sowas geht? Krass, sehr krass. Du siehst das Smartphone mehr als ein Weg zum Transhumanismus, weil es ja doch gefühlt, die Menschheit mehr verdummt? Ja, ich weiß es nicht, ob das die Menschheit verdummt. Es kommt auch sehr stark auf den Menschen drauf an, der das Gerät dann nutzt und vor allem für was. Ich glaube, so pauschal würde ich es jetzt nicht beschreiben wollen, weil ich kenne sehr, sehr schlaue Menschen, die auch dauernd am Handy hängen, zum Beispiel. Aber es ist, ja, nee, anderes Thema. sehr, 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 anderes Thema. Ich sehe schon, wir brauchen mal einen Transhumanismus-Talk. dann kann ich das auch nochmal ein bisschen weitergehend vorstellen. Zurück zu Körperschmuck. Leute, ich habe es ja gerade schon gesagt, wir hatten es ja schon mal so ganz kurz angesprochen. Wo sind denn bei euch die Grenzen, was das angeht? Es ist ja auch, es gibt ja, Eol hatte ja schon das Beispiel mit dem einen Menschen gebracht, der sich quasi komplett in was anderes verwandelt hat, sage ich jetzt mal. Wo, wo sind bei euch die Grenzen erreicht, was das angeht? Ich hatte es ja auch schon gesagt, das gilt übrigens, ich habe jetzt Gesichtstattoos angesprochen, bei mir konkret, ich mag es aber zum Beispiel auch nicht so, ich bin jetzt auch nicht der größte Fan davon, von, ich nenne es jetzt mal sehr lapidar, zu viel Metall im Gesicht. Ne? Ich habe nichts gegen Piercings im Gesicht oder so, aber es ist, ich sage es mal so, irgendwann habe ich da tatsächlich, irgendwann ist da bei mir eine Grenze erreicht, wo es mir nicht mehr gefällt. Du gehst? Nein, alles gut, Olivia. Du hast allein fünf Piercings im Gesicht. Ja, aber das ist ja noch alles, das ist ja total vertretbar. Das ist ja total vertretbar. Aber ich habe es halt auch schon gesehen, wo quasi hier oben keine Augenbrauen mehr waren, sondern nur noch Ringe und sowas in der Richtung, wo ich mir auch so dachte, so. Ja, nein. Das muss jetzt, das ist jetzt, nein. Ne, ne, es hängt halt auch immer davon ab, wie viel es halt sind. Es können auch, es können auch zehn Piercings im Gesicht sein, je nachdem, wie sie halt verteilt sind, sage ich mal. Es ist halt alles sehr, 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 sehr subjektiv. Es ist halt das rein eigene Schönheitsempfinden, was das angeht. Das muss man halt einfach mal so dazu sagen. Es wird am Flughafen schwer, kommt sehr aufs Material drauf an, Blue, äh, aber vielleicht gar nicht mal unbedingt, weil ich sag's mal so, wenn man zeigen kann, wo das Zeug ist, also wenn du jetzt durch so eine, durch so einen Metalldetektor durchgehst und der anschlägt, weil du, weiß ich nicht, einen Edelstahl-Ohrring hast, dann zeigst du da drauf, die fahren dich einmal kurz mit diesem Ding ab und dann hat sich das geklärt. Dann piept das Ding an deinem Ohr und dann, und im Schritt wegen deinem, äh, wegen dem Reißverschluss, sofern dein Reißverschluss ist. Aber, ja, das ist, äh, glaube ich, am Flughafen gar nicht mal so wild, wie man sich das möglicherweise vorstellt. Hallöchen, safe, hi, hallöchen, hallöchen. Körperschmuck sollte den Körper ergänzen, wo dann ein neuer Körper entsteht, Ganzkörpertattoos, mehr Details als, äh, mehr Metall als Knochen, wäre deine Grenze, äh, wo du sagst, es ist nicht schön. Mhm, ja, ja, verstehe ich. Deine Grenzen wären für Tattoos das Gesicht, Hals wäre noch in Ordnung, Intimbereich und auf dem Po, für Piercings nur im Intimbereich. Ja, ich erinnere mich gerade an eine Check-Ass-Folge, als Stevo sich die Pobacken zusammenpiercen hat lassen. Und ich mochte Check-Ass früher, ich weiß nicht, warum ich das mochte, das ist einfach nur von vorne bis hinten dumm. Aber hey, das Titan ist nicht magnetisch, das macht am Flughafen nichts. Stimmt, das ist ja, stimmt, Edelstahl, glaube ich, kann den Körper mehr reizen als Titan, deswegen nutzt man ja Titan, ne? Oder oftmals. Ich weiß gar nicht, was das hier ist, tatsächlich. Ich glaube, das ist Sterlingssilber. Ähm, nicht sicher. Stimmt, aber da muss man ja auch noch drauf aufpassen, dass, gerade wenn es irgendwie, ne, man muss halt auch irgendwie gucken, dass man nicht allergisch auf den Scheiß ist. Ähm, bei Metallen kann man vielleicht noch wechseln, bei Tinte im Arm oder so, könnte das ein bisschen schwierig werden, wenn man das danach feststellt. Ähm, du siehst es so wie ich, äh, manchmal könnte es zu viel im Gesicht werden, das ist auch schwer pauschal zu sagen. Ja, es ist wirklich schwer pauschal zu sagen. Es kommt halt auch von der Person, äh, es kommt auf die Person drauf an, ne, quasi das Gerüst, wo man das Ganze drauf platziert, etc. Es gibt halt auch Menschen, den, ne, wie bei, wie bei Brillen. Manchen, manche Leute, äh, manche Leute können Brillen aufsetzen, egal was für ein, ne, und die steht ihnen. Andere wiederum suchen fünf Jahre lang und haben noch nicht eine Brille gefunden, die gut aussieht mit dieser Person, ne, es ist alles sehr, sehr, sehr typabhängig und so. Kommt einfach drauf an, wie das Gesamtbild aussieht. Das Fertig ist halt ein, äh, großes Thema, aber auch ein persönliches Empfinden. Du findest es halt krass, wenn Leute sich auch solche Teller in die Wangen setzen lassen, also so Tunnelteller, das ist echt befremdlich. Oh, das hab ich auch schon mal gesehen, ja. Das, das fand ich auch irgendwie sehr wild. Sehr wild. Sehr, sehr wild. Ja. Oh ja. Und so Silikonimplantate unter der Haut sind dir zu viel. Okay, ich muss nachfragen, spielst du jetzt bewusst auf, äh, Brustvergrößerung an oder andere Implantate? Weil, okay, mir fallen gerade noch hinter, also Hinternimplantate ein. das gibt's ja auch noch. Es gibt Leute, die lassen sich tatsächlich in den Hintern Silikon einsetzen. So. Niko hat nochmal ein Video gesehen, wo eine Blondine ihren blanken Po an den Elektrozaun gehalten hat. Was? Bitte was? Gut, ich bin mal mit der Nase voraus in den Elektrozaun gefallen. Ähm, als Kind. Das war nicht so toll, da hab ich das erste Mal in meinem Leben, mein Leben an mir vorbeiziehen sehen. Äh, macht das nicht. Deswegen, Andi Männer pinkelt nicht gegen Elektrozäune. Glaubt mir, das ist nicht geil. Und nicht, weil ich dagegen gepinkelt hätte, sondern weil andere Gründe. Aber nein, ist nicht cool. Definitiv nicht. Du findest diese großen runden Ohrringe schlimm, das wird nicht ein No-Go. Tattoos findest du im Gesicht, am Hals und Händen nicht schlimm. Äh, da kommst du bei dir sehr auf die Motive drauf an. Wenn du, äh, wenn dir die Motive hier nicht zusagen, findest du es auch nicht so toll. Und Bodymods, äh, wie die Dinge, die ich vorhin schon beschrieben habe, findest du auch ein No-Go. Piercings sollten es auch nicht zu viele sein. Ja, okay. Ich merke auf jeden Fall, es ist sehr, sehr, sehr individuell, wo die Grenzen sind. Sehr individuell. Damit hatte ich schon fast gerechnet, aber es ist trotzdem sehr interessant. Ähm, Tattoos im Gesicht muss nicht sein, Piercings, solange es nicht übertrieben ist und das Übertriebene, Spaltenlöcher im Kiefer, übergroße Plugs, Intimbereich, äh, hallo, das tut doch bestimmt auch hellisch weh. I don't know. Ich kann es nicht beurteilen, ne? Äh, du hast bei anderen Personen keine wirklichen Grenzen, die Person muss sich damit wohlfühlen und nicht ich. Ja, ja, klar, das, das immer vorausgesetzt. Es ist jetzt wirklich rein, rein das Optische, sag ich mal. Das Äußere ist nicht entscheidend. Bei dir persönlich ist, äh, ist das was anderes. Mehr als 8 Piercings kommen bei dir nicht. Äh, und vielleicht noch 2-3 Tätowierungen. Ja, okay, okay. Ja, verstehe. Keine Silikonimplantate. Du hast Silikonimplantate geschrieben. Hahaha. Aber du meinst, dieses Sternform, ja, okay. Du meinst quasi das mit, mit Hörnern im, im Hirn, äh, im Hirn, ja, genau, äh, am Kopf und so, was ja auch tatsächlich manche, manche Leute haben. Ja, okay, also klassisches, ich nenne es jetzt mal klassische Body Modification. Ähm, 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 du wolltest schreiben, keine Brustsilikonimplantate. Ja, okay. Wobei, mir fällt gerade auf, auch streng genommen, wären auch Brustimplantate, äh, Körperschmuck. Nicht so direkt offensichtlicher Körperschmuck, außer man heißt Lollo Ferrari, aber, ja. Hahaha. Man könnte es möglicherweise sogar dazu zählen. Ich bin jetzt nicht sicher, was die Definition betrifft, aber man, man könnte, wenn man wollte. Du hast mir im Discord mal eine Seite geschickt, dass ich mal diese Implantate, ja, ne, ich weiß genau, was du meinst. Habe ich schon mal, habe ich tatsächlich auch schon mal gesehen, ja. Hier in Bremen gibt es tatsächlich einen, äh, einen, einen Laden, der Body Modifications anbietet. Ich finde es nicht schön. Das ist, das ist definitiv alles, aber nicht mal eine Welt. Äh, äh, manche haben auch nur Silikon als Hirn. Ja, ja, gut. Das ist ja auch wieder ein anderes Thema. Als wenn die Jugend hier weiß, wer Lollo Ferrari ist. Wenn nicht, haben sie die Macht ihrer, ihrer, äh, ihrer Internet, ähm, der Internet befähigten Geräte in ihrer Hand oder an ihrer Hand. Dementsprechend, ne, so, ob der meint ist, dann entweder Silikon oder PTFE. PTFE klingt wie, äh, klingt wie ein chemisches, chemisches Element. Polytetraflu, Fluoro, nee, Polytetrafluorethylen, so rum. Ah, quasi Plastik. Echt, ist das Teflon? Ist das Teflon? Ja, doch, wenn ich jetzt so durchlese, die ersten zwei, drei Wörter, das, äh, klingt wie Teflon. Äh, auch von der Abkürzung her klingt es wie Teflon. Ja, doch, das ist, äh, ja, ja, okay. Die Halsringe sind übertrieben, nehmen die weg und die haben den Genickbruch, aber das ist halt deren Tradition. Die kennen es ja nicht anders. Ja, richtig, das ist deren, äh, richtig, das ist deren Tradition, ja, korrekt. Diese Megateile, ja, genau, diese, äh, gibt ja auch den, ähm, indigenen Stamm, der diese, diese Teller in der Unterlippe hat, ne? Ähm, auch total krass. Auch nicht, nicht meine Welt, aber, ey, die machen das seit Jahrhunderten, wenn nicht sogar seit Jahrtausenden, also, ne, ist es, ich bin die letzte Person, die denen das irgendwie verbieten will, wenn das deren Tradition ist oder so. Kein Thema. Gar kein Thema. Carbon-Implantate. Ja, bei Carbon bin ich mir nicht so sicher, ob das so gut funktioniert im Körper. Immerhin ist Carbon am Ende Kohlenstoff und wir sind kohlenstoffbasierte Lebewesen. Ich weiß nicht, wie der Körper auf Carbon jetzt reagieren würde in seiner Reinform, ähm, weil vielleicht schluckt das auch einfach auf, quasi und dann ist es irgendwann weg und I don't know, was weiß denn ich, wie Körper und Carbon funktionieren? Ich bin kein Mediziner, geschweige denn Chemiker, geschweige denn Biologe. So, wobei du bei Brustimplantaten Unterschiede machst, wenn man sich die Brust vergrößern lässt, weil man generell von Geburt an ein kleines Körbchen hat, plus da psychisch darunter leidet, dann findest du das medizinisch notwendig, weil man sich danach im Bestfall psychisch besser fühlt oder wenn man das Körbchen in einem gewissen Rahmen vergrößert, weil man sich dann selbst damit wohlerfühlt, alles cool. Wenn man es mit der Vergrößerung übertreibt, Schönheitsideal, dann muss das nicht. Ja, das sehe ich ähnlich. Das sehe ich absolut ähnlich. Also, ich will es niemandem absprechen, aber ich sage mal so, wenn du schon eine Oberweite von hier bis nach Meppen Süd hast und dann muss die auch noch weitergehen, dann, nee, also, verstehe ich jetzt persönlich nicht. Das muss dann auch nicht sein. Aber gerade, was du ansprichst, gerade wenn irgendwie psychische Probleme oder so da drin sind, man kann ja tatsächlich unter seinem eigenen Körper leiden und ich will jetzt auch nicht ganz ausschließen, dass man möglicherweise damit Tattoos, Piercings, also Körperschmuck irgendwie auch dagegen arbeiten kann, weil man dann seinen Körper, den man unter Umständen halt nicht besonders mag, mehr zu seinem eigenen macht. Klingt jetzt vielleicht komisch, jetzt kommt wieder dieser Hobbypsychologe in mir durch. Aber ja, klar, da bin ich voll, voll bei dir. Ist ja gut, dass die Kasse eine Vergrößerung eh nicht zahlt und daher jeder selbst entscheidet, warum, weshalb und wie groß er sich die Brüste machen lässt. Ja, 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 klar, das ist, ich will das niemandem absprechen, aber es gibt so Fälle, wo ich sage, du hättest es jetzt vielleicht nicht nötig gehabt. Wie die Olle mit den 34 Kilo Titten, das sieht so scheiße aus. War das nicht Lollo Ferrari? Oh mein Gott. Ich gebe jetzt genau das ein bei Google, 34 Kilo Titten. Erstmal Safe Search ist deaktiviert. Ja, das ist gut. Ähm, 22 Kilo, die größten echten Brüste der Welt von Tuff. Auf YouTube, ja natürlich, wo auch sonst. Und von Tuff, von ProSieben. Ja gut. In Amerika gibt es Mütter, die schenken ihren Kindern Brust-OP-Gutscheine, die sind so bekloppt. Ja, das ist nochmal eine ganz andere Welt, ja. Das ist, da bin ich irgendwie auch, das verstehe ich, ich kann so vieles halt nicht nachvollziehen, ne. fragt sich immer, wie es den Anime Girls da geht. Da geht die Körbchengröße erst bei H los. Nicht immer, tatsächlich nicht immer, aber wenn man jetzt mal den Wiggle Factor mit einbezieht, ist es egal, ob groß oder klein im Anime, die hüpfen alle. Ich hab da mal recherchiert. Die von der war nicht echt, ja, 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 das, 34 Kilo, holy shit, ey. Das erinnert mich an einen Artikel oder so, mit, was war denn das? Das war, glaube ich, die Frau mit den längsten Haaren. Die Haare waren, meine ich, irgendwie an die zwei, zweieinhalb, wenn nicht sogar drei Meter lang und die musste die tatsächlich irgendwann abschneiden, weil sie halt nur noch Probleme mit dem Nacken hatte, weil, ja, kein Wunder, du hast einfach irgendwie 50 Kilo Haare, die dein Hals tragen muss und dein Hals ist evolutionär nicht auf so ein Gewicht ausgelegt. Von dem her schwierig. Recherchiert. Ja, ich hab früher viele Anime geguckt und wenn du Anime guckst, bist du halt auch sehr schnell mal in einem Fanservice-Bereich, wenn nicht so in so einem leichten Edgy-Bereich. Da kannst du gar nicht wirklich was dagegen tun. Und da ich circa sechs Monate meines Lebens mit Anime verbracht habe, habe ich definitiv Ahnung von der Scheiße, wenn ich, ne, ich kenne mich da tatsächlich aus. Anime, Hentai, nein, ich stehe auf alles, aber nicht auf Hentai. Ich bitte dich, das ist so lächerlich. Was psychologisch wirklich helfen kann, dann ja, aber halt einfach aus einem falschen Schönheitsideal heraus, dann schon frühe Schönheits-OPs durchzuführen, finde ich, das ist ja unglaublich schlimm. Ja, ich hab da mal irgendwann eine Doku gesehen, wo selbst 14, 15-jährige Mädchen, die noch mitten in der Pubertät stecken, wo sich alles noch entwickeln kann, selbst bei Frühzündern, die es ja auch geben soll, ne, auch die entwickeln sich noch bis 18 weiter und man weiß es halt in dem Alter noch gar nicht und dann reden die über Brustvergrößerung und ich denke mir so, hallo, werd doch erstmal körperlich erwachsen, guck doch erstmal, wo es hingeht, sag mal. Das ist so, so, so der Moment, wo, ne. Dann herfte ich einfach die, auf die Influencer-Szene, ja, das ist, ja, ja, das, das Schönheitsideal TikTok und so, ne, das ist durchaus. Es gibt Umstände, wo die Kasse, die Postimplantate zahlt, aber dafür muss man auch unter anderem ein psychologisches Gutachten haben. Ja, richtig. Ist auch durchaus berechtigt, ne, nicht, dass jeder da hingeht und sagt, hey, meine Oberweite ist zu klein, ne. Ist auch vollkommen, vollkommen richtig, dass da vorher mal überhaupt nachgeprüft wird und geschaut wird. Sind die Umstände wirklich da? Genauso sind auch Brustverkleinerungen aus gesundheitlichen Gründen physisch und psychisch sinnvoll, wenn es dadurch besser wird. Ja, absolut, absolut. Da haben wir den Kreis zu Pokémon wieder geschlossen. Ach, Eol. Ist Hentai nicht auch Anime? Ja, ist es, durchaus, absolut. Es ist aber ein Genre davon, es gibt ganz, ganz vieles. Es gibt noch andere Genres außer Hentai, auch wenn das in Deutschland gerne synonym gesehen wird, was einfach nicht stimmt. Und was Olivia sagt, ja, absolut, 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 aber auch da ist nur ganz kurz der Exkurs, auch da finde ich es tatsächlich wichtig, dass mal Psychologe drüber geschaut hat, ob das auch alles wirklich so berechtigt ist, bevor man da wirklich irgendetwas mit seinem Körper anstellt, das dann halt auch einfach auf ewig, sag ich mal, gilt, weil umkehren ist halt nicht so einfach und da ist es schon gut, dass man auch einfach Gutachten etc. braucht, psychische. Ähm, und man das nicht aus einer Laune heraus machen kann. Gut, außer du fliegst wahrscheinlich in ein Land, denen das einfach egal ist und lässt mal machen, aber das ist nochmal, das ist wieder eine andere Geschichte. Warum schließe ich eigentlich so oft meine Sätze mit Lidern ab, das ist krass. Ja, heftig. Äh, ja, Leute, haben wir sonst noch was zu Körperschmuck? Haben wir irgendwas vergessen? Haben wir irgendwas übersehen? Irgendwas nicht angesprochen? Ich überlege gerade, aber mir fällt tatsächlich nichts ein. Wir haben eigentlich alles angesprochen, was ich mir im Vorfeld ausgedacht hatte dazu. Okay. Moment. Haha. Da kommt was. Sehr gut. Äh, um nochmal zurückzukommen zum Thema Tattoos, du fandest es, äh, du fandest es gut, dass damals zu der Schulzeit der Tattooierer einer Freundin nicht das Tattoo so gestochen hat, wie sie es sich gewünscht hatte. Waren Tiger und in den Schreifen sollten die Initialen ihres Freundes angearbeitet sein. Oh, oh, Gott, ja, die, oh, die Girlfriend-Tattoos oder die, die Boyfriend-Tattoos. Er meinte, das macht er nicht, weil schnell vergänglich und man glaubt es kaum, sie und ihr Freund hatten sich wenige Wochen später getrennt. Ja, ha, 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 no shit. Ja, das ist, äh, hm, Lasst euch keine Tattoos von Partnern stechen oder mit Namen, weil man weiß nie, wie und was und warum. Ähm, außer sie sind möglicherweise mit euch verwandt, dann macht das Sinn, ne, wenn ihr jetzt ein Kind habt und euch vielleicht den Namen des Kindes stechen lasst, okay, das ändert sich so schnell nicht, aber, hm, hm, so, ja, ha, 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 bis sie im Dunkeln leuchten. Tatsächlich wurde mir schon mal, oder mein, mein, mein Zahnarzt hat mir schon öfter gesagt, ich sollte mal meine Schneidezähne bleichen lassen, aber das liegt halt daran, dass die keinerlei Versorgung mehr haben, weil keine Nerven, keine Blutwahn, nichts da drin, kein, kein, nicht mal mehr irgendetwas da drin, was, ne, die, die kleben halt nur noch so im Kiefer. Das ist alles. Warum? Wegen dem Unfall. Und, äh, die dunklen halt schon stärker ab als meine anderen Zähne, aber das ist halt momentan auch noch zu, nur zu so einem Teil, wo er das halt unter seinem krassen Licht sieht. Ähm, da sieht man's, ja. Ansonsten, ich müsste jetzt schon wirklich mit 50.000 Lumen irgendwie bestrahlt werden, ähm, um, ne, damit man das sieht, et cetera. Aber, das ist tatsächlich eine Sache, das könnte bei mir eine Sache sein, die irgendwann mal kommt, dass ich mir diese, diese zwei Zähne bleichen lasse, ähm, damit die halt besser zu den anderen passen. Aber ansonsten, ich sag mal so, wenn man's nicht übertreibt, okay, ich hab auch Zahnpasta, die angeblich ein bisschen weißer macht, ob die was bringt, I don't know. Keine Ahnung, aber, hm. Ich find, dass Intelligenz ein wundervoller Körperschmuck ist. Word. Absolut. Absolut, Du findest es anders, wenn das eigene Kind oder die Eltern oder der verstorbene Partner, et cetera, aber beim lebenden Partner direkt findest du er heute auch nicht gut. Wie, du willst dir nicht Marius Namen irgendwo in den Nacken tätowieren lassen? Also, bitte. Würdest du nicht, boah, Trennungsgrund. Ich seh's schon. Mario zieht morgen aus. Wow. Gut. Wie gut, dass du Single bist. Ja, da hat man das Problem mit Partnern nicht, ne? Du wirst dir irgendwann wahrscheinlich die Namen deiner Omas und deiner Eltern stechen lassen. Ja, okay, so, ja, das, ja, es ist aber halt auch schwer veränderbar, ne? Das ist jetzt nicht so, die kann man nicht so einfach aus dem Leben streichen, sag ich jetzt mal. Symbolik ist auch viel interessanter, als sich einfach nur Namen zu tätowieren. Ja, absolut, absolut, absolut. Ach, Omas, was? Eol, du solltest deine Monitore sauber machen. Oh mein Gott. Das Ruki würde sich Marios Namen stechen lassen. Oha, okay, ja gut. Mario auf das, oh, gleich auf die Stirn. Ja, okay. Ja, schön, schön. Ich komme dann mal wieder nach Berlin und ich prüfe das nach, Ruki, ne? Dann, äh, machen wir mal ein Vierer-Treffen und dann gucken wir mal. Oh, schön. Die werden jetzt wahrscheinlich ganz aufwendig in ein Motiv verpackt. Ja, okay. Ja, nur die Namen, ja, das ist, das wäre halt auch. Klar, es gibt schöne Schriften und alles, aber das ist ja dann irgendwie, weiß ich nicht, auch ein bisschen langweilig. also da, da muss ich self halt recht geben. Symbolik ist schon, oder mit, mit Symbolen halt zu arbeiten in irgendeiner Art und Weise ist schon cooler. Vielleicht auch deswegen, weil es sich nicht sofort erklärt, was damit gemeint ist und man dann ein Gesprächsthema hat, wenn das jemand entdeckt. Ne, keine Ahnung, du sitzt irgendwo und plötzlich spricht dich jemand an, äh, cooles Tattoo, hat das eine Bedeutung und schon hast du ein Gespräch. Gut, ist jetzt bei so Leuten wie mir, die jetzt nicht unbedingt gerne mit anderen Leuten sprechen, auch wieder schwierig, aber, scheiße, okay, gut, sollte ich mir irgendwann ein Tattoo stechen lassen, dann werde ich das wohl überdecken müssen, weil ich will nicht mit anderen Leuten sprechen. Scheiße, da war was. Oh ja, schön, Stirn ist Werbung und kostet. Meine Mama hatte mal so einen Deal, die hatte auf ihren Autos eine ganze Weile auf den Türen einen großen Schriftzug von dem Autohaus, in dem sie gearbeitet hat. Dadurch hat sie tatsächlich fürs Auto einen schönen Rabatt bekommen. Abo-Button auf dem Po. Press hier to subscribe. Oh, schön. Oh ja, das ist gut. Ähm, hervorragend. Was, ich muss einfach deinen Gesichtsausdruck annehmen, dann spricht dich keiner an. Oh. Hm, wenn ich jetzt wüsste, wie du guckst, wenn, wenn, wenn da fremde Leute sind, ne? Ähm, das, äh, ich kann's nicht beurteilen, wir haben uns ja noch nicht im Real Life gesehen, aber, ja, schwierig, schwierig. Mein Problem ist, dass ich einen Hund habe und dieser Hund ein absoluter Streichelmagnet ist, weil, ihr glaubt nicht, wie oft ich in dem Bus sitze und plötzlich nimmt mein Hund mit anderen Leuten Kontakt auf und plötzlich ist da eine Hand, die diesen Hund streichelt und dann musst du zwangsweise auch mal kurz aufblicken und, ja, ja, die ist schon elf Jahre alt, ja, man glaubt's nicht, ja, ich weiß, ah, ich muss da mal da raus, ne? Tschüss. Leute, Hundesmalltalk ist einfach die Hölle. Es ist einfach die Hölle. Geht mitten in der Nacht mit euren Hunden spazieren und sorgt dafür, dass ihr nicht so eine Nachbarin habt, wie ich, die auch mitten in der Nacht mit ihren Hunden spazieren geht. Oh. Auf was sollst du dann bitte Rabatt bekommen? Ich, ich weiß es nicht, das ist nicht meine, meine Sache zu entscheiden, ne? Das, äh, falsche Channel. Wenn da Mario steht, musst du das wahrscheinlich mit Mario ausmachen. ein Arbeitskollege sagte mal, du hast quasi, sprich mich nicht an und du stirbst auf der Stirn stehen. Ja, manchmal, manchmal, ja, es ist, ja, es ist, manchmal hat man sowas einfach auch echt, ohne das, ja, manchmal hat man das halt einfach, so, so ein Gesichtsausdruck, ich, ich kenn das, ich kenn das, mit Nachbarn reden, da bekommst du Gänsehaut. Ich weiß, ich weiß, es ist irre. Ich bin auch kein Fan davon, mit Nachbarn zu reden, ich bin allgemein kein Fan davon, mit Menschen zu reden. Ah ja, mhm, so, du guckst immer so, ist einfach dein natürlicher Gesichtsausdruck, du hast deine Ruhe. Ja, ich sollte mir sowas auch angewöhnen. Ich sollte, ja, doch, sollte ich tun, aber ich hab immer noch das Problem mit Hund. Wie stehe ich dazu? Fremde Hunde steicheln? Für manche Personen ist das okay, manche mögen das gar nicht. Äh, gar kein Fan. Überhaupt gar kein Fan. Wenn ich einen Hund steicheln will, dann frage ich vorher den Menschen, der bei diesem Hund dabei ist und mach das nicht einfach so, weil ich weiß nicht, wie dieser Hund darauf reagiert, auch wenn er möglicherweise zu mir kommt, und ich bin da tatsächlich nicht der große Fan davon. Ich bin auch kein Fan davon, dass Sammy mit anderen Leuten einfach Kontakt aufnimmt, um sich da Streicheleinheiten abzuholen, aber sie tut das und ich kann dann, ich will dann auch nicht einfach die ganze Zeit gegen den Hund im Bus kämpfen, aber eigentlich mag ich's nicht. Ich lass es dann über sie, über mich mehr ergehen, weil Sammy genießt das total, ähm, weil, ja, das ist, da muss ich dann mit leben, weil sie hat den Kontakt aufgenommen und ich weiß, dass sie nix tut. Aber, was ich halt so gar nicht mag, ist, äh, tatsächlich, wenn wir jetzt irgendwie unterwegs sind, wir stehen an der Ampel oder sowas in der Richtung, was halt auch schon passiert ist, dass plötzlich so ein Kind neben mir steht und mein Hund streichelt, aus dem Nichts heraus. Und das geht nicht. Bringt euren Kindern, solltet ihr welche haben, oder euren Cousinen, nein, Cousinen, eher schwierig, euren Neffen, Neffinnen, wie heißen denn Neffinnen? Nichten, danke. Neffen und Nichten, alles, was irgendwie in der Generation nach euch kommt, bitte bei, geht nicht einfach so zu fremden Hunden hin, sondern fragt den Menschen, der dabei ist, weil ihr wisst nicht, wie die Hunde reagieren. Die können noch so lieb sein, bei Sammy weiß ich, dass sie nichts tut oder ich bin mir zu 99% sicher, aber macht das nicht, das kann auch massiv nach hinten losgehen und zwar wirklich nach massiv nach hinten losgehen. Deswegen, nein, immer fragen, immer fragen. Aber ja, selbst wenn der Neunjährige weiß, dass man zu fragen hat, bevor man eine andere Hunde anfasst und Assistenzhunde werden überhaupt nicht angefasst. Ja, ja, richtig, richtig. Ich kann nicht groß mit Kindern, aber wenn dann so ein kleines Kind zu mir herkommt, darf ich mal deinen Hund streicheln? Dann kann ich halt auch nicht Nein sagen. Dann sage ich auch, ja, aber sei vorsichtig und bitte nicht am Kopf. Und ja, du hast zwar keinen Hund, aber du magst es auch nicht wie ein Hundebesitzer, einfach ihren Hund direkt auf Leute zulaufen lassen und das für selbstverständlich nehmen, dass der Hund ein beschnuppert oder sich anschmiegt. Ja, geht auch gar nicht. Geht auch überhaupt nicht. In meinen Augen geht es auch überhaupt nicht, dass man in der Stadt seinen Hund neben der Straße oder so freilaufen lässt. Das gehört in meinen Augen verboten, weil man weiß nie, wie der Hund reagiert. Und wir hatten das Thema neulich schon mal, warum man eine Hundehaft Pflicht abschließt, die bestenfalls bis zu über 10 Millionen Euro Schäden abdeckt. Genau aus dem Grund, weil du weißt nicht, der Hund sieht auf der anderen Seite was, da kommt was, Autos crashen, gegeneinander, Menschen sind beschädigt. Hast du ein riesen Scheißproblem am Hals und deswegen, nein, Hunde nicht freilaufen lassen. Zumal dann die Versicherung übrigens nicht zahlt, weil du deinen Hund nicht unter Kontrolle hattest. Und dann stehst du halt wirklich am Arsch. Aber gut. Eol, schlaf gut, gute Nacht. Du findest, man sollte wenigstens mal fragen, bevor man einen fremden Hund anfasst. Man streichelt ja auch nicht einfach fremde Kinder. Oh ja, geh mal auf den Spielplatz und geht einfach mal rum. Hallo. Oh, ihr glaubt nicht, wie schnell die Polizei da ist. Oh ja, schwierig. Darfst du Benni streicheln? Nein. Ich bin unstreichelbar. Eure Hayley wird nichts machen, aber ja, Hunde sind sehr unterschiedlich. Du weißt nie, was er durchgemacht hat. Schlechte Erfahrungen mit Kids und Schubs, jetzt da bist und das Geheule ist groß. Ja, ja, richtig, richtig. Und Hunde haben genauso schlechte Tage, wie wir Menschen auch und vielleicht passt es dem Hund in dem Moment auch einfach nicht. Und deswegen, ne, bringt euren Kindern bei, sie müssen keine Angst vor Hunden haben. Auch das stelle ich sehr, sehr oft fest hier in der Stadt, dass viele Kinder einfach unbegründet Angst vor Hunden haben. Wahrscheinlich haben sie das sich von irgendwelchen anderen abgekupfert oder sonst was, was ich auch sehr schade finde. Ähm, die Eltern unterstützen das oft auch noch, ne, die Eltern gehen her und was weiß ich, packen sofort das Kind hinter sich quasi verstecken und oh mein Gott, oh mein Gott, sofort Schutzwall. Muss halt auch nicht sein. Ähm, aber wenn ihr mit einem Hund interagieren wollt, äh, immer vorher anfragen, darf ich, kann ich und vor allem dem Hund vorstellen und nicht einfach so von hinten rankommen, ne, die Geschichte mit dem Kind, die ich gerade hatte, ist halt wahr. Das Kind war plötzlich da, hat Sammy gestreichelt und Sammy hat es auch nicht mitbekommen. Die ist in dem Moment erschrocken und die ist halt glücklicherweise einfach nur einen Schritt nach vorn und hat sich nicht sofort umgedreht und diesen hier gemacht. Das hätte halt auch anders passieren können. Und dann heißt es wieder, oh, diese bösen Hunde. Ähm, ne, also, ja, bitte nicht einfach so. Ganz, ganz schwierig. Was, du hast da oben ins Gesicht gepackt, nachdem sie versucht hat, deine Tochter einfach über die Wange zu streicheln? Oh, ja, das ist halt auch, ne, das geht halt nicht, ne, das ist, äh, schwierig, ja. Das ist halt, das kapieren die Leute nicht, ne? Oh, du bist aber ein süßes Baby. Ne, Finger weg. Das ist meins. Wenn das jemand macht, bin ich, und wenn du das machen willst, gehst du durch mich durch. So schaut's aus. Ja. Äh, es geht auch gar nicht, wenn fremde Kinder anfassen wollen. Du warst, äh, zuletzt mit deinen besten Freunden, äh, was? Letztens mit deiner besten Freundin, ihrem Mann und deren Tochter, zu einem, äh, bei einem, deinem Patenkind, oh mein Gott, in der Stadt, und du hattest, äh, du hattest ja die Kleine gerade auf dem Arm, dann kommst du in der Alte und wolltest ein Gespräch anfangen in Bezug auf die Kleine und die war echt unheimlich die Frau. Du bist so schnell wie möglich weg mit dem Kind, weil du gemerkt hast, dass die Frau, äh, wohl nicht ganz auf der Höhe war. Ja, das ist halt, das ist halt irgendwie creepy, ja. Das ist wirklich creepy. Du wünschst, du hättest dir von deiner Mutter nicht abgeguckt, Angst vor Spinnen zu haben. Ja, Spinnen sind aber auch Kacke. Vor denen kann man schon Angst haben. Weißt du, du bist gerade überrascht, dass deine Nachricht von, was, was hat der Automatt gemacht? Moment. Moment, ich muss erst mal gucken, wo die Nachricht ist. Ach da, ich sehe das nämlich in Chatty nicht. Äh, wegen Neugier dann bliebe. Interessant. Ich weiß nicht warum, aber wegen Neugier dann bliebe, wegen diesen drei Wörtern, ist das im Automatt gelandet. Das steht nicht auf meiner Blacklist. Ich habe nicht die leiseste Ahnung, warum. Äh, okay. So, lese ich gleich nach. Ähm, da, 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 da. So. Was du auch nicht abkannst, wenn man versucht, ungefragt Fotos zu schießen, Kind, Frau oder von mir. Ja. Ja. Absolut. Geht gar nicht. Geht überhaupt nicht. Ich kann froh sein, dass du ihr neues Gesicht gefasst hast und nicht ausgeholt. Mhm. Darfst du halt dann auch nicht, weil dann hast du wieder ein anderes Problem. Aber ja, es ist, äh, ich finde es sehr schade, dass so viele Menschen nicht verstehen, was halt einfach übergriffig ist und das ist, ja, weiß ich nicht, warum, warum muss ich Menschen anfassen? Das ist genau das Gleiche, was man versucht, Kindern beizubringen. Man guckt mit den Augen, nicht mit den Händen. Also mir wurde das so beigebracht. Weiß ich nicht, ob das für andere Menschen auch gilt, aber, ne, nichts anderes. Man kann ja gucken, man kann ja ein Gespräch anfangen, etc. Ist ja alles total in Ordnung. Man kann vielleicht auch dem Kind die Hand schütteln, aber man bezieht halt vor allem die Eltern mit ein oder die begleitenden Personen. Völlig klar. Das stellt sich mir gar keine Frage. Wenn ein Hund auf dich zukommt, also aus Neugier, dann bleibst du ruhig, lässt ihm die Zeit, dich kennenzulernen. Wenn der Besitzer nicht zutritt und der Hund sich freundlich verhält, dann gibt es einen kleinen Streichler. Wenn sie wieder gehen, dann halt nicht. Hast du es immer so gehalten. Ja gut, ja, dann ist der Hund aber auch auf dich zugekommen. Das ist ja auch nochmal, das ist ja, das ist nochmal eine andere Situation. Wenn der Hund halt direkt auf dich zukommt, das ist ähnlich wie das, was öfter mal im Bus mit Sammy passiert, dass die halt einfach Kontakt zu anderen Leuten aufnimmt. Und da habe ich dann jetzt auch weniger Probleme damit. Das ist dann ein kurzer Augenkontakt von den Leuten meistens, die mich kurz anschauen, so nach dem Motto, darf ich? Und ich dann so nicken, weil meistens habe ich Kopfhörer drin, ich höre die ja nicht mal wirklich. Und dann können die Sammy auch streicheln. Aber, ja, es ist so komplett ungefragt, ist halt echt furchtbar. Hallöchen, Easy. Hallöchen. Einen wunderschönen, ich sag mal guten Morgen. Einfach mal so ins Blaue hinein und frage mich, ob ich rechte mit dieser Aussage habe. Mit dieser Begrüßung. Du schaffst Hunde im Vorbeigehen freundlich an, wenn sie Interesse zeigen, würdest du dem Hund dann auch oftmals gerne streicheln. Das ist aber, weil du einfach nicht mit dem Menschen sprechen willst, der da dann zumeist mit dabei ist. Du würdest zwar voll oft gerne um Erlaubnis bitten, weil es einfach das richtige Verhalten ist, aber dann müsstest du persönlichen Kontakt aufnehmen. Du willst keinen Kontakt mit Menschen. Hm, okay, das ist nochmal eine andere Sichtweise auf das Thema. Finde ich auch gut. Darf ich einen Hund einpacken und mitnehmen? Benni nickt. Das geht gar nicht. Guten Abend. Du bist seit heute Morgen wach. Wow. Okay. Gut. Easy, ich bin stolz auf dich. Hast du sowas wie einen Rhythmus momentan? Hm. Bei Hunden und Leine fragst du ja auch immer. Der Hund hier im Bunker zum Beispiel kennt praktisch jeden und ist auch ganz lieb. Die Besitzerin ist aber auch immer dabei und man kann gut mit ihr reden und dabei bleibt es ja nicht aus, dass ihr Hund auch Aufmerksamkeit möchte. Ja. Das ist, ne, wenn man sich öfter begegnet und so, ist das nochmal eine andere Sache. Ne, das ist jetzt da, das ist dann auch nicht so wild. ich habe auch, ich habe vorhin die Nachbarin erwähnt, die auch immer in der Nacht spaziert und wenn ich mit Sammy dann halt nochmal kurz vor der Tür bin oder so, dann begegnen wir uns relativ häufig und die hat auch immer noch nicht so viel. Die hat halt auch einen Hund, auch so einen verrückten Terrier und dieser verrückte Terrier steht total auf Sammy und fiepst und quietscht und tut alles in diesem Moment. Ähm, und Sammy dann zeigt ihm halt so einen Arsch und sagt so, interessiert mich nicht, was du willst. die hat halt gar keinen Bock auf den. Und dann versuche ich ihn ab und zu mal so ein bisschen abzulenken und gehe halt auch runter und streichle ihn dann und, äh, ne, ist es, aber das ist nochmal eine andere Sache. Wenn man dann sowieso die Leute kennt und auch die Hunde, dann, dann lockert das das Ganze ein bisschen auf. Aber, ja, ich glaube, ich habe gesagt, was ich sagen wollte zu dem Thema und das auch sehr ausdrücklich. Du hast seit mehreren Monaten wieder einen Rhythmus. Es gab zwischendurch nur so drei Ausnahmen, wo mal der, wo dein Schlaf mal Katastrophe war. Hm. Okay. Nice. Dagegen hast du jetzt Schlaftabletten. Die hast du bisher nur einmal gebraucht. Ah, okay. Ja, wenn ich nicht schlafen will, habe ich Melatoninspray. Das funktioniert auch ganz gut. Zumindest für mich. Und als ich es diese Woche gebraucht habe, hatte ich keins mehr und es war leer. Das war toll. Oh, man. Als du noch bei der Post gearbeitet hast, hattest du einen Hund auf der Route. Der wusste immer schon, wenn du kamst, dass du für ihn was dabei hast. Der kam dann immer schon freudig auf dich zu und die Besitzer haben sich immer gefreut, wenn du kamst und ihrem Hund sein tägliches Leckerchen gegeben hast. Okay, ja, okay, das ist cool. Das ist cool. Wie das Herrchen, so der Hund, das passt erstaunlich, oft erstaunlich gut, ja. Das ist, das ist gar nicht so, so fernab der Realität, wie man vielleicht meinen wollen, meinen wollen würde, weil es so ein dämlicher Spruch ist. Aber doch, das passt oft, oft richtig gut zusammen, ja. Aber apropos Leckerlis, jetzt muss ich nur aufpassen, dass mein Hund da jetzt nicht drauf reagiert. Ähm, falls ihr öfter mal Hunde trefft und Leckerlis für die haben solltet, fragt bitte auch da die Besitzer vorher, ähm, ob das in Ordnung geht und sagt den Besitzern vielleicht auch, was das für Leckerlis sind. Weil, ne, gerade bei Sammy oder so kriege ich das auch relativ häufig mit. Darf ich dem Hund ein Leckerli geben? Komm, ich hab da was. Und dann frage ich halt, ja, was ist denn das für ein Leckerli? Was ist da drin? Ist das rein Fleisch? Und dann sind die meisten Leute schon so, ja, das ist halt so ein Frohlich-Ding. Hirnbatzel und raus. Ne, fragt da bitte auch nach, weil es sind unglaublich viele Hunde gegen die verschiedensten Sachen auch allergisch. Also, wenn ihr Leckerlis verteilen wollt, nehmt am besten irgendwie was aus Rind, und zwar 100% Rind, weil das vertragen noch die meisten Hunde, äh, ohne sofort einen allergischen Schock zu bekommen. Ähm, ja, ne, auch da schwierig, schwierig, äh, die meisten sind dann echt so, Moment mal, ich hab allen Hunden bisher immer irgendwelche Leckerlis gegeben, und es fragt ja nach, was das ist. Ich hab auch schon oft genug dann abgelehnt, weil ich gesagt hab, ja, ne, weil, dann kriegt die einen allergischen Schock und ich kann wieder drei Tage lang, ne, da dahinter sein, hab ich auch keinen Bock drauf. Ähm, ähm, ach ja, und WB-Joggle. An die Tabletten kamst du jetzt eher an, äh, eher dran als Spray, das hätte, dafür hättest du nämlich in die Apotheke gemusst. Nein, Amazon. Melatonin-Spray ist Nahrungsergänzung, das ist kein Medikament. Will ich an der Stelle kurz anmerken. Und es funktioniert gut, aber, bei mir. Gibt auch andere, wo es nicht so funktioniert. Das war auch immer einvernehmlich, weil die waren voll nett und hatten absolut nichts dagegen, wenn du Kontakt mit dem Hund hattest. Ja, okay. Das war schön. Ja, das glaube ich. Das glaube ich. Hätte ich auch Bock drauf. Ich bin ja eh so der totale Hundemensch. Ich seh den Hund und ich will eigentlich den Hund knuddeln, aber ich trau mich nicht, die Menschen anzusprechen dafür, weil dann müsste ich ja mit Menschen sprechen. Das ist ein Zwiespalt. Du musst jeden Abend eine Pille nehmen, sonst kannst du nicht schlafen, schon seit Jahren. Oh, das ist halt auch heftig, ne? Ich bin ja überhaupt kein Fan davon, irgendwas Künstliches in mich reinzupacken oder so, nur damit ich schlafen kann. Das ist so ein Frohlich-Ding, genauso gut, wenn jemand sagt, dass seine oder ihre Quelle das Internet ist. Ja, ja. Leute, Frohlich ist kein Hundefutter, Frohlich ist Resteverwertung. Ganz ehrlich. Das hat mit Hundefutter nichts zu tun. Du bestellst du Sachen nur per Online-Apotheke? Ja, okay. Ja, gut. Ne, Apotheke war mir zu doof. Seine Tabletten verlieren nach einer Woche regelmäßiger Einnahme die Wirkung. Ah, interessant. Körper gewöhnt sich dran. Ja, okay. Das ist wie mit, wenn man täglich Kaffee trinkt, irgendwann bringt der Kaffee halt nichts mehr. Deswegen habe ich meinen Kaffeekonsum auf maximal zwei am Tag reduziert, weil ich hatte das tatsächlich, dass ich mal irgendwann Koffein zu mir genommen habe, wenn ich schlafen wollte. Das war richtig wild. Ja, ich gehe jetzt schlafen. Ich mache mir noch einen Kaffee. Hä? Okay, klar. You do you und so. Leckerchen ist auch eine Belohnung für den Hund und den der vor zwei Minuten Scheiße gebaut hat, was der Fremde nicht weiß. Dann ist das für die Erziehung nicht gerade förderlich. Ja, ja, gut. Ja, das ist auch noch so eine Sache. Wobei, das weiß man in dem Moment nicht und das weiß der Hund in dem Moment im Normalfall auch nicht mehr. Sind wir mal ganz ehrlich. Nach zwei Minuten ist gefühlt auch alles schon wieder vorbei. Aber ja. Aber ja. Gut. So, Leute. Jetzt sind wir ganz schön vom Thema abgekommen. Das heißt, wir hatten heute drei Themenblöcke. Oh mein Gott. Wie sind wir da eigentlich drauf gekommen? Ich weiß es nicht. Irgendwann ging es um Hunde. Davor waren wir noch beim Abo-Button auf dem Po. Hervorragend. Leute, ich würde mal behaupten, wir sind jetzt grob durch mit dem Thema und das bedeutet wiederum, ich würde so langsam ein Pröschen machen und das Spiel vorbereiten. Wir spielen nach der Pause Lumi One und gut, dass böse Alte nicht hier ist, weil ich nehme jetzt das böse C-Spiel in dem Mund. Das ist rein vom Trailer her eine Mischung aus Ori und Celeste. Sprich, es ist ein Plattformer und ich bin sehr gespannt da drauf, weil es sieht halt richtig gut aus. Und Plattformer haben wir schon lange nicht mehr gespielt und ich hoffe, mein Controller hat noch Strom, weil... Oh, Entschuldigung. Den habe ich seit Wochen nicht mehr angefasst. Er geht zumindest an. Das ist ja schon mal etwas. Ja, er geht zumindest an. Ja, immerhin. Sehr gut. Ja, ne, Leute, kurzes Päuschen und dann geht es gleich weiter mit Lumi One. Geht, geht kurz pinkeln, geht kurz Knabberzeug holen. Spiel Tetris. Was auch immer. Bis gleich, ne. Wo ist mein... Da ist der Knopf. Bis gleich. Bis gleich, Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, nicht erschrecken, ich bin wieder hier Ich habe versucht, langsam die Lautstärke meiner Stimme zu erhöhen Ich weiß nicht, ob das funktioniert Gibt es ein Emoji, das springen Symbolisiert? Was ist denn das? Das ist ein Springbrunnen Nun ja Landschaft gibt es nicht Oh, ich nehme den Furz Das ist gut Wow, ein Benni Ja, krass, ne? Äh, Celeste plus Ori ist gleich Lumi One In Klammern, Fragezeichen Und damit kann ich die Kategorie einstellen So, sehr schön Fertig Dann läuft Dann öffnen wir mal Steam Ich hoffe, das Spiel ist aktuell Ich hoffe, das Spiel ist installiert Ähm Wo ist L im Alphabet? Ah, hier Okay Gut Ja, wo ist L im Alphabet? Kurz vor Z Okay, sehr gut Ich verstehe So Dann gucken wir mal Oh Okay Ja, ja Mach das mal Das ist in Ordnung Musik aus Screen Ah Was ist denn das? Was ist denn das? Das ist das erste Spiel Das ich über Steam starte Das im Hintergrund Den Epic Launcher öffnet Wartet mal Das ist ja richtig wild Warum Meta-Konto? Was will ich denn mit Meta-Konto im Epic? Ne, warte mal Das ist Oculus App Hä? Was? Wie? Moment mal Oh nein Diese Säcke von Facebook Oh, Zuckerberg Echt jetzt? Jetzt gibt's doch einen Meta-Kontenzwang für die Oculus-Brillen Ja, leck mich doch mal am Arsch Oh Wirklich? Jetzt nicht Nein Geh einfach Weg Schließen Niemand braucht dich gerade Warum bist du überhaupt auf? Oh Gleich dicker Minuspunkt Ja, ich sollte mich vielleicht langsam doch mal für eine neue VR-Brille entscheiden Die einzige Sache ist Das ist die einzige Die hier wirklich gut funktioniert Ähm Weil Ja So, jetzt pass mal auf Ne, es war tatsächlich nicht Epic Das war Die Oculus-Software Warum auch immer die hier startet Ich weiß es nicht SteamVR läuft nämlich lustigerweise nicht Ja, okay So, jetzt gucken wir mal Settings Language Ah, warte mal Game François Deutsch Sehr gut Äh Controller-Vibration Blabla Ne, Timer brauchen wir nicht Wir machen keinen Speedrun Habe ich mir sagen lassen So, geht das höher? Nein Vollbild Gibt's Vollbild im Fenster Nice Perfekt Auflösung Sehr schön Die kann man auch nicht höher drehen Ton Gesamtlautstärke hoch Sound Darf hoch Musik So ungefähr Mal gucken Ich bin gespannt Ob das gleich gut funktioniert Tastatur Haben wir nisch Also haben wir schon Brauchen wir aber nicht Okay Springen ist A Fliegen ist X Das kann ich mir merken Greifen ist der rechte Trigger Warte mal Der Trigger war der untere Ja, genau Und interagieren ist Y Das ist denkbar einfach Okay Ich find's schön Dass wir den Abspann Direkt angucken können Hat man auch nicht so oft Ja, sehr schön Willkommen zu LumiOne Wie gesagt Ich habe keine Ahnung Was das für ein Spiel ist Es sieht bis jetzt Einfach echt schon mal hübsch aus Das erinnert mich gerade sehr An Absu Wenn ich ehrlich bin So mit dieser Unterwasserszene Absu ist übrigens Auch ein hervorragendes Spiel Ich drücke schon mal Den tollen Button Damit ihr die Infos Im Chat bekommt Und da drüben Da Sehr gut Genau Ist jetzt ein bisschen Über ein Jahr Auf dem Markt Und Achso Es ist ein Tiefsee-Universum In dem das spielt Hervorragend Aber es sieht halt So ein bisschen aus Wie Celeste Von den Mechaniken her Und Orient the Blind Forest Oder der zweite Teil Dessen Namen Ich vergessen habe Und es scheint eine wunderbare Mischung zu sein Ich hätte unglaublich gerne Die Entwickler Auf Twitter Markiert Als ich vorhin den Post geschrieben habe Zum Stream Problem ist Der Twitter-Konto Ist gesperrt Und ich weiß nicht warum Aber hey Alles nicht so wild Dann machen wir es halt so Ist auch in Ordnung Sieht auf jeden Fall Sehr hübsch aus Das Spiel Kostet glaube ich Auch gar nicht mal So wahnsinnig viel Und gibt es offensichtlich Auch auf der Switch Wenn ich das gerade Richtig gesehen habe In meinem Overlay Will of the Wisps Ja genau Ich habe das noch nicht gespielt Ochi steht eigentlich Immer noch aus Und die sollen halt Echt gut sein Ja Gut Und das ist Lumi1 Habe ich schon gesagt Ich drücke mal auf Start Wir gucken mal Neues Spiel Es gibt Instant Timer Ich weiß nicht ob das gut ist Ich habe es nicht so mit Timern Ich meine Ich ignoriere jeden Tag Mein Wecker Ne Nun Hm Das ist ein guter Start Ne Ähm Hallo Hallo Spiel Ich habe es kaputt gemacht Ich glaube ich habe es wirklich kaputt gemacht Nein Oh mein Gott Da steht was Es Ähm Ich glaube Das Bild endet irgendwo da unten Weil es es gerade intern auf 4K umgeschalten hat Soll das so sein? Nein Nein Ich glaube nein Kann ich das abbrechen? Ähm Ähm Ich drücke Tasten Ich drücke Wildtasten Läuft Eine Prüfuun Prüfuhr Ähm Ich habe halt auch keinen Ton Hallo Ich Oh warte mal Oh Obacht Wenn ich das hier mache Habe ich quasi ein Menü Kann ich hier Okay wisst ihr was Alles klar Hervorragender Start Geh weg Oculus Ich schalt's doch auf Fullscreen Wie sie sehen Sehen sie nichts Ja doch Sie sehen schon was Aber leider etwas zu groß Und abgeschnitten Ähm Okay Ich gehe tatsächlich auf Äh Fullscreen Vielleicht war das die Sache So Einstellungen Video Vielleicht mag er Vollbild im Fenster nicht So jetzt Vollbild Jetzt aber Start Wenn es gar nicht geht Musst du Alter 4 drücken Ja es ist Es ist einfach so Alter 4 ist die Lösung für so vieles Ne Genauso wie Control W Also Steuerung weg Ähm Im Im Browser Eurer Wahl Die Lösung für alles ist Ne Wenn mal wieder Mutti Irgendwie um die Ecke kommt Und ihr irgendeine nicht so vorteilhafte Seite Aufen habt Dann einfach ganz schnell Control W Auf der Tastatur drücken Und der Tab ist weg Hä Hä Vielleicht weißt du es nicht mit der VR Oh mein Gott Das könnte sein Oh mein Gott Das könnte sein Ja Hallöchen Hallogen Hi Hallo Hallo Ähm Hallo Oh mein Gott Ja das könnte natürlich sein Dadurch Oh ja Willkommen zu technischen Problemen Ähm Weil das Spiel Ist der Meinung Dass Dinge Nicht funktionieren Weil die Meta Software Mit gestartet ist Deswegen haben auch die beiden Monitore Deswegen waren die gerade aus Weil die Grafikkarte Auf VR Brille Umschalten musste Also das ist sogar sehr gut möglich Dass die gerade Bild angezeigt hat Das Spiel hat nicht mal VR Unterstützung Hast du VR Unterstützung? Ich gucke Nein Fucking Oculus Software Wenn ich dich jetzt nochmal starte Und du startest einfach nochmal mit Dann schmeiß ich dich in diesem Moment vom Rechner Dann brauche ich keine Treiber mehr Ja Äh Hi Dankeschön für den Raid Hallöchen Schildkröte Hallöchen Hallogen Hallöchen Dann alle anderen Ähm Willkommen Wir sind hier gerade Wir wollen Loomy One starten Aber offensichtlich ist Meta dabei Uns davon abzuhalten Also würde ich jetzt mal spontan vermuten Weil die Software ist gestartet Und was weiß ich Ähm Ganz ganz merkwürdiges Gedöns Ich gucke jetzt auch nochmal kurz nach Die Software ist Die Software läuft schon wieder Oh Geh weg Ja ich will schließen Schließen So Ja Das sieht Das sieht gut aus Oh ich glaube Oh 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 Alles klar Was gab's bei euch eigentlich Warte mal Ich muss dir noch einen Shoutout geben Hier geblieben So Was gab's bei euch eigentlich Schönes Jetzt hab ich Hallöchen Jetzt hab ich Hulk Ähm Jetzt Infliction Extended Cut Warte mal Das kommt mir so bekannt vor Das haben wir auch gespielt Das hatten wir auch Ja 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 Infliction haben wir gezockt Voll gut Geilo Green Hell Solitaire Und Infliction Das ist eine interessante Mischung Das ist eine sehr interessante Mischung Find ich gut Oh ist schön Solitaire war super Ey Solitaire ist so gut Ne Ich spiele selber gerne mal eine Runde Solitaire Also Wenn ich halt gar nichts hab Dann kommt halt Solitaire ins Haus Ähm Gar kein Thema Schön Sehr schön Aber Infliction war cool Infliction war tatsächlich cool Ich hab keine Ahnung mehr um was es ging Aber Infliction war nice Ich kann mich daran erinnern Dass wir das gezockt hatten Wir spielen einfach so viele Spiele Dass ich kaum Erinnerungen hab Das ist echt schlimm Du gehst erstmal ein bisschen Seven Days spielen Alles klar Dann chill Viel Spaß dabei Viel Spaß Und schön Horror Game in VR Oh du Ruki Ich hab mir bei Half-Life Alyx Schon fast die Hand gebrochen Weil ich so einer dämlichen Headcrap Eine runterhauen wollte Mit meiner Also mit meiner leeren Pistole Weil ich hatte keine Munition mehr Und dann war da halt Statt einer Headcrap Plötzlich ein Tisch Und zwar ein realer Tisch Und in dem Moment Dachte ich echt so kurzzeitig Okay cool Du hast dir jetzt Alle Knochen Die du in dieser Hand Versammelt hast Zertrümmert War glücklicherweise nicht so So jetzt gucken wir mal Ja So weit waren wir schon So weit waren wir schon Hallo 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 Der Loading Screen Ist aber auch Lang Please Please Nein der Monitor ist aus Dammit Warte Warte Ja, da ist die Oculus Software wieder Die hat sich jetzt wieder reingehängt, weil irgendein Spiel gestartet wurde Schließen, geh weg Dann geht das Spiel weg Was ist das denn? Programme hinzufügen oder entfernen Äh, Oculus Deinstallieren Buy Verschwinde Es gibt bestimmt Alternativen zum Treiber Für die Oculus Brille, garantiert Das ist mal eine schlechte Programmierung Das hat nicht mal was mit dem Spiel zu tun Das Spiel fordert irgendetwas Von der Hardware an, auf das der Oculus Client reagiert und wenn der Startet Geht quasi der vierte Monitor hier am Rechner An und der vierte Monitor ist halt die Brille Und dann Wird das Signal offensichtlich dahin Übertragen. Ich weiß nicht warum das Jetzt genau gerade passiert, aber Sobald du irgendwas mit VR startest Ähm Hängt sich die Software da rein Weil halt einfach der Treiber Davon angesprochen wird Äh Ich weiß aber gerade nicht Warum das jetzt hier so Warum dieses Spiel das macht Dass keine VR Ähm Dass eigentlich keine VR Unterstützung hat So, jetzt suchen wir nochmal kurz nach Um sicher zu gehen Facebook haben wir nix Meta Haben wir auch nix Okay, cool Gut Next try Irgendein Feature wird da angesprochen So Du würdest es lustig finden, wenn Anni ein VR-Spiel spielen würde Ich auch Ich auch Durchaus So, jetzt warte mal Jetzt haben wir keinen Ton mehr Warum haben wir jetzt Ihr hört mich Ja, ihr hört mich noch So, wahrscheinlich wurde jetzt hier auch der Sound umgestellt Ja, genau Das ist jetzt nämlich da drauf Jetzt muss ich hier ganz kurz Hallo Wir haben Ton Ihr habt Ton Sehr gut Und jetzt gucken wir mal Hey Daniel Hallöchen Du bleibst lurky Heute musst du dein neues Mikro einstellen Uh, neues Mikro Oh nice Ja, schön Das ist nice Das ist tatsächlich nice Und Headcrap als Hut geht immer Half-Life Alyx war so gut Beste VR Experience Deiner Meinung nach Ich hab's nach meiner fast zerträumerten Hand Nie wieder angefasst Ich bleibe bei Beat Saber Da weiß ich wenigstens Wo Freiraum für meine Hände ist Und Pokémon troll dich, Neko Oh nein Ist die Brille angeschlossen? Ja, natürlich ist die angeschlossen Ich krieg jetzt aber auch nicht hinter den Rechner Um die abzuschließen Nee, nee Das muss auch so gehen So, next try Oh mein Gott Das sieht so viel besser aus Juhu Es gibt eine Dunkelheit Und mehr hab ich nicht gelesen Und ihr seht nix davon Moment, ich drück nochmal alte 4 Weil ich sie jetzt Jetzt hab's ich versaubeutelt Ah Sorry Jetzt aber Ah Ja Das war jetzt mein Fail Es ist nicht Teil der Programmierung Wenn es etwas anspricht Das es nicht ansprechen sollte Ja, ich weiß es nicht Theoretisch Möglich Ja Kann sein Ich weiß halt nicht Was es anspricht Es muss Vielleicht Vielleicht ist es Irgendein Feature Das Ich hab doch keine Ahnung Auf was dieser komische Treiber Alles reagiert Weil SteamVR SteamVR ist zum Beispiel Nicht gestartet Und deswegen I don't know Hallöchen, du Gurke Moment, ich wollte Banane sagen Aber egal Hallöchen, Uli Hallo, Darkness My old friend Ja Start Neues Spiel Achter Versuch Es gibt eine Dunkelheit Die tief unter der Oberfläche Des Meeres lauert Ha Ihr seht was Wir sehen was Juhu Nice Jetzt ist mir warm Ich brauch meine Kuscheldecke Nicht mehr, glaub ich Ein einsamer Geist Macht sich auf Sie zu durchbrechen Aber was erwartet ihn Runen Tatsächlich Runen Zahlreiche Hindernisse Liegen auf seinem Weg Eine Prüfung der Weisheit Und des Mutes Um Antworten in der Dunkelheit Zu finden Es gibt ein Licht Irgendwo da oben Geht nicht ins Licht Macht das nicht Okay, das Intro ist cool Einziger Kritikpunkt Die Texte sind zu kurz eingeblendet Ja We can see Benny can play Ja Ja, richtig Schön Oh, Pettestreamer Oh Das gab's noch nie hier im Chat Oh, schön Okay Sehr gut Was du benutzt Sandwiches Um bestimmte Pokémon-Typen Häufiger auftauchen zu lassen In dem Fall Unlicht wegen Nachthara Beziehungsweise Donner sich will Paradox-Pokémon von Brutalanda Äh Was findet Neko? Zwei Shiny Sneebel Und ein Shiny Zobiris Aber die will Neko nicht Die hab ich beide so gefunden Tatsächlich auch ganz ohne Irgendwie Ähm Dinge Das ging sehr, sehr gut So, ich muss es testen Was passiert? Autsch Ich musste es testen Leute Ihr kennt mich, ne? Ich muss es testen So, was hatten wir? Das ist springen Ich hab die Steuerung schon wieder vergessen Y war interagieren X war irgendwas Und RT war auch noch irgendwas So, was bist du? Was bist du? Da scheint etwas in den Steinen gemeißelt zu sein Das Licht flackert dort Wo der Pfad weiter geht Okay Ich frage mich Was das wohl bedeutet Ja Same Ich frage mich das auch Schöne Farben gefällt dir? Ja Ich mein Guck mal Ihr seht das kaum Aber der Helm Von unserem kleinen Charakter In Verbindung mit Ich vermute Das sind die Haare Ich bin nicht 100% sicher Das sieht so ein bisschen aus Wie so ein Fisch Und das Ganze ist unter Wasser Es springt sich auch tatsächlich sehr Ich sag mal Wart ihr schon mal im Schwimmbad Und seid dann untergetaucht Oder habt versucht Euch irgendwie vom Boden abzustoßen So fühlt es sich an Das ist Vom Widerstand her Tatsächlich gar nicht so So Falsch Nur dass wir unter Wasser weniger Oh mein Gott Das war ja knapp Weniger Geräusche machen How much is the fish? Schön So Wo ist die eine Dimension? Wie ist sie denn? Was? Welche Dimension? Hat Was? Welche Dimension? Uli du verwirrst mich Nicht verwirren Haben wir Instant? Oh nice Wir haben Instant Einen Wall Jump Das ist geil Und wir können uns auch Direkt hier an der Wand festhalten Und langsam runterrutschen Okay Das ist sehr cool Das unterscheidet sich schon mal Von anderen Plattformen Die ich gespielt habe Weil meistens Das ist eine Fähigkeit Die man später freischaltet Hips Au Au Achso die dritte Dimension Im Spiel Ach Gibt's nicht Das ist 2D Da oben ist das Licht Da Da Oh mein Gott Der Pfad endet hier Vielleicht ist es wahr Dass wir Feen Nicht dazu bestimmt sind Die Dunkelheit des Meeresbodens Zu verlassen Du bist eine Fee Okay Ich kann nicht der Erste sein Der diese Idee hatte Andere sind vor mir Bis hierher gekommen Nur um dann Angesichts dieser Unmöglichen Entfernung Aufzugeben Aber was kann ich tun Die Entfernung ist größer Als es meine Fähigkeiten zulassen Und nicht weinen Weinen ist nicht gut Ich hasse dieses Gefühl Wer ist da Ist da jemand Ähm Okay Wir schließen die Augen Nur Mut Oh da darf ich klicken Oh Oh Irgendjemand hat uns Oh Nur Mut Kind Oh Vertraue auf das Licht In deinem Herzen Dann wird für dich Keine Entfernung Zu weit sein Okay Ich kann dir zu dieser Zeit Nur eine kleine Hilfe Für deine Reise bieten Das ist zwar nicht viel Aber es sollte dir helfen Deine Reise zu beginnen Oh Das war X Fliegen Das ist mega hübsch Oh Sollen wir es versuchen Ja bitte Fliegen L Achso Wir glitzern Wenn wir fliegen Und X halten Ist Oh Das ist Das ist ja nicht fliegen Das ist ein Dash Das ist ein Dash Musik ist nett Oh ja Haben wir eigentlich Einen Doppelsprung Nein Oh Oh Okay Wir können nicht Auf ewig fliegen Das ist klar Ah Gut Dass das jetzt nicht ging Wundert mich halt gar nicht Ah Stopp Wie komm ich da hoch Achso Ha Ich kann auch nach oben fliegen Natürlich Ha 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 Okay Vor dir liegen viele Herausforderungen Aber dir sollte eines Immer gewiss sein Du bist nicht allein Und das wirst du auch niemals sein Bleib standhaft Dann wirst du mit der Zeit Hilfe erhalten Holy shit Voll der Pep Talk Wenn die Zeit gekommen ist Wirst sie deinen Pfad kreuzen Okay Du wirst jemandem begegnen Dem du vertrauen kannst Es liegt nicht an mir Dir zu enthüllen Wer diese Fee ist Die Antworten auf manche Fragen Kannst nur du selbst finden Habe Vertrauen in dich selbst Und vertraue jenen Die dein Vertrauen verdienen Errungenschaft freigestaltet Tiefer Abgrund Ey Dieser Dieser Ich weiß nicht was es ist Es ist keine Qualle Es ist Ich würde es als Als Tropfen im Wasser bezeichnen Ähm Ey Voll der Life Coach Voll der Life Coach WTF Erinnert dich irgendwie Äh Mal Hollow Knight Weiter zu spielen Keine Ahnung warum Ja Hollow Knight ist toll Das sollte man grundlegend Weiterspielen Also Aber gut Es ist ein Plattformer Also das Genre ist mal grob So Schon ähnlich Was das angeht Aber von dem was es kann Ist das tatsächlich Also ne Ich hab's vom Trailer her Ne Steht im Titel Eine Mischung aus Celeste und Ori Und Ori zum Beispiel Wegen diesen wunderbaren Zacken hier Und Celeste zeige ich euch Auch noch an der Stelle Wenn's mal soweit ist Oh mein Gott Oh warte mal Aha Okay das ist Celeste Das sind die Bubbles Die uns Äh Wieder Energie geben Oder gibt's die in Ori auch Ich bin nicht sicher Ich werde nicht enthüllen Wer es ist Aber es ist eine Fee Fuck verplappert Ja das dachte ich mir auch In dem Moment Das dachte ich mir halt Tatsächlich auch Okay Ich mag den Style Von dem Spiel Übrigens gerade sehr Ah Oh Ups Ich dachte das geht Das geht sich besser aus Oh wie soll ich denn das machen Achso ja verstanden Ich will den Stern Der Stern ist Quasi die Erdbeere Wie's ausschauen Äh Wie's ausschauen Ah Depp Ich Warum spiele ich eigentlich immer Plattformer Wenn ich genau weiß Dass das nicht Mein Genre ist Achso warte mal Ha Das ist tatsächlich wie Celeste Wenn wir wieder festen Boden Unter dem Fuß Äh Unter den Füßen haben Dann Kassieren wir die Sterne ein Bis dahin Fliegen sie uns nur hinterher Das ist voll gut Ich liebe es Ich liebe es jetzt schon Weil Plattformen eine Gaudi machen Ja es ist halt wirklich so Okay pass mal auf Wenn ich jetzt diesen hier mache Kann ich jetzt nochmal Nein Okay das heißt Ich muss Weil es gar nicht anders geht So hier hoch Okay Und diese Oh ihr seht das nicht Hinter mir ist eine Qualle Das heißt Oh Warte mal Ich hätte diesen hier machen müssen Scheiße Ich komme nicht mehr nach unten Aber schade Ach schön Weil Menschen masochistisch veranlagt sind Darum spiele ich die Ja und weil sie toll sind Können wir einfach mal den Fakt Denn das Plattformen toll sind Wenn sie mich nicht gerade umbringen Ähm Nun Warte Hap Nun Wie Da sind überall Stacheln Aha Oh doch Oh Gott ist das knapp Hopp Ah Hopp Ah Hopp Ha 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 Gewusst wie Fast Oh mein Gott Hey Ich habe nicht damit gerechnet Dass diese Plattform Skill benötigt Ah Okay Sonst hätte ich nie begonnen Ah 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 Nein Hm Nee Mä Ah Oh mein Gott Ich Okay Ich ging nicht davon aus Dass ich da noch rüberkomme Gerade Jetzt pass auf Gott Stell erstens nur Hast du das geholt Und hast auch deinen Spaß daran Auch wenn es stellenweise echt knifflig ist Ja es ist halt auch immer so ein bisschen die Challenge Ne So ein bisschen Einfach das Ah Ah Oh So ein bisschen einfach Nein das liegen sind halt auch so So Spiele ohne Schwierigkeitsgrad Ah So toll Weil Man hat halt einfach eine Challenge Die man überkommen muss Oder überwinden muss Nicht überkommen Überwinden Nennt sich das Wort Ne Es ist halt einfach so Ah Viel Oh mein Gott Viel zu spät Aber das ging Hä Das ging nicht Okay Ich muss von dem höheren Punkt abspringen Weiter Und Oh Gut Oh Ah Nein Warte Stopp Okay Nice Vor allem wenn man Wie du den Ehrgeiz hat Alle Collectibles einzusammeln Die immer mehr werden Und du bist schon im dreistelligen Bereich Das erinnert mich sehr an Die Sehr an Crocs Ne das ist Gras Okay Das Das killt uns nicht Benni Hat Angst vor Gras Ja wie war das gerade mit den Collectibles Und einsammeln und so Das kommt mir gerade sehr bekannt vor Okay Okay Ah Oh Ah Oh Oh Nope Ich glaube es bringt mir gar nichts Wenn ich hier unten das Ding einspare Oh Doch Ah Oh warte Oh nein Ich muss zurück Oh nein Ich muss zurück Ich dachte ich kann jetzt einfach da links unten raushüpfen Und das war's Ähm Das ist jetzt Oh 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 no 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 So Obacht Holy fuckeroni Das Spiel ist direkt Aber dadurch dass es so ein bisschen so eine Unterwassersteuerung hat Es ist auch weniger direkt als man manchmal meint Man hat so ein so ein Kennt ihr das wenn über Eis schlittert Und eigentlich stehen bleiben wollte aber noch so ein bisschen hinterher Äh so ein bisschen hinterher rutscht quasi So ein Gefühl hat's Oder löst es gerade aus Ah Es verstimmt schon Krasse Ori-Vibes Wirst du es wohl auch die Tage mal wieder aufs Switch spielen Ja Mach das mal Ich hab's tatsächlich noch nie gespielt Ich hab's schon oft gesehen Aber noch nie selbst angefasst Vielleicht auch so ein bisschen hinter dem Hintergrundgedanken So Ori hat halt jeder gespielt Ah ja ja Okay Nice Puh Ja toll Ey was war das für ein gezieltes Ding jetzt in die Staffel rein Oh wow Okay nice Ich weiß nicht wohin Ach so nach da oben Oh shit Man sollte manchmal auch seine Route vorher überprüfen Ne Bevor man irgendwas tut Ich hab gehört das hat Vorteile Okay Autsch Das war zu früh Autsch Okay Pass auf Und Bonk Ach nee Knappe Kiste Äh Es gibt sogar Achievements auf der Switch Weil Xbox Live im Hintergrund arbeitet Oh really Das ist tatsächlich so die eine Sache Die ich so ein bisschen auf der Switch vermisse Ich bin jetzt nicht der wahnsinnige Achievement Hunter Oder sowas in der Richtung Ich freu mich wenn ich die bekomme Ähm Aber ich bin jetzt nicht so Also selten halt Dass ich ein Spiel wirklich Auf 100% spiele Was jetzt Achievements und so angeht Aber es ist trotzdem immer so eine Sache Es ist schon schön Wenn man die einfach hat Und das ist tatsächlich eine Sache Die ich auf der Switch einfach ein bisschen vermisse Weil es gibt da keine Autsch Keine Achievements Außer das Spiel selber hat die vielleicht Ne Stardew Valley hat ja auch seine Achievements Ingame Vielleicht genau aus dem Grund Ich weiß es nicht Ähm Aber Manchmal wäre es halt schon schön Zu sehen Wie man auch selber dasteht Weil inzwischen gibt es ja auch Bei allen Achievements So ein Ne So und so viele Spieler Äh So und so viele Prozent Der Spieler haben das erreicht Und vielleicht hat man ja was erreicht Was ganz viele andere Leute Nicht haben Ne Ich freue mich zum Beispiel immer Wenn ich in Steam dann sehe So Oh cool Das Achievement ist gold umrandet Das haben nur Weiß ich nicht Vielleicht ein Prozent Der Spieler erreicht Ich weiß nicht wo die Grenze Für diese goldene Umrandung ist Aber das ist halt schon irgendwie nice Ist ja Tippfehler im Titel gewollt Nein Welcher Tippfehler Tschau Rüppel Mach mich jetzt nicht schwach Was habe ich geschrieben Was habe ich Seletes Warum steht da Seletes Fuck Nein das sollte Celeste heißen Ach man Nein Gott wie passe ich denn das Mobil an Da ist der Stream Manager Nein nicht der Manager Die Stream Info Hier Oh man Scheiße So jetzt pass auf Celeste Leerzeichen Speichern Deine Infos wurden erfolgreich aktualisiert Ja das wollen wir doch mal sehen Ach man Fuck Geil neuer Plattformer Seletes Ja 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 Absolut Ach scheiße Wurde aktualisiert Nice Ja Ja Genau Und ich bin die Person Die Person die sehr auf Rechtschreibung schaut Ne Also Kommasetzung Okay kann man falsch sein Ähm Aber Dass Worte richtig geschrieben sind Ist mir persönlich unglaublich wichtig Und dann mache ich sowas Ne Ey Das war gemein Das war gemein Das hätte doch gereicht Ha Okay Sehr gut Next Next Man kann sich mit seinem Xbox Live Konto anmelden Und werden regulär zum Gamerscore angerechnet Als ob du auf dem PC oder Xbox spielen würdest Oh das ist nice Das ist tatsächlich nice Wie gesagt Ich bin Ich lege da eigentlich nicht so den riesigen Wert drauf Aber es ist halt schon schön Wenn Achievements da sind Da bin ich ganz ehrlich Das ist halt schon Schon hübsch Ah Das ist aber jetzt schon auch ein bisschen mies Ne Holla die Wie mache ich das Ah Nope Äh Oh wir haben hier keinen Keinen Schwung Effekt Oder kann das sein Hä Ne wir haben keinen Schwung Effekt Aber ich muss das so machen Dass ich mein Mein Äh Meinen kleinen Das Fliegen Ähm Nicht direkt nutze Sonst überlebe ich das hier nicht Hä Okay Von der Idee her gut Von der Umsetzung schlecht Okay Okay Hatten du Hatten du Okay Hä Ah ja Ah ja Ah Ah lalalalalalalala Okay Obacht 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 Gibt es offensichtlich Gibt es offensichtlich auch Auf der Switch Ah Nein Verdammte Rotz Kacke Nein Ne Das ist nicht gut Oh das ist auch nicht gut Hi Lilith Hallöchen Ich Ich winkel mal zurück Äh warte Ich Ich winkel zurück Das ist ein 90 Grad Winkel Haha Entschuldigung Wenn ich winkel lese Kann ich nicht anders Ha Uh Ha Mems So So Und warte mal KH Das hab ich nicht erkannt Lilith Alles gut Ich hoffe doch Ich hoffe doch Du wärst heute schon die zweite Person Die irgendwie aus Aus dem Ich sag mal Notfall heraus Irgendwas tippt Oder schreibt Heute ist irgendwie wild Was das angeht Nice Wie eure Nachbarn Jetzt anfangen zu hämmern Irgendwelche Schränke zusammenbauen Sicher Dass die nicht einfach nur Spaß haben Und ist gerade sehr rhythmisch Ähm Na Jupp Sehr sicher Okay Haha Nein Dann gibt's keine Entschuldigung dafür Definitiv nicht Es ist nochmal auf Holz Okay Haha Ja man Man weiß ja nicht Ne Man weiß es ja nicht Aber gut Hammer auf Holz ist natürlich Ja Vielleicht klopfen sie Schnitzel Das wäre noch zu verzeihen Sofern es gute Schnitzel werden Wohlgemerkt Ah Warte mal Oh mein Gott Ich bin so doof Ne Hüp 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 Okay Warte 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 Oh Oh jo 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 Und Oh Hup Da Da Hup Yes Sehr schön Schön Schnitzel wäre richtig gut Jetzt Oh Schnitzel Geil Dann müsst ihr mal klingeln gehen Und euch einen Schnitzel abholen Ich würde jetzt hochgehen und fragen Hey wenn ihr Schnitzel klopft kriege ich auch eins Was denkst du wie doof die gucken Die werden nie wieder hämmern um die Zeit Sollten sie wirklich hämmern So reingehen so nach dem Motto Klingeln Sagen Hey wenn ihr schon um Halb zehn abends Zu hämmern anfängt Oder Schnitzel zu klopfen Anfangt Dann gebt auch der Nachbarschaft Gefällix eins ab Die machen das nie wieder Nie wieder Voll gut Das ist eigentlich der größte Troll Den man in der Nachbarschaft bringen könnte Du hast dich mit einem E-Roller lang gemacht Und dir zwei hübsche Platzwunden im Gesicht geholt Und zur Sicherheit Musst du jetzt 24 Stunden im Krankenhaus bleiben Oh Oh mein Gott Oh mach doch sowas nicht Lilith Autsch Ja dann Wird es hoffentlich bald wieder heile Das ist ja Das Tut halt auch Das tut weh Was ist das Spiel hatte ich schon verloren Warum Was ist da los Du bist nicht so der Plattformer Mensch Ne Da war glaube ich was Ich meine mich da dran zu erinnern Genau Ja Ja ne Manchmal 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 muss es ein Plattformer sein Ich kann die ja auch nicht Aber Schön dass ich bei so knappen Plattformmomenten Auch lustige Geräusche mache Ja ich weiß nicht mal warum ich die mache Die platzen einfach aus mir raus Das ist Ich kann da nicht mal dagegen was Ich kann Ich kann da nichts dagegen tun Ich würde gerne da oben in das Loch rein Da oben ins Loch wäre toll Ich will aber eigentlich auch nicht Warte mal Doch ins Loch ist gut Oh nein im Loch ist nichts Scheiße Okay es war Es war völlig umsonst Dass ich ins Loch bin Äh Das ist nicht gut Das ist nicht gut Weil jetzt bräuchte ich nämlich Hier mein Ja genau Mein Mein Schwung nach oben Uri hast du geliebt Aber dieses Du fällst runter Und meh ist einfach nur frust Und nicht schön Och du Ich bin nicht Gut Hallo geht du kennst mich Ich bin sehr frustresistent Ne ich Ich kenn da ja nichts Ich bin was das angeht Ja auch Geschädigt Auf ewig Ah Fuck Deswegen Und ich dachte mir Hey ich hab Ich hab Celeste durchgespielt Dann sind alle anderen Plattformen Ah Ja Eigentlich ein Klacks Seleste hat mich halt einfach auch gebrochen Ich liebe Celeste Aber es ist Ich werd's nie wieder Ich werd's nie wieder anfassen Definitiv nicht Es sieht aus Was du siehst wie eine tolle Preisbox Und aus Schmerz hält sich noch in Grenzen Na immerhin Na immerhin Uri ist auch einfach Emotion Overload gewesen Ja ich hab's tatsächlich Ich hab's halt nie gespielt Aber ja Ich muss es mal machen Wann ist Celeste no death Äh Äh Ne Weiche von mir Dämon Niemals Bei Uri Teil 1 hast du einfach direkt am Anfang geheult Ja Die Story hat da was Celeste Speedrun wann Nein Ich bin frustresistent Ja Aber nicht selbstzerstörerisch Leute Das ist ein Unterschied Das ist ein großer Unterschied Teil 2 hast du noch nicht gespielt Wie viel schiebst du vor dir her Ich muss das irgendwann Äh Upsala Äh Irgendwann muss ich das nachholen Ich glaub da komm ich eigentlich gar nicht dran vorbei Okay Pass auf Wie komm ich da rüber ohne drauf zu gehen Eigentlich gar nicht Wenn ich ehrlich bin Oder? Ha Doch Ah Oh Hm Okay Die Sache ist Dass hier unten Wo der Stern ist Da Das ist nicht mal optional Wir müssen da runter Sonst schaffen wir es nicht auf die andere Seite Zumindest nicht dass ich wüsste Hop Okay Hipp 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 Hijo Fast Ah Okay Die Kurve muss etwas enger werden Hipp 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 Ah Das war zu früh Ich hab auf die Sternen geguckt Nicht auf mich So Moment Ah Schon wieder zu weit links Manjo Uri 2 hat in dir was kaputt gemacht Uff Ja Es hat halt auch eine Megastory Ne Hi Shit Hipp Oh 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 Naja So Okay Moment Ne Ha Nein Hm Ich kann den Stern nicht liegen lassen Ich muss ihn mitnehmen Es geht nicht ohne Ist das ein Stern Da ist ein Stern Oriente Will of the Wisst war War deren Sachen Inhalt künstlich in die Länge gezogen Der Vorgänger hat sich genau richtig angefühlt Für den Metroidvania Titel Ja ich kann es nicht Ich kann es nicht beurteilen Das Einzige was ich halt bei Ori mitbekommen habe Das Ist ja glaube ich eine österreichische Firma Die die entwickelt hat Ich weiß gar nicht mehr genau wie die heißen Aber dass die massive Also da gab es ja massive Anschuldigungen Ich kann es nicht bestätigen Ähm Ne Logisch Ich weiß nicht was da dran wirklich Wahr ist Aber da gab es halt einiges In Richtung Äh Sexismus Crunch Und ja das ist das übliche Gedöns halt Was man so kennt Ähm Was man vielleicht jetzt so im ersten Moment gar nicht glauben mag Bei so einem Wholesome Spiel Aber Ja da scheint halt so richtig Also die haben den richtigen Shitstorm abbekommen Ähm Was das angeht Ob das jetzt berechtigt war Kann ich nicht beurteilen Aber das habe ich halt so So mitbekommen Hä Nein Oh Zehn Pixel zu früh abgebogen Na 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 Ich hoffe es gibt kein Todes Counter am Ende Ich bin zu früh wieder nach oben So Wir konzentrieren den Skill Aber nur bis zur Hälfte Was ist denn bei Elden Ring Die Feuerriesen hast du ja am Anfang kaputt gemacht Äh nein Der hat dich am Anfang kaputt gemacht Und dann hast du ihn kaputt gemacht Ja So ist das Der Feuerriese in Elden Ring hat mich aber auch gebrochen Äh Nicht in meinen normalen Playthroughs Sondern als ich da ungelevelt vor ihm stand Holy Shit man Ich habe es neulich schon mal gesagt Spielt Elden Ring nicht ungelevelt Tut euch das nicht an Tut euch das einfach nicht an Ich bin immer noch nicht durch Und der Spielstand lebt jetzt seit einem Dreivierteljahr oder so Ja 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 Mann Nennen sie mich Gott Ah da oben ist ein Sternchen Cool Ähm Ja es ist die Die einzige richtige äh Sache die man dann noch tun kann Ja Weil Das ist halt tatsächlich gegen alles Wofür der Die Gaming Sparte in Micro Äh bei Microsoft steht ne Das muss man halt einfach so sagen Das muss man einfach so sagen Aber ja Ist immer sehr schade Wenn man sowas hört von so Studios Die so tolle Spiele rausbringen Weil das so überhaupt nicht zusammenpasst Es ist Es ist einfach Es ist Ne Es passt nicht Malik Heff hat dich zerstört Oh ja der ist fies Oh ja der Der ist richtig fies Würdest du bei er auch nicht tun Dafür fehlt dem Spiel was Ne ich find's tatsächlich Also ich Ich liebe Ich liebe Elden Ring Oh mein Gott hey Ich liebe dieses Spiel so sehr ne Ah ne 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 Das ist doch jetzt kacke Shit Ähm Aber ungelevelt ist halt einfach Das ist nochmal ne ganz andere Nummer Es gibt kein schwereres Spiel Als FromSoft Titel Das ungelevelt Schwerer ist In meinen Augen Was hab ich mit Game of Thrones zu tun? GOT 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 Shit GOT war auch noch die Abkürzung Für irgendwas anderes Weil mit Game of Thrones Hab ich gar nichts zu tun Ne das war jetzt nicht gut So wir laden das hier nochmal auf Kann ich hier nochmal extra Gas geben Bei dem Sprung? Ah ne Leider nein Nennt mich Nein nicht Mit zwei Tee Ah Du bist so schlecht Und ungeduldig Für Souls Games Ja Tatsächlich Dachte ich früher auch Dass Souls Games Gar nichts für mich sind Bis ich Quasi süchtig Danach war Ähm Oder was heißt süchtig Bis ich verstanden habe Wie die Dinger funktionieren Und äh Ja Dann hat auch die Sache Mit dem No-Hit angefangen Irgendwann Aber Tatsächlich war ich auch Lange Zeit Der Meinung Dass ich da einfach Gar nicht drankomme Ne Ist es Game 2 Oder Game 1 Ich bin nicht sicher Welches von den beiden Hatte da mal irgendwann Dieses Label Schwerstes Spiel der Welt Ähm In mir geprägt Und für mich war Quasi damit Das Spiel gestorben Hab ich nie ausprobiert Irgendwann hab ich es dann Gemacht Und dann Dann ging's Ich hätte mir das früher nie Niemals Zugetraut Nicht mal ansatzweise Ha Oh mein Gott War das knapp Also man Geduld Ja Die braucht man Möglicherweise Das ist richtig Ähm Aber so Prinzipiell Ah Shit Kann's definitiv Jeder machen Hallalalala Halljahoo Warum Warum Duzi 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 Warum bin ich wieder hier Scheiße Das war gut Nur ich bin Eine Etage tiefer Als ich eigentlich sein wollte Was jetzt Es lenkt mich nicht Von meinem Plattformen So ab Das ist aber normal Ich lenke mich ja selbst ab Ich spreche ja Das lenkt ab Ah ne Oh so Okay So knapp Verdammte Scheiße Okay Okay Jetzt hat mir irgendwie Dings gefehlt Ah Du hast Elden Ring gekauft Kannst denselben Boss Einfach nicht 100 Mal versuchen Und da du nicht gut bist Brauchst du dich Brauchst du definitiv Viele Versuche Das ist aber tatsächlich Also Ich verstehe total Was du meinst Nur du bist In Elden Ring Deutlich freier Weil du kannst dann Erstmal woanders hingehen Und da aufleveln Dir besseres Equipment besorgen Etc Du hast in In Elden Ring So viele Möglichkeiten Mehr Bevor du den Boss Nochmal probierst Du kannst durch die Komplette Welt rennen Du kannst wirklich Durch die komplette Welt rennen Ähm Und Versuchen Dass du da dann Einfach später Besser equipped Hinkommst Und das ist das Schöne an Ha Das ist das Schöne Tatsächlich an Elden Ring Dass es diese Möglichkeit hat So was hast du In dem In dem Demon's Souls Gar nicht Äh Doch in dem Demon's Souls Vielleicht noch Weil du hast eine Habwelt Und kannst dann abbiegen Wo du hin willst Das ist noch am ehesten In Dark Souls Ja Noch eher In DS2 Auch noch eher In DS3 Gar nicht In Bloodborne auch nicht Aber ja Ähm Wenn man eben Beizockt Und mir nicht Aktiv zusieht Klingen die Geräusche Die er macht Sehr weird Ja ich hoffe Ihr habt nicht Alle auf Lautsprecher Rrrr Jeden den du gesehen hast Gefühlt Wenn man aus dem Tutorial Rauskommt Direkt der Kerl Auf dem Pferd Dann irgendwo In so einem Sumpf Direkt einen Drachen gesehen Da wurde es ja heftig zerstört Das sind die ersten zwei Bosse Die dem Spiel unterkommen Die sollst du noch gar nicht So früh machen Du sollst die noch gar nicht Machen Das sind genau die Bosse Die dir beibringen sollen Ähm Dass du jederzeit später Ha Wiederkommen kannst Wenn du besser Besser equipped bist Tatsächlich Ja Bringt einem das Spiel An der Stelle So ein bisschen das bei Oder sollte es Aktuell probiert sich Wer in ihrem ersten Playthrough Und der Ego Stellt sich da quer Hat zum Beispiel Den Ritter Zu Ross am Anfang Mit Level 2 Und Keule durchgequält Nach zig Versuchen Ja gut Kann man auch machen Ob das jetzt sinnvoll ist Ist eine andere Sache Ne Das muss Es muss Es müssen einfach Alle für sich selbst entscheiden Ich würde sagen Das ist nicht das Was das Spiel So vorsieht Ähm Von dem wie man spielen sollte Oder was das Spiel So Es gibt ja trotz allem Eine Richtung Die dir das Spiel vorgibt Das Spiel schmeißt sich in die Welt raus Und sagt dir im ersten Moment Da ist ein Typ auf dem Pferd Der macht bumm Und hier ein Batzel gibst Und wieder raus quasi Ähm Dann entdeckst du die nächste Höhle Dann gehst du da in die Mine rein Entdeckst da das Upgrade Material Für deine Waffe Dann wirst du zum Roundtable eingeladen Dann Kannst du da deine Waffen Noch weiter vergrößern Du kriegst weitere Boni Du erfährst was in der Story Da 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 Ähm Das Spiel lebt wirklich Also Eine Sache Wenn du in Elden Ring Tatsächlich nicht weiterkommst Schau dich woanders um Geh woanders hin Und das ist äh Das ist die Sache Schau dich woanders um Und komm einfach später wieder Und Gerade am Anfang Ist Elden Ring ja wirklich so Da ist was Kann ich nicht draufhauen Weil das mich haut Dann laufe ich halt da hin Später wird Elden Ring so Und dann gibt es einen definierten Weg Wenn du da Probleme hast Dann kannst du dich zwar noch umschauen Aber du weichst Du bist nicht mehr Um das herum Wo du quasi bist Sondern du weichst dann wirklich ab Von dem Weg Und gehst wieder in die untere Offene Ebene Ähm Und äh Ne ne Das äh Umschauen Leveln Äh Sachen verbessern Ab dafür So funktioniert tatsächlich Elden Ring Man kann es natürlich auch so Sachen Äh So Sachen So Sachen machen Wie ich Ungelevelt Und dann rennst du da hin Und bonkst ihn halt trotzdem tot Aber Das dauert dann halt auch Äh 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 Ähm Es war dein Gedanke nach dem Reiter Dann siehst du den Drachen Der einfach noch viel krasser ist Ja ne 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 Gib dem Spiel nochmal eine Chance Gib ihm nochmal eine Chance Schau dich nochmal um Allein in diesem Gebiet wo du bist Gibt es mindestens 10 Höhlen Wo ganz easy Bosse drin sind Wo du total easy Level machen kannst Wo du Materialien für Upgrades findest Und so weiter und so fort Und dann komm nochmal wieder Und mach den Drachen als erstes Der Drache ist leichter als der Reiter In meinen Augen Aber ja Den Clipschwerter bitte abspeichern Am Handy kannst du das ja nicht Du bist eben schon aus dem Stream geflogen Nur weil du sehen wolltest Ob du äh Ob du meinen Schnurren noch drauf hast Ja Schnurren kann ich Ich weiß nicht warum ich das kann Aber Welcher Drache Äh Das müsste agil sein Au Ach stimmt Wir sind ja One-Hit Ja Scheiße Du suchst dir ein paar Meditationsübungen Und du versuchst es nochmal Ja Ja Mach das Mach das Also Feuerdrache Ja Ja Das Schöne ist auch Wenn du so einen Drachen hast Also ich glaube Ich spoiler da jetzt nicht wahnsinnig viel Es ist Elden Ring Es gab Drachen im Trailer Es gibt Drachen im ersten Gebiet Es gibt noch mehr Drachen Kannst du einen Drachen Kannst du quasi alle Drachen Die funktionieren alle gleich Und das ist äh Möglicherweise ein Vorteil Vielleicht auch ein Nachteil Je nachdem wie man es gerade sehen will Okay Da lalala Oh No 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 Ha Nein Ah Zu früh Shit Alle sind scheiße Ich mochte die Drachen sehr Au Ich mochte die Drachen sehr Das waren wenigstens mal Drachen Die ich kann Ich finde die Drachen In Elden Ring super einfach Weil die so schön berechenbar sind Ah ne Das ist jetzt aber auch doof Ne Oh warte mal Bin ich eigentlich bescheuert Wenn ich da nach oben fliege Um mir den Stern zu holen Kann ich mir auch gleich Den äh Den leichteren Weg Da oben nehmen Der schlimmste Boss war für dich Der fette Sack der immer gerollt ist Ha 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 Ja Der Gottsgenobel Ach ja Ja Das ist ein Arsch Den habe ich genau einmal Richtig gefightet Ansonsten habe ich den Cheese genutzt Weil ich bin ja nicht ganz doof Und leider gibt es den Cheese nicht mehr Weil der Glitch halt nicht mehr funktioniert Weil FromSoft glaube ich Hat noch nie so viel in dem Spiel gepatcht Wie ein Elden Ring Das ist insane Und jetzt schmeißen die sogar noch Ein kostenloses Content Update raus Was stimmt nicht mit denen Seit wann machen die sowas Die machen sowas nicht Ha 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 Welchen Cheese Es ging in der früheren Version Von äh Dingens Ähm Du gehst an die Fog Wall Und gehst dann von der Fog Wall Zurück Oder ne Du stellst dich In Richtung Fog Wall Und gehst Ganz ganz Zentimeter Schritte Nach vorne So lang bis die Äh Bis die Dingens kommt Bis die Aufforderung kommt Durch die Fog Wall Durchzugehen Dann spawnst du in der Arena Gerade so Gerade so innerhalb der Fog Wall Aber noch nicht da Wo die Bounding Box Der Arena beginnt Dass der Box triggert Äh Dass der Boss triggert Und ähm Ne Dann musst du ein paar mal rollen Weil du hängst erstmal fest Weil das Spiel sagt Da kannst du nicht stehen Normalerweise stehst du da nicht Und dann kannst du zu dem hinlaufen Weil seine Seine KI Läuft nicht Die 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 existiert in dem Moment Einfach nicht Und kannst einfach draufhauen Bis er tot ist Fertig Geilster Bug ever Und äh Ja Das wurde aber leider Irgendwann gepatcht Was ist im Content Update drin? Äh Colosseum Genau Die großen Dinger Wurden jetzt aktiviert Ich persönlich hatte damit gerechnet Dass das passiert Während Während des DLCs Das zweifelsohne kommen wird Ich glaube da braucht man nicht drüber reden Es wird ein DLC kommen Ähm Wie komme ich denn da rüber? Scheiße Nochmal Ah ich kann hier stehen Ja das ist easy Okay Ähm Ich hatte tatsächlich gerechnet Dass da die Colosseen Freigeschalten werden Aber das hat sich halt nicht bestätigt Aber gut Dann halt so Ist auch in Ordnung Es ist PvP Auch Auch Man kann es auch Solo spielen Äh Gegen Gegen KI Monster Und Gegner Und was weiß ich Aber es ist An sich Wahrscheinlich lohnt sich's PvP mehr Ah Ne Da konnte ich nicht stehen Scheiße Habe ich vergessen Okay Das war zu kurz Wenn es auch offline geht Musst du das auch Musst du das mal machen Ja also Zumindest stand das so In den Patch Notes drin Dass es sowohl im Single Als auch im Multiplayer geht Ich kann dir Ich kann's jetzt allerdings auch nicht Nicht Also weder bestätigen Noch sonst was Weil ich hab's bisher noch nicht gemacht Elden Ring ist seit Seit Wochen und Monaten Tatsächlich ungestartet Scheiße Ähm Weil ich irgendwie Keine große Lust habe Mich Mellikev zu stellen Warte mal Ne Bei Mellikev bin ich noch gar nicht Doch Mich Mellikev zu stellen Mit meinem ungelevelten Charakter Ich bin dann noch so ein bisschen So ein bisschen resistent Was das angeht Schau's dir auch mal an Wenn man das auch ohne PvP Machen kann Ja Mach das mal Berichtet mal Das ist knapp Was kommt danach eigentlich Danach was Nach dem Kolosseum Keine Ahnung Keine Ahnung Ich hatte ja auch tatsächlich Ein bisschen damit gerechnet Dass FromSoft Heute Nacht auf den Game Awards Äh Ein DLC ankündigt Für Elden Ring Stattdessen haben sie Armored Core 6 angekündigt Was auch cool ist Glaube ich Ich hab noch nie In Armored Core gespielt Ähm Aber ich hatte tatsächlich Mit einer DLC Ankündigung Gerechnet Achso Nach Mellikev Ja nach Mellikev Äh Hast du Destined Death Äh Quasi Äh Bei dir Und dann wirst du In die Hauptstadt teleportiert Und dann hast du noch Dreieinhalb Bosse Dreieinhalb Weil der letzte Boss Ein Kombiboss ist Ohne Pause Halleluja Oh mein Gott Leute wir finden Freunde Wir sind wie im Kindergarten Wir lernen die ersten Anderen Kinder kennen Ich weiß nicht warum Das jetzt Die erste Analogie ist Die mir einfällt Ja Dort ist auf einen Zelda Trailer gehofft Ja das wundert mich tatsächlich auch Dass da gar nichts kam So jetzt gucken wir mal Cutscene oder Hallo Hallo Wer bist du Möge das Licht dir wohlgesonnen sein Ich hatte nicht erwartet Hier eine andere Fee zu treffen Weißt du auch von der Existenz des Lichts Äh von der Existenz des Lichts Im Abgrund gibt es eine alte Prophezeiung Die man sich erzählt Hast du davon gehört Der Abgrund ist in ewige Dunkelheit gehüllt Die Reise kann das Licht hervorbringen Diese Prophezeiung kenne ich nicht Aber meine eigene Reise klingt ähnlich Auch ich bin auf der Suche nach dem Licht Ich bin übrigens Glimmer Ich habe meine Heimat verlassen Um die Welt zu entdecken Und du bist Ich bin ein Reisender Vor langer Zeit begab ich mich auf eine Reise Um das Licht zu suchen Diese Reise habe ich noch nicht beendet Vor langer Zeit Hm Du musst bisher schon weit gekommen sein Kannst du mir sagen was du weißt Was hat diese Dunkelheit verursacht Ich mache mir Sorgen Welche Schwierigkeiten mich erwarten werden Wo kann ich das Licht finden Immer mit der Ruhe mein Freund Immer einen Schritt nach dem anderen Die Antworten werden sich offenbaren Während deine Reise fortschreitet Du hast recht Ich schätze ich greife den Dingen voraus Aber vielleicht hast du ein paar Ratschläge für mich Gib nicht nach und gib nicht auf Das ist der bescheidene Rat Den ich dir von Fee zu Fee geben kann Vergiss das nicht Ich habe eine Vermutung Wenn auch du diesen Pfad beschritten hast Dann verstehst du sicher Dass ich mir bei jedem Schritt unsicher bin In mir höre ich die Stimme des Zweifels Sie sagt mir Dass ich aufgeben und umkehren soll Dass das alles viel zu viel für mich ist Nichts das es wert ist Geschieht über Nacht Alle großen Reisen Beginn mit einem einzelnen Schritt Gehe einfach die ersten Schritte Und finde dann auf dem Weg Deine Balance Du hast recht Ich mache mir nur Sorgen Dass diese Verwirrung Die ich fühle nicht aufhören wird Die Furcht ist ein Freund der Dunkelheit Es ist die Furcht Die das Licht erlöschen ließ In der Dunkelheit Darfst du deinen Glauben An das Licht niemals verlieren Wenn das passiert Kommst du vom rechten Weg ab Ich beherzige deinen Rat Ich werde mich vom Licht leiden lassen Sollten wir uns wiedersehen Würde ich gerne mehr Über die Dunkleheit des Meeresgrundes Deine Geschichte Deine Reise Und über das Was passiert ist Erfahren Möge das Licht dich leiten Wir werden uns wiedersehen Da bin ich mir sicher Oh wir haben einen Freund Ist ja mega Wieso haben diese Feen Fischschädel Auf dem Kopf Weil wir unter Wasser sind Das sind quasi Fische Also weiß ich nicht Ob die essbar sind Aber es sind Fische Quasi Ist die Hauptstadt Wo die Stadt im Schnee ist Ja nicht im Schnee In Asche Aber ja Genau die Genau das Wenn es gerne nicht wieder Verschoben wird Bleibt nämlich nicht mehr So viel Zeit Für Trailer Marketing Aber braucht man Für ein neues Zelda Wirklich Marketing Ich meine Schreibt das Release Date In irgendein Reddit Forum Und die Welt wird Einfach in Scharen In Ohnmacht fallen Es ist Ein Zelda Spiel Prinzipiell Würde ich jetzt mal behaupten So wahnsinnig viel Marketing Braucht es dafür nicht mehr Ah ne Scheiße Wir haben Oh nein Das ist jetzt nicht gut Eich Karamba Jetzt warte mal Ne So weit komme ich nicht Ne Wir glitzern auch gerade nicht Das heißt ich muss irgendwie Hier rüber kommen Wann ist eigentlich Gab es nicht schon ein Release Date Für Für Tears of the Kingdom Gab es da nicht schon was Ah shit Mai Ah Ja okay Ich weiß noch nicht Ob ich im Mai Zeit habe Ich hoffe Ich hoffe sehr sehr stark Dass ich im Mai Zeit habe Ich hätte da mega Bock drauf Oh Gott Da drüber zu kommen Ist ja so gut wie unmöglich Ach du Scheiße 12. Mai war das Ah Urlaub ist schon beantragt Ja ich kann nächstes Jahr Nicht ganz so viel Urlaub nehmen Weil ich ja jetzt vier Wochen habe Da ist zwar gut was Über Resturlaub Und so geregelt Aber ich weiß noch nicht Ob ich mir einen Zockurlaub Im Mai leisten kann Warum ist es bei uns Gefühlt ein Goldini Schädel Frag die Spieleentwickler Ich weiß es nicht Ich habe das Spiel nicht geschrieben Ich kann es dir Nicht so Au Wirklich beantworten Wir sind halt Eine Fee Mit Mit einem Mit einem Einhorn Fisch Kopf Skelett Als Helm I don't know Irgendwie kann ich mir nicht vorstellen Dass ich mich hier mit Ne Ich darf darüber nicht fliegen Glaube ich Das ist die Sache Ich darf da nicht hinfliegen Aber so gehe ich halt auch drauf Warte mal Trickst mich das Spiel hier gerade aus Muss ich Au Muss ich möglicherweise Ähm Diesen hier machen Ne Aber es könnte tatsächlich Oh Das könnte das Rätselslösung sein Zumindest in Teilen Ah ne Mann Millimeter zu hoch Ne Millimeter Das war's Okay cool Sehr gut So wie komme ich jetzt hier Wann muss ich Wie rum Warum Weshalb Ich muss hier nach oben Ha Scheiße Zu langsam Okay das probieren wir nochmal Zu langsam Komm schon einlochen Ah Nope Piep Das kriegen wir hin Das 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 Funktioniert Ja Ah Nope Ja Ha Oh Okay ich gebe zu Ich habe nicht damit gerechnet Dass es wirklich funktioniert Ähm Das ist jetzt schon ein bisschen cool Jetzt habe ich nur ein Problem Ich muss da nach rechts rüber Und das kriege ich jetzt so gar nicht so einfach hin Warte mal Das geht von hier aus glaube ich einfacher Oh ne warte mal Ich habe glaube ich noch was gesehen Ja guck mal Okay Easy Total easy Gar kein Thema So Mit einem Goldini Schädel Ja ein Goldini ist ja auch quasi ein Einhornkarpfen Also das muss man jetzt auch schon mal so zugeben Okay das muss schneller gehen Sehr gut Sehr gut Hüp Okay Knappig Aber geschafft Jo Oh was bist du Das ist was Was ist das Warum ist das Was ist das Was macht das Ich glaube das ist eine Muschel Oh nein Das ist ein Teleskop Oh nein Oh nein Das kommt mir sehr bekannt vor Ah Oh no Du dachtest dich Aber jetzt Goldinis Heiseres Namensrufen nach Als wüsste ich wie ein Goldini klingt Ich bitte dich Ich bin froh dass ich weiß Dass Goldini ein Fisch ist Ah ne So lange ist es schon her bei mir mit Pokémon Dass ich gar nicht mal so glücklich bin zu wissen Dass das ein Fisch ist Puh Ach Mann Okay ne Es bringt mir uns gar nichts Wenn ich da links starte Es bringt tatsächlich gar nichts So So Mhm Ah man Leute was habt ihr am Wochenende geplant Habt ihr irgendwas tolles vor So wie ich euch kenne, habt ihr was Spannenderes vor als ich. So. So. Bitte heben. Ja. So. Ah. Es gibt halt derzeit ein TikTok, wo es sich drüber lustig gemacht wird, dass Goldini im Deutschen wie eine Escort Lady klingt und dann wird es in Französisch abgespielt. TikTok ist einfach eine merkwürdige Plattform. Okay. Ja. Ha. Ah. Ich bin auch doof, ne? Ich hätte da gar nicht drauf landen müssen. Das war mein Fehler. Das war mein Fehler. Und hepp. Sehr gut. Ne. Fuck. Ne. Merk. Du glaubst, du gönnst dir, wenn du wieder zu Hause bist, mutzen. Was ist denn mutzen? Ich habe jetzt erst mützen gelesen und dachte mir so, okay, cool. Man gönnt sich ja sonst keine Mützen. Aber das ist halt nicht das, was du meinst, wahrscheinlich. Ich habe tatsächlich dieses Wochenende nur ein einziges Ziel und das ist die Logik für meine Heizung optimieren. Ne, vielleicht erinnert ihr euch noch an unseren relativ langen Talk zu Smart Home und so. Und ich habe jetzt neulich nochmal weitere Temperatursensoren gekauft, die ich einbinden will, um aus der Durchschnittstemperatur aus drei Sensoren im Wohnzimmer quasi zu ermitteln, ob ich heizen muss oder nicht. Und auch so Dinge wie, wenn ich... Hi! Oh mein Gott, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ähm, dass wenn das Fenster offen ist, dass ich nach fünf Minuten oder so eine Benachrichtigung bekomme. So von wegen, hey, mach doch mal wieder die Tür zu. Weil sonst funktioniert Stoßlüften nicht. Wie soll ich denn da rüber kommen? Sag mal. Spiel. Verkackeierst du mich gerade? Am Wochenende findest du in Splatoon der sogenannte Big Run statt. Eine besondere Variante vom Koop-Modus. Den möchtest du ausgiebig spielen. Ansonsten Erholung und Leckeressen. Ja, Erholung und Leckeressen ist immer eine gute Sache. Also das ist definitiv immer gut. Chillen und futtern. Nice. Kann ich nur unterstützen. Ah. Okay, ich muss da noch ein bisschen höher. Ich darf da, glaube ich... Ich darf da, glaube ich, nicht hinfliegen darüber. Okay, Moment. Und ich hab... Höh! Hau denn da? Okay. Cool. So, und jetzt muss ich hier irgendwie auf die andere Seite rüber. Ach so, das ist... Das geht noch leicht. Dann kann ich mir jetzt hier nochmal einen zweiten Boost holen. Bin ich jetzt nicht sicher, ob das tatsächlich funktioniert. Aber man kann es ja mal probieren. Gleiches Spiel wie gerade eben. Oh je, wirklich? Oh, war das knapp. Oh mein Gott. Das war ja richtig... Oh. Oh, dann kenne ich die, glaube ich, sogar. Dann kenne ich die, glaube ich, sogar. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die dann schon mal gesehen, wenn ich sogar auch schon gegessen habe. Oh mein Gott, warte mal. Ich konnte da oben gerade draufstehen, obwohl da Zacken waren. Warum? So. Ich bin vielleicht übernächste Woche mal auf dem Weihnachtsmarkt. Ich bin noch nicht sicher. Wir machen hier im Büro eine kleine Weihnachtsfeier. Wir wissen noch nicht genau, was wir machen. Weihnachtsmarkt scheint relativ fest zu sein. Vielleicht machen wir eine Escape Room davor. Vielleicht backen wir Plätzchen. Niemand weiß es so genau. Da steht noch kein Programm. Aber irgendwie so werde ich mir, glaube ich, auch noch irgendwas... Ah, geiles Gönnen! Jetzt! Aber hallo! Das sah nach einem gemütlichen kleinen Plattformer aus. Das ist Hochleistungssport. Dieses Spiel ist einfach Hochleistungssport. WTF! Oh mein Gott, Mann! Okay, wie komme ich da rüber? Ich glaube, ich weiß, wie... Ich glaube, es gefällt mir noch nicht, wie ich da rüber komme. Ah, nee, warte mal. Stopp! Da, die haben, du! Okay. Das wird ziemlich, ziemlich mies. Das sind so kleine, kistenartige Teilchen, die man in Papiertöten kriegt. Ja, wobei, ich bin halt doch dann eher so der gebratene Mandel-Typ, ne? Es geht halt einfach... Es geht nichts über gebratene Mandeln. Gebratene Mandeln sind einfach der Shit. Jetzt mal ganz ehrlich. Das ist... Das ist geil. Du wandest mal ins Bett. Alles klar. Stella, schlaf gut. Danke fürs Klasein. Schönes Wochenende. Und hepp, und hepp, und... Ja, ja, ja. Hepp? Ah, nee. Ja, ja. Oh! 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 Überlebt! Haha! Huh! Dibidi, müdidi, 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 süp, üp, düp, düp, düp. Oh! Fuck! Okay. Ich glaube, meine Strategie ist gut. Meine... Umsetzung ist noch nicht so geil. Ja. Gebratene Mandeln sind top, oder auch Choros mit Schokoglasur. Shit, das hatte ich neulich schon mal. Was waren Choros? Du hast festgestellt, kadierte Walnüsse findest du geiler als Mandeln. Ich bin nicht so der große Walnuss-Fan. Die treffen nicht so ganz meinen Geschmack. Ich mag die in Teilen. Zum Beispiel auf Pizza kann Walnuss sehr geil sein. Gott, da kommt jetzt wieder der Pizza-Kondisseur in mir raus. Oh mein Gott, war das gut. In Verbindung mit irgendwas anderem. Aber das ist dann eher so gesprengelt Walnuss. So Vollgas-Walnuss. Aber Mandeln gehen halt immer. Ich muss die echt mal kandiert probieren. Okay. Ich merke mir das mal. Ich merke mir das mal. Wochenendpläne, vielleicht am Sonntag mit deiner Family essen. Eventuell ist das aber noch Verschwendung. Weil du es seit Sonntag ja nicht wirklich verschmeckst. Und halt generell musst du schauen, ob du genug fit bist. Ach man, ja richtig. Du wolltest doch eigentlich jeden Advent irgendwie mit deiner Family verbringen. Das hat ja super funktioniert bisher. Ach scheiße. Es tut mir jetzt voll leid. Ansonsten Pokémon kompletieren. Beziehungsweise dann Shiny Pokés sammeln, wenn du Pokédex voll hast. Sag mal, Anni. Du hast doch bestimmt dann auch sämtliche Special Kamesin-Pokémon, ne? Könnte ich mich dafür... Au! Wo bin ich denn jetzt reingelaufen? Ach, warum ist das keine Blume? Verdammte Scheiße. Für mich fängst du die auch gerne alle... Oh, das wäre geil. Du kriegst dann auch die von mir. Gar kein Thema. Gar kein Thema. Aber da muss ich mich nicht irgendwie mit dem Wunder tauschen oder was weiß ich wie das heißt. Auseinandersetzen und mit diesen komischen Codes arbeiten. Und Gedöns und Tralala. Und dann... Mega. Hallo, Jinkas. Hi, hi. Spanisches Brandteiggebäck. Ah, ja genau. Ich erinnere mich, Jokobel. Ich erinnere mich. Wir können doch nicht die ganze Zeit von so gutem Essen sprechen. Ja, Andi, so funktioniert Twitch. Entweder es geht um Essen... Oder um schlüpfrige Dinge. Was anderes ist... Ne. Entweder schlüpfrig oder Essen. Es gibt nur diese zwei Varianten. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Das war ja voll knapp gerade. Ich habe voll übersehen, dass der Strahl da einmal durchkommt, ne? Ui, jo, 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 ho. Du kannst dich auch gerne anbieten, weil du Kamersin hast. Ah, ja. Ja, aber also... Ja, ja, ja. Ich habe es allerdings auch nicht eilig. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe es da echt nicht eilig. Ich brauche halt noch ein dämliches Gewürz. Und das... Ich glaube, es war ein... Es war das süße Gewürz, glaube ich, das ich brauche. Und dafür müsste ich die Raids machen. Und da habe ich irgendwie nicht so wirklich die Lust drauf, wenn ich ehrlich bin. Du nutzt tatsächlich ein paar internationale Tauschcodes. Deshalb bist du schon fast bei 100%. Das habe ich nur für ein internationales Ditto gemacht. Und das habe ich auch nur deswegen gemacht. Weil ich mir dachte, hey, wenn ich ein Ditto gegen Ditto tausche, habe ich ja quasi weder was gewonnen noch verloren. Also... Ich war nie auf Shinies aus. Manchmal ist sogar das Essen schlüpfrig. Ja, das ist richtig. Hey, Snowy. Endlich daheim. Oh je. Ich hoffe, alles ist super. Ich habe das ja vorhin gelesen. Konntest du dann leider nicht mehr... Irgendwann nicht mehr weiter mitverfolgen. Weil hier Dinge geschehen. Oh Gott, wie stark denn du? Oh Gott, wie stark denn du? Ach so. Ich kann ja eigentlich hier hin hüpfen. Au! Shit, das war zu früh. Das war zu früh. Das süße Gewürze hast du gestern auch bei einem 5 Sterne Rate bekommen, weil bei dem die Droprate erhöht war. Du bist aktuell bei 298 Gefangenen und machst das nach Lust und Laune. Stehst aber generell gerne bereit. Ja, ja, mal gucken. Falls ich mal Bedarf habe, melde ich mich. Womit dann liegt es eigentlich eher rum und ich will jetzt dann erstmal meinen Fokus wieder auf God of War setzen. Das wäre dann halt nur so, ich muss tatsächlich zugeben, das ist das erste Spiel seit Pokémon Gelb, also das erste Pokémon Spiel, wo ich den Dex vervollständigen will. Und allein das finde ich irgendwie krass. Es ist einfach, Technik mal, von der Technik mal abgesehen, es ist einfach echt gut. So. Ich rätsel gerade, was Lilith mit schlüpfrigem Essen meinte, wenn ich ehrlich bin. Mir fällt gerade nur Pudding ein, der wäre relativ schlüpfrig. Ah, nee, Mann, es ist doch alle hallo. Warum ist das da so eng? Oh mein Gott. Was ist das denn? Was der Vorteil im 100% Dex ist, ist ja einfach, dass man eine höhere Shiny Chance hat. What, really? Ist das ein Schalter im... Oh, fuck, ich stand ja schon da. Ist das echt ein Schalter im Spiel, der dann sagt so, hey, cool, du hast ja eh schon alles. Hier, da, lass mal Shinies hunten gehen, oder wat? Das ist nice. Ah, nee, Mann, no. Fuck. Achso, ich bekomme dann ein Item von dem NPC. Ah, okay, das ist die Beloh... Ah, ja, okay, verstehe. Ja, verstehe, verstehe. Tintenfisch ist auch schlüpfrig. Gut, je nach Kontext, ja. Meistens ist er bei mir eher knusprig. Das Thema hatten wir vorhin schon, mit Hentai habe ich es nicht. Dementsprechend auch nicht mit Tentakeln, außer sie sind frittiert und ich kann sie essen. Dann sind Tentakel geil. Oder ist das so eine richtig echte Frutti-Di-Mare, wo ich diese kleinen Tintenfische, diesen kleinen quasi auf der Pizza noch anschauen. Die tun einem ein bisschen leid, aber sie sind halt leider auch lecker. Ah, okay. Damit ändert sich die Chance von 1 zu 4096 auf 1 zu 1350. Wow! Das ist ja insane wenig. Ey, wenn einfach alles shiny wäre, dann können wir drüber reden, weil dafür hat man dann auch gearbeitet. Aber 1 zu... Boah! Ey! Kannst ja auch immer noch Lotto spielen. Ich bin ja schon glücklich, dass ich überhaupt Shinies habe. Also ich habe 2 Shinies gefangen. 3 habe ich gesehen im Spiel. Offensichtlich habe ich mal irgendwann 1 erledigt, aus Versehen. Ich hatte noch nie einen Shiny. Noch nie vorher. Von dem her... Bin ich allein, was das angeht, super happy. Schwierig. Du magst den Tintenfischsalat mit Tintenfischärmchen und Stückchen eures Griechen sehr gerne. Auch Tintenfisch ist halt echt lecker. Ich liebe ja Kalamari. Also Kalamari, Fetti. Mega gut. Jetzt da. Jetzt auch da. Du musst es nach Jana noch eben Meldung geben. Ja, macht Sinn. Es gibt noch mehr Möglichkeiten, um die Chance auf 1 zu 512 zu bekommen, aber das verrätst du jetzt nicht. Ja gut, das ist dann... Ja, ich weiß, was das ist. Deswegen habe ich ja ein ausländisches Ditto. Weil ich mir dachte, cool, probierst du mal aus. Nicht, dass ich es brauchen würde, aber haben ist besser als nicht haben. Ha, nee, das ist doch jetzt verarscht. Ja, Mann, no. Nie Gold oder Silber gespielt? Nein. Kristall. Ja, aber da gab es auch das rote Garados. Ja, das ist... Aber das ist kein Shiny für mich. Das ist ein Story-Ding. Das ist... Das hat nichts mit Shiny zu tun. Ja, es ist per Definition Shiny, aber es ist nicht Shiny, weil... An dem kommt man doch gar nicht vorbei. Also bitte. Arceus, das blaue Ponita? Wat für ein Ding? Arceus habe ich abgebrochen, weil es so unglaublich schlecht war. Also, in meinen Augen. Ich weiß, da haben schon Leute damit Spaß, aber für mich war es nichts. Ich bin nicht mal aus dem ersten Gebiet rausgekommen. Ich habe die ersten Story-Bits mitgemacht und dann habe ich gesagt, so, ne. Gar keinen Bock. Ausländisches Ditto? Ja, fremdsprachig, nicht ausländisch. Aber... Ich weiß schon, wie man das... Dank einem gewissen Pokémon-Channel, in einem gewissen Discord, bin ich inzwischen in Pokémon-Theorie echt gut. Aber ja. In den 113 Stunden Pokémon hast du einen ganz so shiny gesehen und das hast du aus Versehen getötet, weil du nicht wusstest, dass es eins ist. Nebulock. Ja, manche schauen halt auch einfach nur ganz normal aus. Manche schauen halt auch einfach so normal aus. Mir ist... Ich habe irgendwas, was pink ist. Was normalerweise halt nicht pink ist, sondern braun. Und das ist mir auch nur aufgefallen, weil da bin ich gerade durch die Gegend und dann habe ich was Pinkes gesehen und mir ist da vorher noch kein pinkes Pokémon begegnet. Und ich habe noch irgendwas anderes, was ich gerade vergessen habe. Ich kann nicht mal sagen, was das für Pokémon sind. Und das dritte, das ich gesehen und dann offensichtlich abgeschlachtet habe, ja, das weiß ich bis heute nicht, was es war. Ich weiß, man könnte das rausfinden über den Decks, aber da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Vielleicht ist es gar kein fremdsprachiges. Da habe ich mit ihm geredet, nur weil JWN draufsteht, kann trotzdem die EU drinstecken. Denken wir an Devius, der sein Spiel auf Japan stellen will. Ja, deswegen sage ich fremdsprachig. Es hängt ja rein von der Konsolensprache, ob wie es ausschaut. Oder von der Spielsprache oder was weiß ich. Ne? Ich habe auch eins, da steht tatsächlich nicht Japan drauf. Der Trainer hieß Tokio. Ähm, aber die Sprache ist einfach nur ENG. Englisch. Plain old English. Ich bin auch zur Akademie gegangen. Oh ja, ich habe jeden dieser einzelnen Kurse durchgemacht und holy shit war das viel. Und ich habe festgestellt, in Biologie war ich am schlechtesten. Alles andere, volle Punkt, soll Biologie immer gerade so durchgekommen. Jo, ne? Andi, schlaf gut, danke fürs Dasein. So. Nee, Sternchen, nein, Sternchen, Stern, 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 Stern gefragt worden, die ich halt seit der zweiten Generation einfach nicht kenne. Und dann hat es auch ewig gedauert, bis ich wieder in der Akademie war und die Kurse dann gemacht habe. Und bis dahin habe ich halt einfach auch schon so vieles wieder von dem vergessen, was da irgendwie vorher mal gesagt wurde, was für die Prüfung wichtig war. Ja, prinzipiell haben sie ja alles verraten. Sie haben ja sogar verraten, wie hoch die Shiny-Chance und so ist. Was ja völlig insane ist, so gesehen. Aber... Ja. Die Akademie, äh, was? Die Akademie mit ihren Kursen und Prüfungen war tatsächlich ein interessantes Tutorial. Nur hattest du noch Persona 5 Royal eigentlich genug von Schule gehabt. Tja. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass es da Prüfungen gibt. Auf einmal sagen die, ja, ab zur Zwischenprüfung. Und ich so, b-b-b-b-b-was? Wie jetzt Prüfung? Seid ihr bescheuert? Ich bin hier zum Spielen. Nicht um zu lernen. Das ist jetzt irgendwie nicht so, wie ich mir das ausgemalt hatte. Nee, das gibt's doch nicht. Nein! Ah! Was, ich hab mein Abitur gemacht on-stream? Ach so, Anni, nicht ich. Ich wollte grad sagen, ich hab weder Abitur noch hab ich sowas on-stream gemacht. Anni hat das Abitur on-stream gemacht. Moment, welches Abitur? Das Pokémon-Abitur? Oder ein echtes Abitur? Jetzt, jetzt, jetzt bin ich verwirrt. Weder noch. Jetzt bin ich noch verwirrter. Anni, man, oh man, bitte hampen. Das sind No-one-lives-in-Heaven. Okay, das kenn ich nicht. Das, das, das kenn ich nicht. Scheiße. Da hab ich offensichtlich was verpasst. Ah, Mann, Stern! Das, also, Baden-Hagen. Warte, warte mal. Ich probier mal was aus. Wenn ich hier weghüpfe, kann ich auch leicht hüpfen, um Dinge zu... Na, ich bin immer... Ich kann nicht leicht hüpfen. Ich kann auch nicht stark hüpfen oder so. Okay, hüpfen ist hüpfen. Fertig. Ich hab einen gewissen Drift, den ich... Also, von der Wand weg. Ja, okay. Ist ein cooles Game. Da gab's eine Mathe-Prüfung. Die war für dich in einem Jahr schwer. Okay. Mathe, kann man das essen? Gibt bestimmt irgendwo einen Mathe-Kuchen. Der aus Zutaten hergestellt wird, die aus Zweier-Potenzen abgemessen werden. Hey, das ist doch sowas von... Ach, Mann, da ist eine Plattform. Ich bin so doof. Da. Da ist eine Plattform, da kann ich zwischenlanden. Da dürfte ich stehen können. Die hab ich nicht gesehen. Oder verdrängt. Eins von beiden. Aber das macht's einfacher. Ah, gut. Mathe-Prüfungen sind ja auch Rotz. Ja, ich war in Mathe auch nie gut. Ich war da überhaupt nicht gut drin. Kein bisschen. Und jetzt ratet mal, wer sich kurz vorm Stream ein Video reingezogen hat, das sich quasi um Binärzahlen und sieben Segment-Displays handelt, wo man eine ganze Menge Mathe braucht. Schade. Grundsor hier ist, du kommst in eine Welt, die schon gerettet wurde von dem Helden und du kommst in die zurückgelassene Welt voller NPCs. Okay. Den Mathekuchen nennt man auch umgangssprachlich Pie. 3,14159 Fuck. Beim Rest muss ich immer nachdenken. Ähm. Okay. Nee. Ähm. Shit. Du warst in allen Mählen nicht wirklich schlecht, aber auch nicht super gut. Ich wurde ja schon öfter gefragt, was das wichtigste Fach ist, um zu programmieren. Oder um Softwareentwickler zu werden. Und in meinen Augen, Englisch. Nicht Mathe. Mathe brauchst du tatsächlich, wenn du... Ne, so, so... Gerade in der Web-Entwicklung oder so, ist ein Dreisatz ganz wichtig. Den sollte man beherrschen. Prozentrechnung sollte man beherrschen. Sowas in der Richtung. Vielleicht mal eine Wurzel ziehen. Aber schlussendlich reicht dir da Basis-Matte-Wissen aus, für das, was ich im Normalfall tue. Ähm. Wenn du... Wo du wirklich Mathe oder Physik brauchst, ist halt das, wenn du jetzt zum Beispiel in die Spieleentwicklung gehst. Und jetzt gar nicht mal, sag ich mal, Spiele direkt entwickelst, sondern eher im Engine-Bereich unterwegs bist. Dann macht das natürlich viel Sinn. Oder wenn du viel mit Physik arbeitest oder selbst was mit Physik machen willst und dich nicht auf vorgefertigte Sachen verlassen willst. Da würde ich jetzt mal behaupten, da braucht man relativ viel mathematisches Wissen. Und ansonsten natürlich Spezialsoftware, ne? Sowas wie... Wie Bildberechnung, äh... Video... Das ist ja alles Mathe, ne? Dass ihr hier ein Video seht, von meinem Bildschirm, das ist ja alles Mathe. Man glaubt es kaum, aber es ist Mathe. Fucking Mathe. Sorgt dafür, dass wir Videos im Internet sehen können. Wer hätte das gedacht? Höp! Ah, nee, Mann, oben! Knapp! Dümmste Entscheidung deines Lebens war die Wahl des Mathe-Leistungskurses im Abi. Hast dein Abi bestanden, aber der Leistungskurs hat dich gut runtergezogen. Abi ist Abi. Ey! Abi ist Abi. Korrekt. Deine schlechteste Mathe-Prüfung war das Mathe-Abitur und das hast du mit Migräne geschrieben. Oh. Und Englisch stimmst du zu? Ja, es ist halt einfach so. Du sagst jetzt so nur Englisch und nach Tutorials, wie man das, was du programmierst, willst du, willst zu suchen. Ja! Ja, absolut, richtig. Absolut richtig. Und um dich möglicherweise halt zu verständigen, wenn du selbst nachfragen musst. Aber Mathe ist, äh, nein, Englisch ist hauptsächlich deswegen, weil du halt irgendwie mal Hilfe brauchst. Aber ja. Das ist das, was du machst. Damit lernst du quasi das Richtige. Das machen in meiner Erfahrung alle erfahrenen Entwickler. Ohne erfahrene Entwickler schreiben ihre Scheiße noch selbst. Erfahrene Entwickler suchen nach Leuten, die das gleiche Problem schon mal hatten. und adaptieren dann nur. Ah, nee, Mann, oh, der fucking hell! Das ist eine Plattform, die abdriftet. Nein! Ah! Ah! Okay, Clem, nein, bei der Formel bin ich raus. Ich erkenne, was da steht, aber ich wüsste nicht, was mir das jetzt sagen soll. Dafür habe ich die Formel, wie man die Entfernung von zwei Punkten auf unserer Erde ausrechnet, schon so oft gesehen, die HWC-Formel, ähm, dass ich die einfach, ich kann sie noch nicht blind schreiben, aber wenn ich sie sehe, kann ich sagen, ja, das ist sie. Geoberechnungen sind so ziemlich das Schlimmste, hey, ganz ehrlich. I ate some pie and it was delicious. Ah, okay. Da blieb ich zu lang stehen, ja. Yep, da bin ich zu lang stehen geblieben, korrekt. Aber das Timing hier ist auch echt gar nicht mal so... Nein! Ich will doch... Anni, was? Du hast mir einen Steam-Code ge... Anni, du sollst mir doch nicht einfach random Steam-Codes schicken. Äh... Äh... So... Oh. Die Entwickler von No One Lives in Heaven sind aus DE. Oh, okay. Schick mir weiter deutsche... Äh, nein, äh, Keys aus, äh, von deutschsprachigen Entwicklern. Aber da kann ich das ja gar nicht von der Steuer absetzen. Oh. Wurzel minus eins sagen viele, nicht definiert, was korrekt ist, äh, aber im Zahlenraum der komplexen Zahlen ist Wurzel minus eins eben I. Äh... Sie haben damals direkt bei euch gefragt wegen dem Spiel, deshalb hast du es damals auch im Stream gespielt, ist echt cool gewesen. Du hast es nie durchgespielt. Okay. Okay. Okay, verstehe. Jetzt geht's ins Bett. Der Tag war lang. Alles klar, Snowy. Erhol dich gut. Wir sehen uns. So. Äh... Ach, Mann. Gut. Das war jetzt nicht mehr absichtlich, dass ich mich da in die Stacheln geworfen hab. Auch wenn das natürlich nicht geht, dass wir Sternchen hier nicht mitnehmen. Ach. Dammit. Ich find das total cool, tatsächlich, wenn, äh... Wenn Entwickler bei bestimmten Leuten nachfragen, ob die nicht irgendwie, ähm, Dingens machen wollen. Ob die da nicht irgendwie mal ein Spiel spielen wollen. Ich find das mega. Ich hoffe, das kommt bei mir noch. Und dann Löchen Böhmefs, ein Wunder... Oh mein Gott. Jetzt hab ich Zeit. Hallo. Wir spielen hier gerade einen wunderbaren Plattformer. Der optisch an Ori, mechanisch an Celeste und, äh... Gesamtheitlich an Absu erinnert. Ähm. Und fucking schwer ist. Obwohl er in zwei Stunden beendet werden soll. Beendet werden können soll. So rum. Hi. Achso, ich muss eh raustappen. Ich muss euch, äh, selbst einen Shoutout geben. Ja, dann, äh... Hier. Was gab's bei euch Schönes? Was habt ihr getan? Und hallo, dageschön natürlich. Hab ich noch gar nicht gesagt, glaube ich. Hab ich, glaube ich, noch gar nicht gesagt. Ist auch eine coole Sache, wenn der Entwickler sich selbst melden. Ja, ja. Das ist richtig. Ne, Oakenfold hatte ich ja tatsächlich über eine PR-Agentur. Ähm. Also über eine Indie-PR-Agentur bekommen. Und die sind offensichtlich auf mich aufmerksam geworden. Behaupte ich jetzt mal. Weil ich hab mich bei denen niemals in den Verteiler eingetragen. Und plötzlich kam dann eine Mail. Wo ich mir dann auch so dachte, so... Mh, das schmeckt. Fuck. Ähm. Ich hatte davor schon ein Angebot von denen. Aber das musste ich leider ausschlagen. Weil das hat gerade nicht in den Plan gepasst. Äh. Sonst hätte ich das auch genommen. Aber das war gerade der Horror-Monat. Und das war halt kein Horrorspiel. Und das Release war in dem Monat. Dafür hab ich's halt so euch vorgestellt. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Aber ich hab's euch vorgestellt. Definitiv. Zwei- und dreimal, glaube ich. Aber ja. Das ist wie so ein kleiner Ritterschlag. Das ist genauso wie... Ne? Wenn ich hier irgendwie einen Link teile. Und dann sagt irgendjemand von euch... Äh... Er, sie hat's auf die Wunschliste gepackt. Oder sich sogar gerade gekauft. Ähm. Das ist mega gut. Weil dann... Dann... Habe ich quasi alles, was ich erreichen will... ...mit dieser Spezialisierung auf Indies... ...und der Unterstützung der Indie-Devs erreicht. Das ist gemein. Bei euch hast du heute ein wenig... Äh... Ein wenig Tony Hawk's Pro Skater 3. Und danach Little Nemo auf dem NES. Okay, Tony Hawk's... Oh Gott, Tony Hawk. Ich hab den zweiten Teil zu Tode gespielt. Ich hab's geliebt. Ich war damals richtig gut. Holy moly. Ähm... Also voll gut. Und Little Nemo sagt mir was. Das hab ich, glaub ich, schon mal gehört. Wie geht's euch? Ja, es geht... Ja, läuft. Es ist, äh... Das Spiel ist ein bisschen gemein zu mir. Aber ansonsten, äh... Ne? Das sind übrigens... Da steht die Info. Da drüben im Chat steht... ...wo es das Spiel gibt. Ich meine... War das Blue, der vorhin irgendwie 2,50 geschrieben hat? Weil es gerade im Angebot ist? Ich bin mir nicht sicher. Ich hab nicht nachgeschaut. Aber... Ja... Das, äh... Ich muss es gewohnt sein von Celeste. Ja, es ist halt... Es ist... Ich hab einen Trailer gesehen davon. Und, äh... Da kommen noch Elemente, die mich sehr an Celeste erinnern. Also gibt's jetzt auch schon. Ich weiß nicht, wie sehr celestig diese Elemente tatsächlich sind. Aber diese Sterne hier sind quasi Erdbeeren. Es gibt so kleine Power-Abblasen. Mit denen wir unseren Dash nochmal aufladen können. Es gibt schon das eine oder andere, was wirklich stark daran erinnert. Aber ja, es ist, äh, ja... Celeste, äh... Ich liebe Celeste, aber ich werd's nie wieder spielen. Du hoffst ja, dass ich, äh, dass... Du... Nein, dass ich eines Tages ein Spiel vorschlage in weiter, weiter Zukunft. Und du dann darauf antworten kannst. Ich hab's entwickelt. Das ohne, dass ich's vorher wusste. Hm... Ja, Karas, streng dich an. Streng dich an. Ah, ne, man, nur... Der Hagen geht... Nur für dich nochmal vorm ins Bett gehen. Das ist aber nicht noch Raum 1. Das hier? Nein, das ist nicht Raum 1. Nein, nein. Nein, 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 nein. Das ist nicht Celeste. Ich gehe immer noch stark davon aus, dass wir das heute sogar noch durchspielen. Weil das ist eigentlich ein sehr, sehr kurzer Plattformer. Wenn man halt nicht so, so unglaublich unskillful wie ich ist. Wenn man auch nur das kleinste bisschen Skill mit Löffeln gefressen hat. Ha, Mann! Dann kommt man hier halt auch durch. Shit. Ich hab noch 1,5 Stunden, um aus diesem Raum rauszukommen. Ich rede vom ganzen Spiel beenden, nicht von diesem Raum. Ah. Ich will halt auch den Stern mitnehmen, ne? Und allein der macht mir gerade mehr Probleme, als er sollte. Möp! Ich hätte nur noch nach oben fliegen müssen. Wenn du jemals so weit bist mit dem Spiel entwickeln, klopfst du definitiv bei mir an die Tür. Ja, nice. Immer gerne. Immer gerne. Jetzt hab ich mich im Flug umgeentschieden, dass ich nach links will, statt nach rechts. Hat nicht so funktioniert. Ah, nee, ho. Nee, das ist, äh, nein. Ah. Um das Spiel zu beenden, muss ich aus dem Raum raus. Ja, das ist, äh, ja. Das ist gar nicht so unfalsch. Spiele entwickeln, äh, unterscheidet sich gar nicht so sehr von Business-Apps. So deine Erfahrung. Ja, ich wollte tatsächlich mal, äh, irgendwann was ausprobieren. Also, ich hab ja jetzt ein Tetris entwickelt. Äh, ne, für, für den Stream. Ähm, weil das, das wir momentan haben, das ist halt, das entspricht nicht ganz meinen Vorstellungen. Das kann ich alles, was ich, ah, shit, was ich gerne hätte. Und deswegen hab ich das jetzt einfach mal selbst geschrieben. Es dürfte auch ziemlich bugfrei sein. Also, zumindest ist mir nichts mehr aufgefallen, was ihr noch irgendwie auslösen könntet. Fuck. Und, äh, ja, das, das war am Ende tatsächlich Business-Logik. Also, das, das war, sobald ich rausgefunden habe, wie ich's machen will, das war eigentlich eher die, die konzeptionelle Schwierigkeit da dran, wie ich das lösen will, das, äh, ne, mit Collision, et cetera, war das eigentlich total easy. Bei 3D und 2D bin ich dann raus, weil da habe ich halt tatsächlich einfach noch keine Ahnung von, aber, mein Gott, ich bin Programmierer, ne. Ich, ich kann Code lesen, ich kann Code schreiben und der Rest ist Gewöhnung vermutlich und, äh, ein bisschen Wissen an eigenen, über Eigenarten. Also, von dem her. Du zollst den Bläsuren und jetzt mal Tribut und wirst die Orgel anschließen, äh, alles klar. Lille, schlaf gut, erhol dich gut und, äh, nächste Woche bitte, bitte ohne Bläsuren hier auftauchen. Das, das wäre schön. Und gönn dir deine Mutzen. Ah. Paschiert, äh, was bei dir scheitert, ist auch eher an keine Zeit, das ist zu schwer, du musst die Engine begreifen, danach kannst du es vermutlich so runterschreiben. Ja, das ist es halt. Und was halt bei mir auch scheitern würde, wäre halt einfach, äh, ne, das Aussehen. Game Art. Weil, ich kann halt nicht mal Strichmännchen zeichnen. Ich war früher mal echt gut in Zeichnen und dann, äh, kam die Realität. Fuck! Dann war Schule vorbei, ich saß am Rechner, hab programmiert und dann war es vorbei mit, äh, ja, oh cool. Ich kann auch Dinge zeichnen. Ja. Assets kann man erstmal kaufen. Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Gibt ja auch viele kostenlose Assets, wenn ich das richtig gesehen habe. Aber ich bin halt tatsächlich noch unsicher, was für eine Engine ich mir gerne ausprobieren würde. Irgendwie, ich bin da unentschieden. Es gibt so viele, es gibt so viele. Würde ich eher mal, eher mal Unity ausprobieren wollen? Will ich Godot ausprobieren? Will ich Unreal ausprobieren? Will ich Game Makers, äh, will ich Game Make, Game Maker, Game Maker? Heißt der Game Maker? Bin ich jetzt gar nicht mehr sicher. Will ich den ausprobieren? Ähm. Will ich mal einen RPG Maker ausprobieren? Es gibt so viele Engines, verdammt! Es gibt so viele, verdammte Engines. Du kannst keine Art, du kannst kein Coding. Also suchst du dir Deppen, die Kunst können und ein Tool, für das du nicht coden können musst. Hahaha. Okay. Okay. Auch gut. Hammel Bundle ist da manchmal echt gut für... Ja, stimmt. Die haben öfter mal, äh... Ja, stimmt. Die haben öfter mal so, 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 Dev-Sachen. Im Angebot. Das ist richtig. Unity ist super, Unreal ist super. Die Frage ist, wo will ich hin mit meinem Spiel? Ich will kein Spiel entwickeln, ich will ausprobieren. Ich will einfach nur Dinge ausprobieren. Deswegen ist es eigentlich auch egal. Aber da suche ich mir halt die Sache, die mir, sag ich mal, den, den leichtesten Einstieg, ähm, ermöglicht. Und ich vermute mal fast von dem, was ich bisher gesehen habe, ist das Godot. Auch deswegen, weil ich da bisher noch am meisten von gesehen habe. Und weil sich dieses Godot-Skript, äh, wie auch immer es heißt, G-Skript, glaube ich, das sieht fast aus wie Javascript und Javascript kann nicht. Nein, ich bin da unten hängen geblieben. Eure Games sollen im Game Maker gemacht werden, sind noch kaum dazu gekommen, das Jahr über. Ja, ne, die gute alte Zeit. Also, ne, die, die, ja, eben, eben nicht die Zeit, die man hat, ne. Nein, ich will doch nicht, ich will doch mit Sternchen. Ach, Mann, oh, ich kann doch nicht ohne Sternchen. Hallo, was sollen denn die Leute von mir denken, wenn ich das Sternchen nicht mitnehme? Ah, nee, das ist doch jetzt, also, das ist doch jetzt, also. Da hatten die. Nicht gut. Habt bei dir, hab bei dir hoch. Du guckst in Unity erstmal rein, weil Humble Bundle es jetzt verkauft, äh, verkauft hat, passend zu deiner Idee. Ah, okay. Du hast mit Unity angefangen, du hast dich, äh, hast auch mit Tools gearbeitet und nicht mit Unity selbst. Ja, man, man kann halt viel auch machen, ne. Aber bei mir wäre es tatsächlich schon, ich, ich will keine Tools nutzen, ich will dann schon programmieren. Ich will schon wissen, was ich tue. Ich will zum Beispiel auch keine Blueprints nutzen. Oder wie auch immer das jetzt in Unity heißt. Ähm. Oder war das in Unity Blueprints und in Unreal, nee, in Unreal Sense Blueprints, glaube ich. Ähm. Das ist halt so gar nicht meins. Weil wenn ich eine visuelle Programmiersprache nutzen will, dann, ja, nutze ich was anderes. Auch wenn das echt mächtig ist. Ich kann da stehen, da drüben. Warum kann ich da stehen? Da dürfte ich nicht stehen können. Jetzt kann ich nicht mehr da stehen. Offensichtlich. Sorry für Art of Context. Du hast einen Shiny-O-Mod in der Wildnis gefangen. Ja, GG. Ist das pink? Oder ist es grün? Gefühlt sind alle Shinys pink oder grün. Irgendwas dazwischen gibt es gefühlt nicht. Ja, nice. Standard ist pink. Jetzt ist es blau. Gut, ich hätte Omod jetzt nicht als pink bezeichnet. Das ist für mich, äh, eher so ein, so ein Lila. Ein Pastelllila. Also ich habe das gerade total falsch im Kopf, aber... Okay, ja, cool. Ja, mega. Nice, weiter so. Sofort ist das Shiny-Radar auspacken. Und wie bei Dragon Ball auf die Suche gehen. Foto im Discord. Wenn ich mal wieder im Channel vorbeischaue. Ja, das tue ich tatsächlich regelmäßig. Ob ihr es glaubt oder nicht. Aber es gibt wenige Discord-Server. Aber es gibt sie, wo ich alles lese. Nur nicht immer schreibe. Ah, nee, Mann, nur ficken, ficken, ficken. Entschuldigung. Ah! Ah! Diese Wortwahl. Ja, knick, knack. Ah, Mann. Ah! Das ist doch nicht normal. Das ist doch... Also, jetzt mal. Hallo? Ah! Nee, Mann. Hm. Stern, du kannst mich jetzt mal. Ich will hier... Au! Okay, scheiß drauf. Wir lassen den Stern Stern sein. Ich will hier durch. Ich will hier raus. Ha! Cool. Nice. Ober des Lavendelfarben. Das ist lila. Lavendel ist eine Form von lila. Hast du Lavendel schon mal in der Natur gesehen? Das ist eindeutig lila. Also, bitte. Anjuh. Ah! Du fühlst dich gerigiert? Nein. Niemals. Niemals. Ich hatte ja schon fast Pastelllila gesagt, weil das ist auch richtig. Aber Lavendelfarben. Oh mein Gott. Hey! Möp. 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 Du würdest dir eine Pipi-Pause empfehlen? Aber ich muss nicht Pipi. Ich habe mich jetzt festgebissen. Hey. Ach man, ich kann ja nach... Ich kann ja abbiegen. Ich bin so doof. Ich bin so doof. Ich bin blöd. 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 Ja, ich bin immer noch blöd. Mit Pay. Warte mal. Oh mein Gott. Ich konnte mich da unten... Oh, ich konnte mich da unten noch festhalten. Ist eigentlich gar nicht so schlecht. Okay. Es ist jetzt nur noch so ein bisschen eine Timing-Sache. Und da muss ich jetzt nicht mal groß drauf aufpassen. Ich muss nur den Weg finden. Pipi ist gleich Schreipause. Warum sollte ich schreien? Ich wohne hier in einer Mietwohnung. Wenn ich hier zu schreien anfange, dann passieren zwei Sachen. Entweder ich kriege eine Abmahnung. Oder meine Nachbarn rufen irgendeinen Wagen an, der mich hier abholt. Hält sie bitte, Hagen, du... Weil die Wände hier sind zwar ziemlich dicht, aber ich glaube, das würden sie hören, wenn ich hier zu schreien anfange. Hey, bitte, H... Okay. Ach so. Cheers. Das ist mir vorhin in meiner Pause aufgefallen. Jetzt, wo wir gerade bei Pause sind. Es würde mich wahnsinnig interessieren, wie viele Worte ich eigentlich spreche während so einem Stream. Weil das ist, äh... Schon ein bisschen mehr, glaube ich. Oh Gott. Schaffe ich das hier? Oh Mann, ich bin bang. Autsch. Weil ich habe hier auch schon mal so ein bisschen in Richtung Stimmtraining überlegt, mal was zu machen. Weil... Na, ich versuche hier des Öfteren mal auch eine Stimme nachzustellen, etc. Aber was ich gar nicht kann, sind junge Menschen, das sind alte Menschen, das sind Frauen und das sind Kinder. Also eigentlich alles, was nicht ich ist. Da habe ich dann Probleme, Stimmen nachzustellen. Okay, der Stern muss... Warte... Ähm... Mein Controller vibriert mir gerade vom Tisch. Ähm... Bleibst du mal bitte hier? Ähm... So richtig alt, so, äh... Ähm... Oh mein Gott, bist du bescheuert, Spiel! Wie soll ich denn das machen? Ähm... Ne, so dieses klassische Alt. Dieses, äh... Sehr, sehr, sehr raue, gebrochene Stimme. Ähm... Und ich kann das nicht. Und deswegen, ne... Irgendwie vorhin kam ich kurz auf den Gedanken. So, es wäre eigentlich mal cool zu wissen, wie viel ich tatsächlich während eines Streams spreche. Weil schlussendlich darf man irgendwie nicht außer Acht lassen, dass so ein Stream halt auch... Höchstleistung der Stimme... Ähm... Benötigt. Das vergisst man gerne, ne? So nach dem Motto, ja man spricht ja nur ein bisschen. Aber holy moly da, äh, ne? Eine untrainierte Stimme wird sich bedanken. Einfach mal... Keine Ahnung, sechs Stunden am Stück durchzuquatschen. Also es ist ja wirklich nahezu am Stück. Muss man ja auch dazu sagen. Äh, wie soll ich denn da hochkommen, bitte? Ähm... What the fuck? Boah. Jetzt Gamecrash... Ja, ich hoffe nicht, hey. Ihr braucht einen Freiwilligen zum Auszählen des Swats? Ja, dann, äh, ne? Bitte gerne. Rein theoretisch könnte ich mir ja, äh, die, die Untertitel, ähm, ausgeben lassen und wegspeichern. Aber die sind ja leider nicht vollständig. Und darin einfach mal Wörter zählen. Das ginge ja, so gesehen. Aber ja, deswegen hat deshalb beim Lehrer auch, äh, gern mal was mit dem Kielkopf. Ja, es ist halt krass. Ähm, es ist halt einfach krass, wie, wie sehr das tatsächlich die Stimme einfach auch belastet. Man, man glaubt das nicht so, ne? Ja, so von wegen, ja, sprechen, ja, gar kein Thema. Aber... Oder auch, ne, keine Ahnung, gerade das, das, das Stimmenverstellen, etc. Warum ich da halt auch eigentlich ganz gerne mal irgendwie in Richtung Training was machen würde, ist halt einfach, es ist scheiße anstrengend. Man, man glaubt das nicht. Man, ne, man verstellt seine Stimme und denkt sich so, ja, okay, cool, ne? Jetzt hab ich meine Stimme verstellt. Aber wenn du das mal einen Stream lang machst, weil das Spiel keine Synchro hat, dann bist du danach aber auch, du bist echt körperlich fix und fertig. Du bist wirklich erledigt. Das ist, du hättest auch einfach, äh, dreimal um den Block laufen können. Naja, vielleicht ein paar Mal öfter. Je nach Kondition. Wahrscheinlich. Aber man glaubt das nicht als Außenstehender, dass das tatsächlich echt super anstrengend ist. Also ich hab einen Heidenrespekt vor, äh, jeglichen professionellen Sprechern, die das auch wirklich als Job machen. Auch wenn man, gut, ich mach das hier planmäßig elf Stunden in der Woche. Aber das Vollzeit zu machen, ist halt auch nochmal eine ganz andere Liga. Warte mal, konnten wir uns nicht irgendwie festhalten? Greifen. Sag mir jetzt bitte nicht, dass ich mich einfach festhalten kann. Sag mir jetzt bitte nicht, dass ich mich einfach festhalten kann. Ich kann mich einfach festhalten. Ja! Ja, das, äh, tier. Oh, guck mal, das Spiel ist auf einmal um 100% einfacher geworden. Warum? Warum? Bitte klippt das. Ah, Mann! Cool. Ähm. Nun. Wo waren wir stehen geblieben? Mein blowing Moment. Ja, es... Und ich hab die Steuerung vorher noch angeguckt. Ne? Ich hab sie noch angeguckt. Ey, es wär alles so einfach gewesen. Ne, nix damit. Oh, runter. Wieso halt ich mich jetzt einfach so fest? Das ist ja sogar noch ein Toggle. Ne, ist es nicht. Das war ein Bug. Gerade, oder? Ja, okay, es war ein Bug. Ja, ich muss es schon dauerhaft drücken. Aber ich mein, guckt euch das an, das ist ja sowas von easy jetzt. Oh. Fast. Oh. Ja. Du weißt noch, wo du mal Orwell gestreamt und alles in dem Game vorgelesen hast. Nach zwei Stunden hast du eine Pause gebraucht, weil du fast nicht mehr sitzen konntest. Es ist... Ja, es ist... Aber es ist... Es ist krass. Es ist total krass. Und es ist halt auch echt nochmal ein Unterschied, ob du jetzt irgendwie eine Stimme nur ein bisschen synchronisierst, sage ich jetzt mal. Oder da auch noch mal so richtig Dingens reinpackst. Also ob du die Stimme verstellst dabei. So, jetzt passt mal auf. Die Laser gehen hier an zwei verschiedene Stellen. Ist das ein Cheatcode? Es wirkt fast so, ne? Na, na. Okay. Ich halte mich jetzt nur noch fest. Ich bin wie das kleine Kind, das nicht von seiner Mutti weg will. Ich halte mich einfach nur noch fest. Das ist jetzt die Aufgabe für den Rest des Spiels. Festhalten. Uh. 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 Das ist aber auch eine sehr prekäre Stelle hier gerade, wo ich bin. Oh ja. Hap. 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 Hanemona Hanno. Okay. Oh. Ja gut, das könnte man wahrscheinlich jetzt auch in einem Rutschi lösen. Hä? Wieso trifft mich der Laser beim Zurückfahren, aber nicht beim Hinfahren. Oh. Zu früh, zu, zu früh gedingst. Ach man. So. Him. Wieder zu früh gedingst. Ich brauche mehr Input-Lag. Auf diesem Controller. Ich drücke zu früh. Oh. Shit. Ah. Ja, das dachte ich mir, dass das jetzt passiert. Da hatte ich jetzt mitgerechnet. Okay, warte. Hier ist schick. Da ist nicht mehr schick. So, wo waren wir jetzt eigentlich? Bevor das Halten-Gate quasi passiert ist. Ähm. Ach so. Ja, genau. Dabei, dass ich tatsächlich ganz gerne mal irgendwie stimmtechnisch mehr können würde. Oh mein Gott. Das war super. Das war richtig super. Okay. Hallöchen, Frankie. Hi. Da wird man verzwangssappt, während man nicht mal da ist. Ja, das passiert so. Das hat Twitch so bestimmt, dass wenn man das so macht. Ich kann da auch nichts für. Okay, da ist ein Sternchen. Da hinten ist ein Boost. Okay. Das sollte machbar sein. Hä? Äh, nie. Halt die... Warte mal, doofen Frage. Kann ich mich an die Decke hängen? Nein. Das wäre es jetzt noch gewesen. Weil wenn das auch noch geht, dann könnte man es wirklich als Cheaten bezeichnen. So, hopp. Äh, fast. Hopp. Ähm, ja. Geradeaus sind die Stacheln ist halt auch nicht so cool. Jupp, 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 jupp. Okay. So, lass mal gucken. Hä? Äh, why? Das hätte gehen sollen. Ich habe mich festgehalten. Ich habe den Knopf gedrückt. So, na, nie. Heute noch das Event Live-Ged-Splatoon 3. Würdest du zumindest einstuppern? Alles klar. Dann, ciao, Jubel. Viel Spaß dabei. Hau rein. Mach sie alle fertig. Die, die du nicht fertig machen kannst, mal wenigstens an. Und, äh, ja. Bis, äh, bis zum nächsten Mal. Jupp, 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 jupp. Da haben die U. Da hier. Da, da. O Okay. Okay, verstanden. Ich muss gucken, dass ich von dem Block wegkomme. Und nach oben. Okay. Ah, Knappi! Ich weiß nicht, warum ich das gerade gesagt habe. Aber das kam gerade so aus mir raus. Es hat mich quasi überwältigt. Und im nächsten Moment dachte ich an Knappi. Hi, Johan! Mann. Im nächsten Moment habe ich tatsächlich an Knappi gedacht. Kennt ihr noch Knappi? Knappi, das Krokodil? Ach Gott, das ist auch so eine Zeit, die man halt einfach nicht vermisst, ne? Wir kennen es nicht, wie der kleine Hai. Oh Gott, der kleine Hai war das nicht. Kleiner Hai. Dumm, dumm. Kleiner Hai. Dumm, dumm. Großer Hai. Dumm, dumm. Oh mein Gott. Es ist... Ah, ich nehme meine Haare nur hoch. Ach, Mann. Es ist furchtbar. Oh mein Gott. Kleiner Hai. Ah, äh. Ah, fuck, Mann. Ah, Konzentration weg. Ah, das ist furchtbar. Scheiße. schnappi ja schnappi ist halt auch schnappi ist aber immer noch besser als der crazy frog also jetzt mal jetzt also wenn wir schon tacheles reden dann reden wir aber richtig tacheles ich habe gerade ich habe gerade vergessen wie ich hier immer rübergekommen bin ja großartig ich habe vergessen wie ich das spiel bisher gespielt habe habe ich tatsächlich du bist mal weg du willst den kater weiter ausschlafen ja dann have fun beim entkatern sofern man das spaß nennen kann ich bin so froh dass ich noch nie in meinem leben einen kater hatte ich kann mir das tatsächlich nicht vorstellen ich war zwar schon mal drei tage lang durchgehend betrunken aber also von einem abend nicht von drei aufeinander folgenden abend das war auch anders wild aber ich hatte noch nie einen kater die jubel hat die hu okay warte mal da oben geht es weiter glaube ich oh nein hier geht es richtig weiter und nein das bonus level wer links gibt ja bist du bescheuert das ding zerquetscht mich ja was ist denn das oh nein oh nein oh nein oh noo oh fuck obwohl das ist ja wohl vielleicht geht das sogar vielleicht doch nicht so einfach wie ich dachte wie soll ich ihn da jetzt hochkommen ohne dass ich dingens energie habe wie soll das denn jetzt funktionieren spiel da kann ich nicht hin weil da sind stacheln ne warte ja okay ich wusste es das ist übelst präzise es ist nicht so als könnte ich jetzt irgendwie kriechen oder so ist es ich kann halt ja und ich habe da oben auch keine weitere energie mehr ich kann auch nicht landen sondern auch mal hier dran hängen ich muss nach da oben ich habe aber keine energie um hoch zu düsen oder nein habe ich nicht das ist ein boost denn ich brauche um hier nach oben zu fliegen ja da sind boost den ich dann brauche da hoch zu fliegen das ist kein thema das ist klar wie es funktioniert hier bin ich nicht sicher ah ja ich bin ich bin doof ja 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 easy peasy ich muss einfach diesen hier machen ich darf doch nicht hoch fliegen ich muss mich hier einmal hoch hochhangeln und timing technisch soll timing technisch sollte das auch funktionieren passen ja auch hier ja auch hier schade okay ne pass auf passen sie jetzt aufpassen nicht aufpassen gab nichts zu sehen gut ne mann ich muss noch mal hüpfen danach okay ich muss noch ich offensichtlich muss ich noch mal hüpfen es ist halt wirklich wie unter wasser ne das springen ist hier so gedämpft das ist total schräg man gewöhnt sich daran aber es ist echt schräg ich glaube man könnte das hier nicht spielen und danach einen schnellen plattformer oder einen sehr direkten plattformer oh nein das war eigentlich ganz gut okay das ist neuer neuer pb nach oben halleluja ja ne das hätte ich jetzt nicht tun sollen ne okay dann muss ich ein bisschen schneller sein wie es ausschaut schneller schneller ich bin nicht schnell das war ich nie obwohl ich damals im sprinten deutlich besser war es keine ahnung weit laufen sprinten war in ordnung das kannte ich so halbwegs oh fuck oh shit ne ich hab wirklich nicht damit gerechnet dass das hier so ein so ein skill plattformer ist ne hätte ich das mal vorher gewusst aber er sieht schön aus er macht spaß zu spielen man glaubt es kaum aber das ist ein plattformer hier ist man echt froh wenn man irgendwie durchkommt er gibt einem ein gutes gefühl so jetzt nicht aber dann ja dann ja okay immer noch also dann ja gut ein bisschen weiter nach oben okay 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 haja das ist gut nein das ist fuck das war aber prinzipiell gar nicht mal so übel bleib doch hier so jetzt das war zu weit nach oben da hab ich mich nicht festgehalten jetzt das ist gar nicht so leicht hier jetzt loszulassen ah und so halbwegs gerade nach oben zu fliegen weil jeder rempler den man hier an der wand selbst macht hält er natürlich davon ab nach oben zu düsen okay so ist gut so ist gut so ist sehr gut nerv nerv oh pinkie und brain kennt ihr auch noch ich hoffe doch hey brain was wollen wir diesen abend machen das gleiche wie jeden abend pinkie die weltherrschaft an uns reißen großartig gibt es das eigentlich noch läuft das noch irgendwo ich weiß es gar nicht ne da hätte ich tatsächlich bock drauf das nochmal irgendwann zu gucken ist halt auch so dämlich dass es schon wieder gut ist so ne das ist zu hoch ja das war zu niedrig das ist genau richtig zu hoch zu niedrig genau richtig wenn man mehr zuhört als zuzusehen dann ergibt es einen anderen Kontext ja ich kann mir schon vorstellen was du meinst ich weiß was ich für Geräusche mache ich kann nichts dafür Moment ist gerade ein äußerst ungünstiger Zeitpunkt um naja ok so du sagst ich soll mir den Clip anschauen ich klicke da drauf ich weiß nicht wie gut ihr das jetzt gehört habt aber ihr hört das wahrscheinlich kaum weil das Spiel ist es gerade deutlich überdeckt aber ich habe jetzt keinen schnellen Schalter das Spiel leise zu machen ach ja schön achso ihr habt es eh nicht gesehen weil Spiele Vordergrund schon ein bisschen erotisch ja ich sollte nochmal über den Karrierewechsel nachdenken schade dass Warner Brothers so schlecht mit seinen alten Marken umgeht vieles nicht verfügbar ach du hey das ist nichts gegen MGM Metro-Goldwyn-Mayer die hervorragende Marken haben und damit einfach gar nichts mehr machen ich rede ganz speziell von Stargate was sie einfach total stiefmütterlich behandelt haben nachdem Stargate Universe beendet wurde nie irgendwas damit gemacht haben jetzt ist MGM Teil von Amazon so wie es aussieht wird allerdings trotzdem nicht unbedingt was mit Stargate passieren zumindest nicht in der früheren äh nicht in der näheren Zukunft früheren Zukunft ja genau ähm was ich super schade finde du kannst es ja noch nicht mal wirklich streamen ne das wäre perfekt für für Amazon Prime aber mal gucken Stargate gibt es wenigstens zu kaufen Warner hat keinerlei Interesse das alte Zeug einfach nur zu verkaufen äh das ist das ist halt echt schade wenn sowas ist oh fuck das war zu niedrig das ist halt wirklich wirklich schade aber hey immerhin ist weder Warner ähm noch MGM so doof wie die BBC die einfach alte Doctor Who Episoden äh nicht mehr hat weil damals wurde es ausgestrahlt und dann quasi weggeworfen ne die sind ja glaube ich seit 20 Jahren irgendwie da dran äh alte Episoden zu finden was halt auch total Banane ist wenn man drüber nachdenkt ähm es gibt nur paar alte VHS oder TV-Rips im Netz ja was ich sehr schade finde tatsächlich ist das dass Stargate bisher kein Blu-Ray Release bekommen hat weil das würde ich mir sofort kaufen auf DVD habe ich halt einfach keinen Bock mehr wegen der Auflösung aber man könnte die garantiert super hoch skalieren und alles das ist schon sehr präzise hier das ist wirklich präzise so und ach nein Mann hat irgendjemand von euch Vorsicht dieses Spiel auch zu kaufen und mag mir dann mal berichten ob ich der einzige Mensch bin der sich hier so gestrahlt anstellt Stargate hat eine Blu-Ray Collection bekommen wann was warum weiß ich das nicht das ist ja das wäre ja wie jetzt nee jetzt warum was 2020 Entschuldigung ich muss kurz mal gucken gehen nicht shoppen aber zumindest gucken Stargate Blu-Ray ja Bikurei fast Ninja Baby erster Treffer what äh Stargate nee das ist Dings SG1 der Complete Series Blu-Ray derzeit nicht verfügbar was nein 41 Discs ach man jo scheiße warum geht sowas an mir vorbei fuck warum warum Welt sei doch nicht so grausam zu einem deiner größten Stargate Fans ist ja fast wie mit der RT-Taste schlimmer das hat nicht zwei Jahre gedauert um es zu merken ach hat eine Scheiße oh man ich weiß nicht warum aber ich kann Knöpfe nicht in schneller Abfolge drücken das ist nicht möglich jetzt gibt es die nirgends mehr nicht mal mehr auf Ebay oh oh man das macht mich noch trauriger als ich schon bin muss es ein bisschen heulen oh man was ein Rotz echt jetzt scheiße okay vielleicht gibt es die außerhalb vom deutschen Markt das könnte sein vielleicht muss man die einfach nur importieren mal auf Amazon UK schauen die sind was das angeht eigentlich immer ganz gut digital schwirrt die bestimmt irgendwo im Netz rum aber ist nix für Regalsammler ja ja es gibt ja wirklich nicht viele Sachen die ich noch physisch kaufe aber das wäre tatsächlich eine der Sachen die ich gerne physisch jetzt kaufen würde ich hab halt jetzt instant Bock da drauf nein zu früh es kommt Anni bestimmt gleich wieder mit einem Clip um die Hecke da die da ist oh da oben ist oh hä das hätte mich nicht erwischen dürfen okay interessant tatsächlich warst du gerade nicht auf Twitch im Vordergrund okay gut 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 also mit Kontrollern zielen ist halt auch echt so eine Sache du hast mir eine PN mit der Stargate Geschichte geschickt jetzt habe ich losgelassen ich depp wie viele PNs hast du mir heute schon geschrieben Lässt Alte ne 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 nein ich muss es ich muss das jetzt ich kann jetzt nein das darf ich jetzt nein ich muss mich gerade im Kopf mental entscheiden kaufe ich mir ein neues Bett oder kaufe ich mir die Final Fantasy 16 Collector's Edition die auf weiß ich nicht wie viele Stücke limitiert ist und wahrscheinlich 300 Euro kosten wird und äh ich gehe mal von zweiterem aus ach shit weil ob ich jetzt mein Bett noch ein Jahr rausschiebe oder nicht ist auch schon egal du findest der Preis geht ja geht es mit etwas über 200 Dollar das ist tatsächlich in Ordnung ja das ist tatsächlich in Ordnung wenn es Dollar sind kommt wahrscheinlich noch Zoll drauf das heißt nochmal 20% mehr sind wir bei 240 plus Versand nach Europa mach mal 60 drauf sind wir knapp bei 300 so ja weiß ich jetzt nicht obwohl es wäre es immer noch wert wenn man das mal auf die Scheibe runter bricht das ist echt immer noch viel ähm ihr findet die complete für 211 mit 80 Versander so ist ja wow okay ich war ja gar nicht mal so weit weg mit meinen 60 Versand ne holy shit man ja ne mal gucken mal gucken die Sache ist ich würde sie wahrscheinlich niemals aufmachen ähm weil Blu-Ray-Player ist äh ne ich ich hab ich hab ja nicht mal eine Fernbedienung für meine PS4 ähm und nein nein da siegt jetzt die Vernunft weil ich hab ne andere Entscheidung die in nem ähnlichen Preisniveau liegt also wenn euch wenn von euch mir die jemand schenken will dann nehme ich die natürlich gerne aber da glaube ich jetzt irgendwie auch nicht dran ne gibt's die noch auf Amazon zu früh zu früh ist ja nix Twitch man nie regelt ja das wär schön wenn das regeln würde fuck das wär schön wenn das regeln würde ähm das wär super aber ne wir hatten das Thema gestern erst nein so weit bin ich nicht was das angeht bei weitem nicht schön wär's dagegen hätte ich sicher nix aber ne ne ha fuck für jeden meiner Zuschauer knapp 18 Euro ja aber da kommen ja noch Steuern drunter und äh Gebühren und tralala naja es ist es wäre halt schön wenn 18 Euro dann auch 18 Euro wären ne nein nein alles gut ähm ne ich äh ich hab's jetzt nicht mitbekommen deswegen ich hab momentan tatsächlich andere Sachen die ich da entscheiden will gebe ich 300 Euro für Final Fantasy 16 aus oder gebe ich 300 Euro für ein Bett mit Matratze aus ähm die Vernunft sagt nimm das Bett das Verlangen sagt nimm Final Fantasy 16 weil die Collectors Edition die Collectors Edition mega geil ist und die limitiert ist und ich die zwar nicht ne ich werde die nicht nur kaufen und hier rumstehen haben ich werde sie öffnen aber die ist halt trotzdem mhm die ist schon lecker what ihr könnt doch ihr könnt doch jetzt nicht einfach 1000 Bits hier raushauen seid ihr wahnsinnig das sind 20 Mark dankeschön oh mein Gott ja das das erhöht tatsächlich den Payout äh äh signifikant ja ne äh dankeschön oh no Bett und dann halt vom Bett aus Final Fantasy zocken ich hätte ja noch einen Fernseher da den ich rein theoretisch übers Bett hängen könnte der ist aber nicht 4K und dementsprechend ein bisschen mehr und ich müsste die Playstation umstecken aber ich hätte theoretisch noch einen zweiten Fernseher hier ich weiß aber nicht ob der funktioniert das ist mein Alter und ich hab den jetzt in knapp 4 Jahren nicht geschafft unter meinem Esstisch rauszubringen und irgendwie auf Ebay Kleinanzeigen oder so einzustellen die Einheit Watt steht für die elektrische Leistung P und gibt an welche elektrische Arbeit in einer Sekunde verrichtet wird das ist sehr richtig das ist absolut richtig da hat jemand in Physik aufgepasst nice oder gegoogelt Sadness Everdeen mehr fällt mir dazu jetzt nicht ein toll jetzt hab ich Bock auf die Psybute von Panem shit okay ich muss einen Schlag hier abwarten jetzt nicht jetzt also schon jetzt aber anders jetzt Moment Moment Stellt euch vor, ich hätte nicht rausgefunden, dass man sich hier festhängen kann. Stellt euch das mal vor! Das wäre einfach nur... ...fatal. Das wäre richtig fatal. Darfst du mal als staatlich geprüfter Techniker in Elektrotechnik klugscheißen? Oha! Oha! Faktencheck live on Stream. Halleluja! Huhuhu! Das Spiel ist halt echt nicht einfach, ne? Das ist wirklich nicht einfach. Ich habe mir das anders vorgestellt. Was muss ich wirklich so zugeben? Huiuiuiuiui! Da musst du dann gegen das erste Google-Ergebnis klugscheißen. Oh, ich finde das so doof. Twitch hat hier diese tolle Antwort-Funktion und so. Alles schön, alles schick. Die ist super praktisch. Aber wenn man auf eine Antwort von einer Antwort antworten will... Oder ne, wenn man auf eine Antwort antworten will, dann antwortet man sich selbst. Und das ist so doof. Das wäre so doof. Das wäre eine Watt-Sekunde. Ah. Ah. Das ist echt komisch zu lesen manchmal. Ja, es ergibt halt auch einfach keinen Sinn, ne? Watt ist nur die elektrische Arbeit ohne Zeit. Stimmt, ja. Das ist richtig. Auch richtig, ja. Ha. Das funktioniert so nicht. Okay, ich muss hier einmal dingsen. Okay. Ich weiß auch nicht, was nach diesem ersten Dingens kommt. Hat Google wahrscheinlich einen... Ja, vermutlich haben sie da was zitiert. Das ist, äh... Au. Das ist richtig. Die Sache ist, was sie zitiert haben. Normalerweise zitieren sie bei sowas Wikipedia. Und auf Wikipedia stimmt das im Normalfall. Also nicht alles, was auf Wikipedia steht, stimmt, ne? Jetzt nicht falsch verstehen. Aber bei sowas ist die Treffer... ist die Korrektheitsrate, nenne ich's jetzt mal, ist die Korrektheitsrate, nenne ich's jetzt mal, schon durchaus hoch. So. Okay. Okay. Halleluja, Mann. Oh, guck mal. Oh, oh mein Gott. Ich cheate, ich cheate, ich cheate. Ich kann nämlich hier Dinge tun, die ich normalerweise nicht tun kann. Warum kann ich hier Dinge tun, die ich hier normalerweise nicht tun kann? Wie komm ich denn da nach oben? Ja, sag mal, Spiel. Verarsch du mich. Wie soll denn das gehen? Oh, ich hab's verstanden. Oh mein Gott, ich muss hier auf dem Ding landen, damit ich dann auf dem anderen Ding landen kann, damit ich dann nach oben getragen werden kann, damit ich dann... Oh mein Gott. Ja, genau, das ist... Ja, genau. Du bist berufsbedingt getriggert. Ja, ich kenn das. Ich kenn das. Das wär ich auch. Hi. Okay. Ah. Oh, no, 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 no. Was ist denn das jetzt? Was war denn das? So. Jetzt kommt nicht nur Geschwindigkeit dazu. Jetzt haben wir auch noch Präzision im Spiel. Jetzt ist aus. Weil Präzision kann ich nicht. Jetzt ist vorbei. Endgültig. Das war's. Ja, wir haben... Ach shit, falsche Taste gedrückt. Ich wollte mich jetzt gerade in der Luft festhalten, so nach der Überdruck. Hey, geil, einfach mal stehen bleiben. Das funktioniert ja leider auch nicht so. Okay. So, komm her, kleines Ding. Übrigens. Ah, nein. Oh, das sah aber schon ganz gut aus. Das sah schon ganz tauglich aus. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ah, oh. Animal. Nein. Okay, warten. Wir müssen links stehen. Ich muss links stehen. So rum. Okay, ich muss an diesem Stab etwas weiter nach oben klettern. Oder an diesem Feld. Ah! Oh, ich kann da einfach... Oh, warte mal, kann ich da einfach rüber düsen? Oh, das könnte natürlich auch funktionieren. Da muss ich gar nicht rumklettern. Da habe ich noch gar nicht dran gedacht, dass ich hier möglicherweise einfach... Nein, kann ich nicht. Gut, dafür reicht es nicht. Also festhalten. Möglichst weit oben, damit man hier rumkommt. Genau, und dann kann man nämlich hier hin. Zack, zack. Zack, zack. Dann hier gediegen nach oben. Ja, scheiß auf den Stern. Ich habe keinen Bock mehr auf Sterne. Sterne sind schön, wenn sie draußen in der Natur sind, aber nicht in diesem Spiel. Oh nein. Oh nein, das hier ist einfach nur... Ich sehe das und weiß halt sofort, was ich zu tun habe. Allein, dass sich die Laser hier bewegen, erklärt alles. Wir müssen in einer Bewegung nach rechts kommen. Leute, ich mache ein kurzes Päuschen. Du bist mein Stern. Kenne ich glücklicherweise nicht. Nicht, dass ich wüsste zumindest. So, ähm... Genau. Ich mache ein kurzes Päuschen. Äh, ne? Wir sehen uns gleich wieder. Und, äh, dann... Rocken wir das durch. Oh, oh. Schnell weg. Böse Alte ist da. Achtung. Die Tür fliegt. Wahrscheinlich heute fürs... Wahrscheinlich heute zum letzten Mal. Ah. Bis gleich. Böse Alte, ich mache gerade Pause. Ne? Bis, 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 bis gleich. 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 Böse Alte, ich mache gerade Pause. Böse Alte, ich mache gerade Pause. Böse Alte, ich mache gerade Pause. Bis gleich. Bis gleich. Bye. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wie läuft's? Warst du unterwegs? Warst du wieder in diesem komischen Real Life, wenn du um die Zeit erst kommst? Ah, nee, Mann. Das war eigentlich gut. Das war eigentlich gut. Ah, nee, ich darf da oben nicht. Nee, ich darf es da noch nicht nutzen. Nee, 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 nee. Du kommst gerade von deinem besten Freund. Ja, nice. Schön. Schön. Das klingt nach einem guten Abend. Nach einem sehr guten Abend. Ich hab's halt echt nicht mit Tasten schnell hintereinander drücken, ne? Ah, fuck. Also meine, dafür, dass ich seit keine Ahnung wie vielen Jahren zocke und seit keine Ahnung wie vielen Jahren auch mit Controllern, ist meine Augen-Hand-Koordination echt beschissen. beschissen. Also wirklich beschissen. Au. Nee, 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 nee. Oh, nicht gut. Nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Nee, warte. Nee, warte. Es war zu spät. Okay, jetzt. So, wada. Nein. Shit. Ich hab, ich hab mein Boost verbraucht. Unnützerweise. Ja. Yes. So. Okay. Es ist ganz anders als Celeste. Ich sterbe weniger. Ja, wir schaffen, wir kommen tatsächlich vorwärts. Wir kommen tatsächlich vorwärts. Angeblich kann man dieses Spiel in zwei Stunden durchspielen. Ähm, also andere, ich nicht. Ey, das war jetzt ja richtig, das. Ach so. Zeigen Sie mal die Map-Herstreamer. Es gibt nur das hier. Es gibt nur die einzelnen Räume zu sehen, tatsächlich. Ich hab noch, äh, über zwei Stunden im Spiel dann auch gemerkt, dass man noch eine Fähigkeit hat. Ja. Ich habe festgestellt, dass man sich festhalten kann. Das ist aber auch eine Sache, mit der man einfach nicht rechnet. Festhalten. Ich meine, wo kann man sich denn bitte, bitte schön, in welchen Plattformen kann man sich denn festhalten? Was ist das denn für eine Magie? Okay. Das ist gut. Warum, warum schwirrst du da oben rum? Ach so, weil du, ach Gott. Der Laser ist ja gar nicht dauerhaft da. Okay. Ja, das war zu weit. Das war zu weit. Jupp. Ha. Hier, gar kein Problem, ne? Ähm. Ha. Oh, nein. Ah. Okay, die Idee war aber gar nicht mal schlecht. Ich versuch's normalerweise ohne manche Fähigkeiten durchzuspielen. Ist so ein Benny-Ding. Ja, hier war's tatsächlich unbewusst. Ich, äh. Ich hab mich nur irgendwann gefragt. Ich hab doch irgendwo gesehen, was diese Taste macht. Und dann hat sie genau das gemacht, was ich tun musste. Aber ja, normalerweise such ich mir irgendwas raus, was ich nicht nutze an Mechanik. Ähm. Das ist absolut richtig. Da hat Böse Alte gar nicht so Unrecht. Shit. Aber normalerweise ist das auch eine bewusste Entscheidung, was ich nicht nutze. Ne? Sowas wie beispielsweise in Souls ein Schild. Warum sollte ich ein Schild nutzen? Warum sollte ich Rüstung nutzen? Sowas in der Richtung. Ne? Warum sollte ich Rüstung nutzen, wenn ich nackig viel besser ausschaue? Au! Was ist denn das jetzt? Warum? Wieso hat mir das wehgetan? Arschloch. Äh. 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 Nach 200 Stunden? Man kann hier blocken. Oh shit. Was war das für ein Spiel? Ach, das war Zelda, ne? Ne, das war nicht Zelda. Ne, ne, ne. Was war denn das? Also ja. Das ist richtig. War das nicht dieses Jahr sogar? Ich weiß nicht mehr, was wir da gespielt haben. Das war auf jeden Fall auf jeden Fall auf jeden Fall on stream. Wer sollte schon festhalten nutzen wollen? Ja. Was für eine komische Sache. Warum sollte man sich überhaupt irgendwo hoppala überhaupt irgendwo festhalten wollen? Das war ganz ehrlich. Das ist ja das ist ein völlig merkwürdiges Konzept. Wieso komme ich da jetzt nicht mehr rüber? Bin ich doof? Ja, offensichtlich. Cool. Du warst so gestoppt, dass du die kompletten 200 Stunden gelöscht hast. Gibt es doch nicht sogar ein Quote dafür. Scheiße, gab es ja nicht sogar ein Quote. Ich bin echt nicht, ich weiß es echt nicht mehr. Scheiße, was war das? Ähm. Oh shit. Nee, zu früh. Ich hab glaub das Spiel verlernt. What the fuck? Ha, jetzt. Okay. Quote 30? Nee, es müsste über 50 sein. Oder ich bin nicht sicher, wann genau die neuen Quotes angefangen haben. Also nach dem Bot, nach der Bot Migration. Ja, warte. Es müsste bei 50 oder größer 50 sein. Es ist, ja. 940 ist jetzt nicht größer 50. So, Moment. Hopp, ah, hopp. Oh, hallo. Ein Raid? Einen wunderschönen guten Abend. Du hast Lumi gelesen. Oh mein Gott. Es ist so einfach, dich zu beschwören. Moment. Ja, hi. Hallöchen. Hallöchen. Dankeschön für den Raid. Hallo, hallo. Und, äh, willkommen bei Lumi1. Nicht ganz Lumi nah, aber nah dran. Ähm. Und, äh, hi. Na? Was habt ihr gemacht? Was habt ihr gemacht? Oh, gerade auf War Ragnarok. Oh, nice. Stimmt, habe ich auf Twitter gesehen. Mega Spiel. Hallöchen, Tespander. Hallöchen, John McDee. Hallöchen, Reiximus. Hallo, hallo. Muss ich mich vorstellen? Kennt mich irgendjemand nicht? Ansonsten erkläre ich ganz kurz, was das hier für ein Spiel ist. Ihr kennt wahrscheinlich Celeste. Ihr könnt wahrscheinlich Ori. Und das hier ist die Kombination aus beiden. Ähm, es sieht so gut aus wie Ori. Es spielt sich so schwer wie Celeste. Und es steuert sich ein bisschen wie ein LKW. Weil es unter Wasser spielt. Ganz wildes Spiel, aber sehr cool. Sehr, 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 sehr cooles Ding. Aber wie war, wie war God of War? Erzählt mal. Erzählt mal. Wie weit seid ihr eigentlich? Ich hoffe, ihr seid nicht weiter als ich, weil ich muss auch noch irgendwann mal weitermachen. Ich muss auch irgendwann noch weitermachen. Steuert sich wie ein LKW. Ja, es ist halt so, ne, dieses, äh, es spielt halt unter Wasser und deswegen macht das tatsächlich auch tatsächlich Sinn. Das war zweimal tatsächlich. Das war einmal zu viel. Ähm, weil, ne, du bist hier halt und das ist halt, ne, man sieht es hier an dem Sprung. Also auch beim, beim reinen Zusehen. Es ist relativ behäbig. halt genau so, wie wenn du durch Wasser warten würdest, ne. So, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal sowas wie Aquafitness gemacht hat, aber so in der Richtung, wenn du dann unter Wasser mit deinen komischen Auftriebsdingern da irgendwie pumpen sollst. So, so, gefühlt, so fühlt sich das an. Es macht es ein bisschen, es ist nicht indirekt, es steuert sich nicht schlecht, aber es ist halt einfach ungewohnt und ich glaube, wenn man von einem schnellen Plattform mal jetzt hierher wechseln würde, würde man erstmal nur draufgehend, genauso wie andersrum. Ähm. Lumi One ist Aquafitness für Gabor. Ja. So und so in der Richtung, ja. Aquafitness ist so weird. Das ist nix für mich. Ähm. Eieieieieieieieieieiei. Ja. Ich frage mich manchmal, wo diese Vergleiche in meinem Hirn herkommen, ne? Irgendwo scheint es da ein großes Register an möglichst dämlichen Vergleichen zu geben, die sich aber jeder tatsächlich bildlich vorstellen kann. Also hoffe ich zumindest. Nerven die Quotes? Lass mal, warte mal. Mein Controller vibriert halt über den Tisch, während ich jetzt nachgucke. Ich schaue mal ganz kurz nach. Ihr habt da ja jetzt nicht, äh, Dingens, aber ich kann die ja schnell nachschauen. Äh, wenn ich sie finde, irgendwo waren die, äh, war das Integrations? Nein. Das war Settings, Quotes. Oh ja, du hättest noch ein paar zum, zum Prüfen. Jetzt pass auf. Nö, 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 nö. Nope. Oh, es war die 43. Du bist der alte, es war die 43, die du suchst. Es war nicht blocken, es war parieren. Und es war Breath of the Wild, wie ich vermutet hatte. So. Ach, shit. Ich habe schon wieder Dinge vergessen. Zu tun. Definitiv Dinge vergessen. Ich müsste mal nachschauen, wie viele Stunden ich tatsächlich in Breath of the Wild habe. Es sind, glaube ich, über 300. Ich bin nicht sicher. Aber jede Sekunde davon hat sich gelohnt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Breath of the Wild ist das eine Spiel, wo ich es wirklich ein bisschen bereue, dass ich zum Indie-Channel geworden bin. Weil das würde ich so gerne on-stream spielen, aber es passt halt einfach nicht und es nimmt quasi dann ein, ein ewig viel Zeit in Anspruch. Aber das wäre, das wäre das Spiel, wo ich sagen würde, dass, äh, ja, mega. Ja. Äh, ja, halt der Nachfolger dann. Nicht Breath of the Wild, sondern dann Tears of the Kingdom. Na, ne, Hanyu, Hanyu, shit. Ich weiß genau, was ich tun muss. Ich hab's noch nicht getan. Ich hab's noch nicht getan. Die Breath of the Wild bei mir war super. Es ist halt auch so ein schönes Spiel. Es ist einfach, es passt halt einfach alles, ja. Aber das halt so gar nicht mehr zum Channel passen würde, das ist halt die Sache. Hm, und ich halt auch möglichst viele Spiele vorstellen will und nicht dann, ein halbes Jahr lang nur einspielen kann. Und ja, Böse, du hast da prinzipiell recht, das ist mein Channel. Ich kann dir tun und lassen, was ich will, das ist richtig. Aber, ne, ich will das nicht. Ne, ne. Ne, ne, das spiele ich dann für mich allein. Vielleicht stream ich es im Discord. Das wäre eine Alternative. Da kann man ja auch Dinge tun. So ist es ja nicht. Fällt mir gerade so ein. Dann wäre der Channel weiterhin, äh, Triple A frei. Aber, ach, mein Gott war das knapp. Man könnte zumindest, ihr könntet schon teilhaben, wenn ihr wolltet. Das ist tatsächlich eine Sache, die ich mir schon mal überlegt habe, ob ich nicht einfach die Triple A spiele, die ich zocke, mal im Discord streame oder so. Weil, spricht ja eigentlich auch nichts dagegen. Ah, zu kurz. Im Zweitkanal, Benni macht andere Dinge. Hm. Ja, weiß ich nicht. Ah, ne, wahrscheinlich wäre eher Discord oder so eine Sache, wo ich das tue. Weil, auf Twitch wäre ich schon ganz gerne hier auf dem einen Kanal aktiv. Und nicht auf mehreren Hochzeiten. Gut, ich könnte ja rein theoretisch meinen, meinen, äh, meinen Namenssicherungskanal nutzen, weil ich besitze auch Benni macht, mit L statt I. Ähm, ne, damit man mich hier auf Twitch nicht faken kann. Weil das ist der eine Buchstabe, den man theoretisch, äh, ne, wo man Dinge tun könnte. Ich hab da vorgesorgt. Halleluja! Sehr schön. Oh, hier hätte ich euch in die Pause schicken sollen. Das ist der viel schönere Screen. Hier ist nicht so viel los. Hier ist nicht dauernd. Bum, bum, bum. Und Laser, Laser, Laser. Hier ist schön. Ich könnte sowas, äh, sowas als Special machen. Urlaub vom Channel sozusagen. Ja, aber ein Special ist ja eine relativ einmalige Sache. Und wenn ich dann Tears of the Kingdom hier anfange zu zocken, dann sind wir ein halbes Jahr beschäftigt. Ne, 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 ne. Das kommt nicht in die Tüte. Oh, dich kennen wir. Oh mein Gott, dich kennen wir. Ja, Mann. Ich hatte nicht erwartet, äh, doch. Ich hatte nicht erwartet, dich so schnell wiederzusehen. Schnell! Haha, schnell! Ja, genau. Das könnte es vielleicht sein. In der Dunkelheit, vom Licht geführt. Du hast ja also auf mich gewartet? Bist du... Was bin ich? Ach, äh, nichts. Wie seltsam. Dein Schwert scheint heller zu glühen, als ich mich erinnern kann. Das Schwert kann die Stimmung seines Meisters spüren. Ich muss zugeben, dass es mich freut, dich wiederzusehen. Vielleicht ist es das. Aber ich bin ein Niemand. Ich habe in meinem Leben nichts Interessantes vollbracht. Sich auf die Suche nach dem Licht zu begeben, ist vielleicht das Größte, was eine Fee tun kann. Und außerdem kann selbst die niedrigste Fee über sich hinaus wachsen, wenn sie an festen Glauben und die richtigen Ideale hat. Ich schätze, ich bin im Laufe meiner Reise ein wenig gewachsen. Aber ich bin noch nicht stark genug, um die vor mir liegenden Aufgaben ohne Furcht anzugehen. Denk daran, einen Schritt nach dem anderen. Wie bei allen Reisen werden die Herausforderungen, denen du dich stellen musst, mit der Zeit schwerer. Ha! Du solltest dich an diese erinnern. Je höher du kommst, desto stärker muss deine Verfassung sein. Ein Schloss im Himmel braucht ein starkes Fundament, sonst verliert es seine Schönheit. Was bedeutet das? Kannst du es erklären? Geh weiter auf deinem Weg, dann wird es mit der Zeit deutlich werden. Oh, und noch eine letzte Warnung. Hüte dich vor dem Oktopus. Ja, den will ich halt essen, ne? Also jetzt mal ganz ehrlich. Oktopus? Was für ein Oktopus? Erinnere dich an meine Worte. Zur rechten Zeit wird sich alles offenbaren. Ich bin mir sicher, dass wir uns wiedersehen werden. Das ganze Spiel ist ein einziger Pep Talk. Es ist der Hammer. Und Streamer, die sonst nur Mainstream streamen, dürfen ja auch Indie-Titel streamen. Ja, aber die... Nee, nee, nee. Ich habe ein Konzept, böse Alte. Und daran wird sich gehalten, ne? Ich kann es als Anspiel-Stream machen. Einmal streamen für alle und danach zocke ich es alleine weiter. Das habe ich genau einmal gemacht bei Ghost of Tsushima. Und ich weiß, dass mir das Leute heute noch nicht positiv nachsehen. Ja, nee, 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 nee. Das mache ich, glaube ich, nicht nochmal. Entweder wir spielen es komplett durch oder nicht. Und da ist der Kaken. Äh, Oktopus. Hallo. Oh. Okay. Der ist cool, glaube ich. Oh mein Gott. Ah, den Harden, du! Was ist das jetzt? Nein, mach das nicht! Die Musik erinnert mich gerade total an, Celeste. Aber Vollgas! Ja, wie komme ich denn hier durch? Hallo? Geht das Ding hier jemals wieder nach oben? Nee, das ist Instant-Tot. Jetzt hat meinem Lerk für heute ein paar Drinks mischen und Nachos ruttert. Oh, Nachos! 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 Oh! Ich war einer der ersten mit einer PS5. Ich habe das nicht auf der PS5 gezockt. Das kam erst später für die, äh, für, für, für die PS5. Da bringst du jetzt gerade zeitlich was durcheinander, böse Alte. Das war PS4. Es sah gut bei mir aus. Ja, es sah also richtig, es sah tatsächlich gut aus. Es sieht immer noch gut aus. Ja, nee, nee, aber, ja, ich muss mir da mal was überlegen, ob ich es komplett für mich alleine zocke. Weil tatsächlich, wenn ich alleine zocke, sitze ich ungern am Rechner. Was, äh, ich weiß nicht warum, aber wenn ich, wenn ich alleine spiele, bin ich voll der Consolero. da kenne ich nix. Ich würde ganz gerne mich an dem Ding noch ganz kurz festhalten, um mich dann davon abzustoßen. Ja, fast. Moment, warte mal. Jawohl, da, die da. Okay, das ist also das, was als Nächstes passiert. Alles klar. Und die werden sogar mit Käse und Soße überbacken. Erzählt mir doch nicht so was, das kriege ich Hunger. hat, da hat die, oh, oh. Warte mal. Der in der Mitte hat Gras oben, da kann ich mich draufstellen. Könnte ich mich draufstellen. wenn ich's schaffe, wenn ich's schaffe, den Dingern auszuweichen. Ja, mit Präzision hab ich's nicht so, ne? Ah! Scheiße. Okay. Pass auf. Ah! Ich glaube, ich kann doch noch rechts weg. Und dann hier quasi. Ja, okay. Wunderbar. Wunderbar. Wo will denn der Block da gerade hin? Warum ist denn der jetzt weg? Wo ich dachte gerade für einen kurzen Moment, dass der Block da oben im Takt wäre. Okay, komme ich da durch? Ich glaube irgendwie nicht, wenn ich ehrlich bin. Ah, zu kurz. Okay, warte. Ah, nope. Eine Taste zu wenig gedrückt. Kein Nino. Okay. Stopp. Wenn ich hier bin, das Ding geht runter. Ich kann mich über diesen Wasserstrahl festhalten. Ich kann bestenfalls über dem Dings hier zu dieser Blase und von der aus mich runterfallen lassen, um da hinzukommen. Und hier ist erstmal nichts, womit mir der Oktopus drohen kann. Hier drüben kann er was fallen lassen. Okay, es ist überschaubar. Es ist machbar. Es ist überschaubar. Dafür muss ich nur auf diesen Block oben drauf. Ich brauche den Bodenkontakt, um den Boost zubekommen. Ah, babanaba. Fast. Ne, fuck. Zu langsam. Zu kurz. Okay. Ich hatte gehofft, ich kann noch ein paar Pixel weiter nach oben hüpfen. war dann leider nicht der Fall. Okay, warte. Das, das, ich, okay. Ich schaffe das darüber, ohne den Boost aufzubrauchen. So nämlich. Genau. Perfekt. Gut. Dieser eine Wasserstrahl ist jetzt hier unten. Oder Laser. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich Wasserstrahlen. Das macht unter Wasser irgendwie mehr Sinn, dass das Wasserstrahlen sind, wenn ich ehrlich bin. Ähm, okay. Der erste Try ist es nie. Wir wissen das alle. Es ist immer der erste Try, der funktioniert. Ah, knapp. Was ist denn da gerade gestartet? Da kam gerade irgendwie noch so eine Wasserfontäne raus. Aus der Wand. Ne. So. Ah, shit. Ich habe noch oben gelenkt. Eie. Ich bin nicht gelandet. Hey, juhu. Also, ich habe hier keine Ahnung, wie weit wir im Spiel sind. Aber das hier fühlt sich so ein bisschen nach Bosslevel an. Oh, shit. Jetzt habe ich nur keine Ahnung, wie viele Bosse das Spiel hat. weil ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass wir der Wasseroberfläche inzwischen näher gekommen wären oder dem Licht, den wir hinterherjagen. Wir haben zwar schon zwei großartige Pep Talks hinter uns, aber ich würde jetzt spontan nicht sagen, dass wir unbedingt so viel weiter oder schlauer sind als vorher. Wir sind nur weiter östlich im Wasser. Obwohl, da bin ich jetzt nicht mal sicher. Ich habe ja auch Level, die nach oben raus sind. Ja. Und ja. Und ja. Und ich habe. Oh, zu kurz. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ah, nee, das war sowieso viel zu früh. Ah, shit. Das dachte ich mir, ich kann da so ein kleines bisschen hoppla hopp dadurch, aber nee, kann ich nicht. Offensichtlich nicht. Das Level hier ist echt ein bisschen fies, weil so wirklich stehen bleiben wie in den bisherigen Level, äh, in den bisherigen Levels ist hier nicht. Hier ist einfach voll Gas vorwärts. Okay, kurz auf dieses Ding hier warten. Ah, das ist noch nicht ganz PB. Ah, das ist noch nicht Ah, nee, ah, nee. Oh, oh, oh. Das hat einen Moment gedauert. Da oben sind nicht dran, wenn man also dem Level, die seine glaubt, müsste die Wasseroberfläche gar nicht so weit weg sein. Ach so, ja, stimmt. Ja, von dem her. Ich weiß es nicht genau, wie weit Lichtstrahlen normalerweise ins Meer reichen. Ich habe es allerdings auch nicht darauf geachtet, ob da vorher auch schon welche waren. Also ich bin auch nicht mal wirklich sicher, ob wir auf dem Weg zur Wasseroberfläche sind oder zu irgendeinem ominösen Licht, das hier irgendwo im, nirgendwo wohnt. Aber, ja, das Ball, die Rentee kann weitergehen, sehr gut. Sehr gut. Ah, shit. Ich sage dann schon mal gute Nacht. Ahem. So. Okay. Schade für... Ich... Wir können uns festhalten. Wir haben gelernt, wir können uns festhalten. So, jetzt ist das die Sache. Da oben ist der Ausgang und die Frage, die sich stellt, ist, wann fällt dieser Klotz da runter? Ha, 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 würde sich stellen, ja. Fuck. Voll in die Dornen rein. Jawoll. Gut, die Frage bleibt bestehen, aber sie wird einfach auf später vertagt. Das ist, glaube ich, auch in Ordnung. Ah, ha, 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 ha. Shit. Ah, ja, ich sollte hüpfen. So. Na, der Clip dauert aber gerade. Warum dauert der so lang? Obwohl ab und zu dauert. Ah. Ah. Ah! Okay, was du siehst im Hintergrund? Ein Plesiosaurus. Also ich sehe da einen Kraken. Äh, einen... Na, fast Kraken. So, ich gehe jetzt hier ein bisschen weiter runter, um hier safe zu sein. Hi! Ja, Mann! Sehr gut. Okay. Okay. Sehr schön. Oder das? Okay. Nee, ist, äh, genau. Ist ein Krake. Ein, 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 ein Oktopus. Die uns hier das Leben so ein bisschen schwer machen will. Alter, das hier sieht doch so dermaßen nach finalen Leveln aus. Jetzt mal ganz ehrlich. Wir haben den Gegner. Wir haben hier Dinge, die passieren. Wir haben alle Elemente, die wir bisher im Spiel irgendwie kennenlernen konnten. Zusammengebatscht. Zusammengebatscht. Gebastelt. Also wenn das hier nicht bald Ende ist, ne? Dann weiß ich auch nicht. Ah, falsche Taste gedrückt. Ich wollte mich wieder mitten in der Luft festhalten. Weil das kann man ja. Als Fee. Das ist normal. Oh, okay. Okay. Das geht sich nicht aus. Verstanden. Das heißt, wenn ich hier rüberfliege, muss ich sofort diesen hier machen. Und sofort darüber. Mhm. Das war zu weit nach oben. Immer noch zu weit nach oben. Zu weit nach unten. Jetzt. Okay. Okay. Nee. Nicht ganz. Nee, 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 nee. Das war ja komplett falsch vom Timing her. Ah, nee. Warte. Da kann ich mich eigentlich kurz festhalten. Das ist in Ordnung. Ich habe da Zeit. Also Zeit nicht, aber genug Zeit. Das ist ein Unterschied. So. Ah, nee. Wir haben. Okay, warte mal. Wir waren hier. Wo muss ich hier hin? Wo kann ich hier hin? Also der Laser kam jetzt irgendwie von hier und von da nach oben. Ich muss irgendwie an diesen Boost ran. Da ist das da im Weg. Da ist das da im Weg, dieser wackelnde Stein. Zu Loomy 1 konntest du lesen, dass es hunderte Level gibt? Wie viele haben wir schon? Ich habe nicht mitgezählt, tatsächlich. Was? Ich schaue noch mal kurz auf How Long To Beat. Wenn ich seitdem, centro ist das. Ich habe ein Spiel, der das da eingetragen hat. Ich habe hier ein Spiel, der das da eingetragen hat. Main Story 2 Stunden. Main plus Sides 7,5 Stunden. Oh. Ich habe nur mein Story gelesen und meinen fehlenden Skill nicht eingerechnet. Ja, wow, schön. Ich bin ein Held. Ich bin ein Held. Nein, wir sind definitiv noch nicht beim Ende. Wir sind jetzt vielleicht bei... Bei was haben wir jetzt? Knapp vier Stunden. Und ich sage mal so, mein Skill ist heute nicht unbedingt groß. Ich meine, ich habe eine ganz essentielle Steuerungsmöglichkeit vom Spiel einfach ignoriert beziehungsweise übersehen. Oh, gut gerettet. Gut gerettet. Nicht gut ausgeführt. Der Penny ist heute stark in mir. Das ist dann leider meistens. Aber stimmt. Ja, das ist tatsächlich ein ganz guter Hinweis, weil ich hatte eigentlich... Ich hatte die zwei Stunden im Kopf und dachte mir so, okay, gut, ich stelle mich halt dämlich an, weil das ist ein Plattformer und so. Aber dann ist das gar nicht so unrealistisch, dass wir das heute nicht schaffen. Ist auch nicht schlimm, ist auch nicht tragisch, weil dann geht das einfach am Donnerstag weiter. Gar kein Thema. Dann gibt es das Spiel, das ich jetzt eigentlich für Donnerstag geplant hatte. Dann halt am... Möglicherweise nächsten Freitag. Muss ich mal gucken. Aber es ließ es sich auf jeden Fall regeln. Aber es sollte in zwei Streams machbar sein. Ah, shit. Ich hätte mich festhalten müssen. Festhalten, Junge. Festhalten. Das, was du vorhin gelernt hast. Mann, 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 Mann. Aber es wird uns auf keinen Fall so lange begleiten, wie das Spiel mit C, das im Titel steht. Ne, 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 ne. Da habe ich ein deutlich, deutlich, deutlich besseres Gefühl hier. Schon allein deswegen, weil hier nicht einfach irgendwelche Fähigkeiten bisher aufgetaucht sind. So ist wieder Wave Dash oder so. Holy shit. Den habe ich bis heute nicht. Den kann ich bis heute nicht. Ah, shit. Shit, 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 shit. Ach ja, ich habe ja keinen, kein Dash an der Stelle. Das ist natürlich doof. So. Konzentrieren Sie. Konzentrieren Sie sich. Das ging vorhin schon mal besser. Deutlich besser. Deutlich besser. Ah, okay. Nicht schön, aber ging. Ah, ich muss über das Ding rüber. Ah, knapp. Der Sprung ist auf dem Weg verhungert. Der auch. Da war kein Sprung. Okay. Kann sich doch jemand ans Startmenü vom Spiel erinnern? Okay. Der komische Ding ist immer noch da. Wir kommen da nicht so ganz hin. Ne, was ich gerade fragen wollte. Kann sich doch jemand an das Startmenü erinnern? Also ans, ans, ans Safe-Menü. Gab es da sowas wie eine Fortschrittsanzeige im Spiel? Nur, um das dann später noch einordnen zu können, wie weit wir sind. Ne, da hänge ich jetzt tatsächlich ein bisschen zu tief. Okay. Es ist präziser, als es aussieht. Aber es ist wirklich präzise. Oh mein Gott. Okay, ich hab's verstanden. Ich kann mich an der rechten Seite von dem Ding festhalten. Ich kann mich an der rechten Seite von dem Ding festhalten und dann kann ich rüber zur, zur, zur Boost-Blase. Du glaubst, ja, bist dir nicht mehr sicher. Ja, wir werden's sehen. Wir werden's sehen. Ich weiß, dass da irgendwelche Statistiken dabei waren im, äh, im Safe-Menü, aber ich weiß es halt auch nicht mehr, welche. festhalten. Abwarten, hierhin, hier nach oben. Ich weiß, dass es eine Zeitangabe gab, wie, wie lang man schon dran ist. Weil das Spiel hat natürlich einen Speedrun-Modus. Und den könnte man sich auch jetzt einfach einblenden lassen. Den Timer. Aber nie. Das, äh, das hab ich mir aus den Optionen gemerkt. Okay. Unten drunter funktioniert nichts. Da gehen wir die Puste aus. Verstanden. Ah! Gezögert. Das wär sowieso nix geworden vom Timing her, weil ich zu weit unten hänge. Ah, das ist auch zu weit unten. Ja, sag ich doch. Da schaffe ich's nicht hoch genug, um über den zweiten Block drüber zu kommen. Ja, okay. Perfekt. Super, mega, total daneben. Okay. Schade. Da muss ich ein bisschen höher und da muss ich halt sofort da drüben weg, weil sonst der Laser auf mich zu fliegt. Äh, der Wasserstrahl. Der Wasserlaser. Eigentlich ist das ein... Wie so ein Druckreiniger. Hm, wie so ein Druckreiniger. Tut wahrscheinlich höllisch weh. Okay. Ha, nee, Mann, no! Mach doch sowas nicht! Wer steht denn hier mit seinem Kärcher in der Gegend rum und versucht uns hier wegzukärchern. Was soll denn das? Also entweder muss ich da schneller wegspringen oder ich darf nicht ganz so hoch an dieser Wand. Eins von beiden. Und... und das ist... ganz schlechtes Timing hier gerade. Nope. Das war zum Scheitern verurteilt. Sie wollen die Figurkärchen, weil sie nach Fisch liegt. Ja, aber es ist halt auch im Wasser. Da riecht halt irgendwie alles nach Fisch. Ich meine, geh mal an den Strand, der sowas wie Ebbe und Flut kennt, wenn gerade Ebbe ist. Es stinkt halt einfach nach toten Fisch. Da hilft Kärchen auch nicht mehr. Ey, selbst hier in Bremen stinkt es nach toten Fisch, wenn Ebbe ist. Das war eigentlich voll gut. Oh Mann, das war... Okay, das war schön. Das war bisher der erfolgreichste Versuch, sich an diesem Ding festzuhalten da drüben. Äh, nee, das ist... Ja, nee, das war zu tief. By the way, wusstet ihr, dass es in Bremen tatsächlich auch Ebbe und Flut gibt? Hier in einer Stadt, die... Ja... 60, 70 Kilometer landinwärts liegt. Vom nächsten Meer entfernt. Oder von der nächsten Flussmündung. Und wir haben trotzdem 6 bis 7 Meter Tidehub. Und der komische Mond da am Himmel entscheidet darüber, ob Hund und ich an der Weser entlang spazieren können oder nicht. Das ist insane. Das ist richtig krass. Vor allem landeinwärts. Ne? Als ich das hier rausgefunden habe, ja, war ich erstmal richtig geflasht. Weil ich es nicht glauben konnte. Ah, das war 2 Pixel zu früh. Wieder zurückgezogen, glaube ich. Mh, mach! Okay. Ne. Sehr schade. Zu lang hängen geblieben. Scheiße. Ebbe und Flut bei Flüssen ist hier neu. Heißt zur Zeit kein Weser-Spaziergang. Ich weiß nicht, ob gerade Flut ist, aber wenn Flut ist, es kann sein, dass dann tatsächlich kleinere Teile vom Weg oder so überflutet sind, ja. Also der Weg, der halt wirklich ganz unten ist, ne. Das ist, äh, der Rest ist in Ordnung, weil ich sage mal so, wir haben Deiche. Die tun ihren Job. Aber es kann durchaus sein, dass man nasse Füße bekommt, ja. Das ist total wild. Wir haben auch so eine Säule. Ich weiß gar nicht, welches Material ist, aber eigentlich auch egal. Äh, die diesen... Ah, Mann. Die das tatsächlich auch misst. Also mitten in der Stadt, äh, oder relativ zentral, ist so eine riesige Säule, ähm, die aus dem Boden fährt. Und die steigt halt tatsächlich auch um 6, 7 Meter teilweise und geht dann halt wieder, versinkt wieder im Boden. Und dann ein paar Stunden später wächst sie wieder in die Höhe. Ähm, ist halt echt krass. Ich habe das halt auch am Anfang nicht geglaubt, dass es mir jemand erzählt hat, bis ich dann das Ding gesehen habe und dachte mir so, okay, ja, what the hell? Harni, nein, Mann. Shit. Aber es ist halt irgendwie auch logisch, ne? Die Weser fließt ins Meer und bei Ebbe zieht es halt auch mehr Wasser ins Meer raus. Sprich, sie kann wahrscheinlich, wahrscheinlich fließt sie dann auch ein bisschen schneller. Und wenn natürlich die, die Flut kommt, drückt das natürlich, ähm, rein und, äh, wahrscheinlich ist das eine Art Stau-Effekt. Also es ist jetzt wahrscheinlich nicht direkt die Ebbe und Flut, ähm, aber es wird halt entweder wahrscheinlich das Wasser so ein bisschen raussaugen oder wie so ein Staudamm reindrücken. Ich vermute mal, dass das der Effekt ist. Das ist jetzt nur eine reine Vermutung, aber, äh, dass das sowas damit zu tun hat. Weil du hast ja dann den Sog vom Meer oder du hast den Gegendruck vom Meer. Harni! Vielleicht wegen Grundwasser? Das googelst du mal. Ne, soweit ich weiß, ist das sehr stabil hier. Aber ja, google das mal, gerne. Ich hab das wahrscheinlich sogar schon mal gelesen, aber ich erinnere mich halt noch nicht dran. So. Oh, Bananen! Hm, so knapp. Lass uns mal gucken, wie weit sind wir eigentlich? da, 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 über die Hälfte. Okay. Ja, nope. Ich bieg immer drei Pixel und das so zu früh ab, ne? ist euch eigentlich aufgefallen, dass es irgendwann hier in den Leveln keine Sterne mehr gab. Ich vermute, dass das alles optionale Abzweige sind, die ich alle nicht kenne. Die ich alle übersehen habe. Das ist so knapp, damm du Scheiße. So knapp. So knapp. Kurz davor. So. Ja. Nein. Okay. Ich hätte, glaube ich, nicht immer weiter nach rechts dürfen, sondern hätte mehr nach oben müssen. So. Zeig nochmal her. Zeig nochmal her. Genau, da waren wir jetzt gerade. Ja, das sieht so aus, als müsste ich mich an denen hier festhalten. Dann da drüber hüpfen, um dann genug Dings zu bekommen, um nach rechts zu kommen. Zum Ende. Und ich gehe davon aus, ich gehe stark davon aus, dass uns hier auch nochmal ein Wasserstrahl verfolgen wird, bis wir oben außer Schuss zweites sind. Das ist ein bisschen arg niedrig, aber es geht. Na komm. Da bin ich so schwer abgesprungen. Da bin ich gleich gar nicht gesprungen. Ich bin einfach nur runtergefallen. Ja, kann man auch machen. Ist in Ordnung. Haben wir schon ein paar Mal gesehen. Ich könnte mir einen neuen Stunt an der Stelle einfallen lassen. Das sage ich doch. Einfach mal einen neuen Stunt einfallen lassen. So. Okay. Knapp, so knapp, so knapp. Knappig. Verdammig. Oder wie man in Holland sagen würde. Hot frid, daumme. Oh mein Gott. Ja. Boom. Yeah. Die sollen nicht meine, es sind der Gezeitenbrunnen, Martini-Straße, Höhe, Pieper-Straße. Ja! Ja, 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 ja. Korrekt. Ja, das klingt richtig. Wie sieht denn dieses Level hier aus? Oh mein Gott. Oh mein Gott, da muss ich präzise durchkommen. Uh. Oh, warte mal, da oben ist ein Boink. Da oben ist ein Boink nach rechts. Das ist ja richtig fies, das würde ein Stacheln. Ach du Schande. Ja! Ich glaube, das ist ein sehr guter Zeitpunkt. Warte mal, ist das jetzt Hauptmenü oder Beenden? Ich bin nicht sicher, ich gehe mal Hauptmenü. Hauptmenü? Das ist hoffentlich gespeichert, ne? Wehe, du hast es nicht. Okay. 723 Tode. Oh, das ist doch, das ist sportlich. Das ist in Ordnung. Wald. So. Warte, wenn ich lade, wo sind wir? Wehe, der ist jetzt nicht in diesem, in diesem Screen. Es ist dieser Screen. Okay, sehr gut. Oh, ich hatte gerade schon Befürchtungen, ne? Ich hatte schon Befürchtungen. So, durch die Gegenüberstellung der Wasserstände wird die Dynamik der Gezeitenbewegung sichtbar gemacht, sowie auch ihr erheblicher Einfluss auf das Grundwasser. Die Pegel schwimmen in zwölf Meter tiefen, wassergefüllten Becken, die ebenfalls aus Edelstahl hergestellt sind. Die Steuerung erfolgt mit den Signalen der entsprechenden Wasserpegel, die der Überwachung des Wasserstandes auf der Weser dienen. Eine Elektronik empfängt die Signale und steuert die Säulen pneumatisch in die richtige Höhe. Also doch mit dem Grundwasser. Oh, ich dachte tatsächlich, dass das nichts mit dem Grundwasser zu tun hat. Oh, ja, aber trotzdem spannend. Und trotzdem steigt die Weser und fällt sie. Manchmal hat man nasse Füße, manchmal nicht. Dann habe ich das jetzt möglicherweise auch einfach ein bisschen durcheinander gebracht, aber ich glaube, dass sechs bis sieben Meter ist, ist durchaus auch korrekt. So, Leute, wir haben es dreiviertel eins, ne? Ich würde jetzt tatsächlich hier mal den Cut machen mit dem Spiel, was ich übrigens sehr mag. Es macht wirklich Spaß. Man glaubt es kaum, aber ich spiele gerne Plattformer, auch wenn ich einfach echt nicht gut darin bin. Also wirklich nicht gut, aber er zählt es niemandem, ne? Sagt jedem, hey, da, der Typ da, ne? Ne, totaler Plattformer-Profi. Guckt da mal rein, wenn der Plattformer spielt. Das lohnt sich. So, Leute, das ist für euch. Das sind eure wunderbaren Credits, ne? Ihr habt es geschafft. Ihr seid sechs, nein, sechs Dreiviertelstunden hier rumgehangen. Total geil. Vielen, 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 vielen Dank dafür. Und natürlich auch für alles, was da drüben steht. Ganz klare Sache. Ähm, ja, und jetzt suche ich euch noch irgendjemanden, wo ich euch hinraiden kann. Ich habe allerdings so die Befürchtung, wie meistens an einem Freitagabend, spät in der Nacht, dass nicht mehr so wahnsinnig viele Leute da sind, die irgendwelche Indies zocken. What the hell? Ich wusste nicht, dass man Check, Move, Speedrunnen kann. Okay, cool. Ich gucke mal, wir haben... Wisst ihr was, weil ich den so selten sehe? Wir gehen zu Kontern. Der spielt zwar Resident Evil 4, aber es ist Kontern. Kontern ist toll. Das ist unser Flausche-Wolf. Und, äh, genau, da gehen wir jetzt hin. Und ich glaube, er spielt mit Leon gerade. Ich bin nicht sicher, ob es da überhaupt einen Unterschied gibt, wie beim Zweier oder so. Äh, Leute, ne? Vielen, vielen, vielen Dank fürs Dasein. Wir sehen uns am Donnerstag um 18 Uhr. Und dann bequatschen wir wieder die, äh, die, die heißesten Indie-Games der Woche und ganz, ganz viele andere News. Ähm, wegen Freitag muss ich noch mal gucken. Da bin ich noch in Absprache wegen dem Programm. Das könnte sich spontan noch ändern. Ähm, im Vergleich zu dem, was ich hier geplant hatte. Aber wartet mal. Ich trage hier schon mal direkt das Spiel aus. Trage das hier ein. So, dass ich das nicht vergesse. Und dann trage ich hier nochmal LumiOne ein. Genau. So, seht ihr? Und schon ist das Spiel für nächste Woche Donnerstag geplant. So einfach ist das. Leute, vielen, vielen, vielen Dank fürs Dasein. Ich will es gar nicht so lange, äh, so lange rauszögern. Wir sehen uns am Donnerstag, hoffe ich. Und am Freitag natürlich. Freitagprogramm wird sich noch rausstellen. Ja, und ansonsten jetzt noch ganz, ganz viel Spaß beim lieben Kontern. Ne, lasst da noch ein Hallo da, auch wenn ihr gerade vielleicht auf dem Weg ins Bett seid. Ne, sagt nochmal kurz Hallöchen. Der freut sich auch. Ich freue mich auch. Dann weiß ich, dass die Leute mit rübergeschubst wurden. Ne, und wir sehen uns. Ne, kommt gut durchs Wochenende. Einen wunderschönen zweiter Advent? Dritter Advent? Zweiter, ne, dritter, oder? Nein. Doch, dritter. Dritter, natürlich dritter Advent, weil sonst wäre der vierte nach Weihnachten. Ha! Dritter Advent. Leute, haut da rein. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.